Auch jetzt. Oder auch nicht. Nee, das sind andere. Ich habe heute schon mal meine PS5 geleckt. Im Laden. Ich stand da heute, wenn wir den unterhalten, da kamen plötzlich zwei große, weiß ich nicht, zwei Meter hohe Postpaket-Lieferungen. Da ist sicher schon was drin. Ich stelle mir das richtig cool vor. Vielleicht ist es so vor dem Laden. Nein, im Laden. Ich kenne die ja. Ich habe auch schon die Packung gesehen. Die haben die ja ausgepackt. Ja, aber vor den Paketen halt so. Wusste ja, was drin ist. Ich war schon überlegen, ob ich schnell rausgehe mit einer. Das Spiel startet noch. Ah, deswegen kann ich das. Da muss man Schreder optimisen. Ja, Hexladen und so, ne? Das machst du ja, ne? Aber das würde ich nie tun. Natürlich. Dez Dez OOPS ich bin da schreibe ich nicht so an kein übungsplatz spiel machen okay weil du es bist ausnahmsweise jetzt mit den anderen menschen da darf man dass man die rainbow musik überhaupt laufen lassen ich habe keine ahnung ist mir egal so was habe ich gesagt hast du die clips gesehen ohne musik die guitar hero gespielt haben oder just dance oder beat saver ohne musik sieht sehr witzig aus da sieht man wo es enden würde wenn ihr das wirklich durchziehen nein nein ich bin blind ja ich bin blind ja das muss sein wenn ich flash dinge habe ich werde heute nichts treffen natürlich nicht wie immer ja erstens mal wie immer so haben wir ja alles gut gemacht ich hab doch mal die klappe dahinten mensch Ah, nee. Uah. Hallo? Äh, wieder durch. Du bist zu dick. Hab ich ja heute schon gesehen. Passiert. Ich bin auch noch mal. Meins! Gar nichts hier. Schuss mal raus. Ich geh mal zu der Tür, wo der wahrscheinlich wieder rein geht. Ich steck wahrscheinlich wieder in eine Tür, ja. Wer darf? Ja. Es ist immer dieselbe. Was sonst? Ist ja interessant. Wo, wenn nicht da? Ja, da oder die hinten das Fenster? Wo wir mal reinkommen. Bei der alten Küchentür. Da, wo du mich erst reingeführt hast. Da kommt ja auch noch mal. Und noch einmal. Nochmal, nochmal. Ich hab heute Rücken. Rücken. Was hast du heute? Rücken. Rücken? Rücken. Kennst du das? Das Ding hinten. Das hast du da auch, glaube ich, vielleicht. Hast du so ein Ding, da sind ganz viele Wirbel und so. Ja, aber was hast du mit dem Rücken? Ich hab Rücken, ja. Ja, ich hab Rücken. Das sagt man, wer behauert. Nein, das sagt man, ich hab Rücken-Schmerzen oder so. Hä? Du bist seltsam. Wo ist denn der? Ne, der ist hier nicht, oder? Sofia? Ich wollte jetzt mal jemand anders, aber den gibt's hier nicht. Scheiße. Wen hast du denn gesucht? Der Typ, der durch Wände rennen, ist ruhig Verteidiger. Ja, das ist Verteidiger. Die Terroristen eliminieren. Oh, jetzt hab ich keine Flashbangs. Machen wir sie fertig. Gott sei Dank. Deals. Andere Recoils. Oh, oh, oh. Die Recoils. Die Recoils. Bewegung im Keller. Ich lade Munition nach. Oh, geißer. What the fuck? Was ist das alles? Na, nachladen. Warte mal, ob es nicht mehr Terrorist ist. Hallo. Drei Feinde sind übrig. Diesmal ist es schon jetzt bei der Tür reingekommen. Also bei der Tür dürfte normalerweise nichts mehr. Oh, sie fährt sie fährt sie fährt. Oder? Hallo? Also ist nicht da, dass einer... Feinde gesichtet! Ich weiß, dass er hier kommt. Ah, 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 ah. Ich hab auf den Chat geschaut! Wo steht der da? Was war das denn? Ja, ich hab auf den Chat geschaut, auf einmal schießt was auf mich und das Reflex hab ich gemessen. Geht jenseits des Lichts. Ich mag das Licht. Okay, Sunfury ist wieder seltsam. Wie immer. Der hat wieder 8 Promille oder so. Ja, wahrscheinlich. Komm ran! Neun! Abgedingspunkt. Wie heißt der? Wie heißt der? Oh Gott. Update runtergeladen. Das wollte ich sagen. Hast du es gemacht? Zufahrt. Ja, okay. Ich muss gerade alle ausgehen machen möchten. Was? Was auch immer. Wir machen eine Warm-Up-Runde. Der fertig ist. Das dauert eh wieder 8 Stunden. Ich kenn den alten Mann. Außerdem will ich ja nicht spoilern, aber Hallen von Asgard? Ich glaub ich schlecht, die zu erleuchten. Geht glaub ich jetzt nicht. Hammer! Das ist nicht Flugzeug. Das hast du gut erkannt. Ja gut, ich bin gut, ne? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn! Ich glaub ich nicht drauf, was muss ich denn spielen. Möchte jemand mal über meinen Rücken laufen? Buck oder Frost? Ja? S.A.S. Das trinkt nicht. Juppie. Ey, da kann ich auch meine Katze über mich laufen, ne? Bullshit. Hihihi, ja! Hat er ein bisschen Zwerg. Ich hab auch 5. 5! Mann, bist du fett! Krass, ne? Krass, ne? Lass mal deinen Rücken kraulen. Kraulen bringt nichts. Ich brauch Massage oder sowas. Irgendwie einer mich drüber trampelt oder so. Ich würd das machen, wenn ich drüber trampel. Ja, das bringt mir doch nichts. Da spür ich doch nichts. Komm vorbei, ich mach! Ja, ich springe auch ein bisschen. Äh... Jamosi. Beide! Beide! Hehehehe! Hehehehe! Okay. Entdecke mal lieber die Bombe, du Idiot. Damit ich gleich weiß, wo ich bin und muss. Ich bin... ich hab Knossi. Was? Knossi? Du musst ihn einfach nicht. Alle Schiffe müssen die Farbe schreien. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Wir haben Schamsburg hier im Wohnhaus drin. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, dass ich ein Fleck gesehen habe. Warte, einen Moment. Knossi noch kurz. Was tut da oben? Was tut da oben? Holy shit! In dem Raum da oben ist keiner. Guck mal unten rum. Ich guck mal rein. Man hätte zusammenfahren rum vor... Was? Vor dem... Rumpa vor dem Bumba. Ähm... Soweit clear? Ja. Und ein anderer tut es auch da drin. Nichts. Nie hindern. Guck mal. Wer hat euch örtet, nicht. Ich bin... E22. Guck mal. Guck mal. claimer hinter uns damit keiner rein kommt hier liegt da liegt einer ich liege ja ich bin tot hat er die claymore gesehen der sack ne mozzi hinter uns da wo ich war da wo die hochstand die treppe damit habe ich erfahrung was erfahrung ist der links in der ecke glaube ich das jetzt kannst du nicht schießen oder so ich bin immer noch da das sind zwei gewesen den einen habe ich gegen den einen habe ich runter gefrackt aber ich kann dir auch helfen bei frust ablassen darf ich dir auch dieser hat doch keine frust doch ich war heute sehr gefrustet nach der prüfung was hast du denn jetzt keine note punkte ich habe keine ahnung wir haben jetzt vier wochen zeit bis zu bewerten vier wochen ja im corona eine woche nein wir haben heute eh nichts zu tun was machen jetzt vier wochen ja trotzdem haben die ein würfel nehmen und fertig da hat ein lehrer hatte dann so ein baseballschläger noch in der anderen hand hat die prüfungen hochgeworfen mit dem baseballschläger einmal die prüfungen geschlagen und am boden hat er die noten halt so hingelegt und welche prüfung auf welcher note gelandet ist die hat er bekommen ja ich würde ich würde es draußen zum einsatz hallo fünf sekunden bis einsatz das ist gesehen ich bin ganz fast ne fünf minus ne fünf minus gibt es bei uns gar nicht was für eine prüfung hattest du denn ich hatte heute kundenpolitik was kundenpolitik was kundenpolitik kunden ja kundenpolitik genau magazin leer ok ich muss mir merken hier bei dem ding hier hoch ok mhm einig aber alles gelungen also das ich habe mir schreckend Entschärfer muss zurückgeholt werden. Ist der hier in dem kleinen Raum? Ähm, der ist. Bist'n du? Ja, der war rechts. Hallo, Katze. Weiter weg, rechts. Da hinten war's. Katze, ich seh nix. Katze! Mann! Ich fress dich jetzt. Komm her. Ich fress dich jetzt. Ja, ich fress dich jetzt. Ja, sowas gibt's. Wenn man Marketing und Sales studiert, gibt's sowas. Ich mein, ich hörte ab und zu mal mit Kunden, aber davon noch nie gehört. Ja, aber du machst ja nicht, äh, du machst ja keine Marketingstrategien und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt gestorben. Ja, toll. Da gucken mich die so unschuldig an. Hat mich erschreckt. Was? Ja, eben. Du verkaufst Sachen. Und... Was? Lisa verkauft sich? Was? Nee, nee. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Was ist denn jetzt los hier? Der holt alle weg. Ui, ui. Oh je. Oh je. Ui, ui, ui. Oh je. Drei Esel, hallo Drei ganze Esel Weißt du, was da alles drin steckt Esel sind süß Ich hätte gerne einen Wenn ich jetzt ganz gemein wäre, würde ich sagen Ich habe eher einen zu Hause Mein Freund Tue ich aber nicht Scheiße, ich wollte Frosch spielen Nein, den wollte ich nicht Nein, oh scheiße Oh Wie eine Mieze Katze Ich auch so viel Die Bomben, der hole ich schon Oh, ich dachte, hier ist ein Bleck, Alter Wer den Kerl mobbt, hat es nicht an das verdient Welchen Kerl? Ich habe nie Ich werde immer noch zu flattig im Mobb Nicht Ja, nicht Want a mirror window? Türen abgesperrt Will screen enforcement? Er will was screen enforcement Ich weiß nicht Oh, da ist zu Oh, da ist zu Das ist richtig Tür ist sicher Ich habe nichts Redenbar zu Doch, ich habe Hätten Wo kam das her? Von oben? homeless frag späler Shows Zwei 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 Die Süßen sind platziert. 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 Ja! Schade, 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 ich kenne den Vogel, beziehungsweise das schafft ja auch schon ein paar Jahre. Ja, der ist ja auch schon ein alter Mann, ne? Ja, ich rede von dir, lach nicht. Hör mal, hör mal, habt ihr gleich Platz? Nein, die Lisa, die nimmt vier Plätze ein, so fett ist die, haben wir eben rausgekriegt. Ja, stimmt, weil vorhin hat er ja herausgefunden, ich wege ganze fünf Kilo, richtig heftig. Ja, das nimmt halt vier Plätze ein, machst du nix, ne? Ja, ich nehme auch noch ein paar Plätze ein, ich will quasi drüber. Bist du alt? Ich dachte nur doof, nein, beides. Aber ich stehe dazu, ist okay. Eigentlich ist das der erste, wenn ich zu besser rum, ne? Ähm, einfach ausrufen, zeichnet es vor, und dann kann ich vergleichen jetzt viel nochmal. Alter! Geht's auf, nein! Im Auge bei! Luftverdichtung kalibrieren! Bereits! Alter! Ne, du soweit! Ja, hör doch auf, du nix! Es bleiben noch zehn Sekunden. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Fünf Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf eindliche Aktionen vorbereiten. Wieso machst du hier irgendwas? Weil da draußen ist. Da ist nichts draußen. Eingang ist sicher! Ich will ein Loch schießen. Meinst du, das ist der erste Weg zur Läuterung? Ich will nix läuten. Machen wir mal ein Hedge. Irgendwas ist hier gerade aufgegangen. Ah, hier oben. So ein Fenster. Versteck mich mal, Ronsput. Weil der wird mich gleich nochmal tracken. Wo schießen die denn da durch? Im Fenster, der hängt noch draußen im Fenster. Dann schieße ich einfach mal rein, alles klar. Ja. Die kommt schon, von den ganzen Stairs. Was? Der lebt noch? Na ja, klar, mehr als die Hälfte. Ich will nicht sterben. Sie will nicht stimmen. What the fuck? Arkt mysteriös, ey. Sie ist da. Die hat halt echt keinen Bock drauf. So, ich wollte die nicht. Boah, ich bin bei Level 200. 200. 07er KD, der macht einen Ace. Ja, genau. Einen Ace gemacht? Aber der war ja fast. Das war der Typ, der fast einen Ace hatte. So. Der Sam Fury ist auch schon da. Ja, dann. Schneller. Ich hab mal einen gelacht. Können schon längst da sein. Hallo. Ah, ich hab links noch raus. Hi. Oh. Ah, jetzt. Ich nutze Discord nie. Unfähig. Jedes Mal, wenn ich Haro gesagt habe, hast du dich komplett stumm geschalten und du hast es nicht gehört. Ja, ich weiß. Ich nutze Discord halt echt nie. Ich nutze immer noch TeamSpeak. Anfänger. Hallo. Trello. Sun, sag was. Er sagt halt nicht Hallo. Okay. Bin ich mit uns reden. Oh Gott, Sun. Sun will er auch nicht annehmen, ne? Oh Gott, Sun. Ja. Oh nein. Run. Ja. 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 Oh Gott, ey. Typisch. Oh mein Gott. Ich nehm mal meine Einladung an. Yeah. Mein Toaster aus dem Toaster hoch. Sun Fury, ich hab dich lange nicht gesehen. Sei froh. Viel zu lange. Sei froh. Kann man auch nicht sehen, wenn Gamescom ausfällt, ne? Ja. Ja, Joe. Trefft ihr euch nicht beim jährlichen, äh, anonymen, äh, Treffen der, äh, Anti-Alkoholiker? Ich bin kein Anti-Alkoholiker. Ich wollt grad sagen, ich bin voll Alkoholiker, wenn auf der Gamescom mit mir trinkt gehst. Also das erste Mal, als ich hier, äh, Li-Hana getroffen hab, war ich auch hackenstammt. Was? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war nüchtern. Ja, aber auch nur, weil es noch ganz übel war. Ich bin immer betrunken. Glaubst du nicht wirklich, dass ich nüchtern auf der Gamescom bin? Ich glaub, ich war nicht eine Sekunde nüchtern auf den letzten, in den letzten drei Jahren auf der Gamescom jeweils. Also, nur auf der Gamescom. Das war der Krille von den letzten drei Jahrzehnten schon. Und das gigantische Zeit. Alter Schweden, ey. Ja, hoffentlich findet sie nächstes Jahr statt, ne? Nö. Garantiert nicht. Hoffentlich hab ich noch Aim in dem Game. Hast du nicht. Hatst du noch nie, wirst du auch nicht bekommen. Egal, wie lange du spielst. Hoffentlich werd ich mal wieder gut in dem Game. Ich habe noch von der ersten und einzigen Season, in der ich mit dir gerankt habe, das Abzeichen. Was war das? Brauchst du? Nehmen wir das Branche. Guck mal. Uuuh. Autsch. Ich vermisse halt mein Platin-Abzeichen. Ich hab's jetzt die letzten Male nicht mehr geschafft, aber ich hab auch gefühlt über zehn Wanks gespielt. Hätt's doch nicht gekriegt. Also mal ganz ehrlich, ne? Ich hab so drei, vier C's in Folge Platin-Abzeichen. Ja, wenn man sich so ein Account kauft, ist klar. Nein. Account kaufen machen. Was? Höh. Halt mein eigener Account. Hm. Ich brauche mal Platin. Ich brauche nur, ich brauche kaum gerne. Was würde ich dann auch sagen? Ich war auch noch nie Platin. Dafür kann ich Leute essen. Ne, ich hab sogar einen Clip davon. Ich meine, muss ich den löschen? Ich glaube, ich muss den löschen. Ne, den muss ich nicht löschen. Von der Person bekommen, die den Account geprüstet hat? Nein. Wow, richtiger Tryhard. Die Wand-Out wahrscheinlich. Ich meine, ich hab eine Kamera. Weg, du fetter Mensch. Ja. Mit dir selber? Nein. Mit dem dicken Sunfury. Ich habe gerade einen Toast im Mund. Ich hab gerade was anderes im Mund. Ja, dann gönn dir. Nudelsauce. Bitte, bitte keine Metall. Überall? Ah, ne, wurde verstärkt, okay. Okay, da haben wir einen. Knock, knock. Und dann will ich gerade keinen. Nehmen wir doch mal Kavira, die da rumbuddert? Ja. Oh, der ist gut. Die Nadeln warten. Hier ist doch ein Fenster, oder? Wo ist denn das genau? Hier? Ja. Aber das macht zu. Hör auf, das Ding aufzumachen. Ich mach den Boden auf. Ich bin so gut schon. Vorne. Trigger. Wo ist vorne? Weiß ich gerade auch noch nicht. Ach, da. Äh. Seitenangang. Ein Injured noch. Ach, komm. Wo? In der Halle. Ein halber Maverick. Irgendwo im Schreibtisch. Große Halle, da geh ich. Ja. Genau. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich dachte da drüben. Ich dachte hier. Ich dachte auch da drüben. Genau da hab ich hingeguckt. In der Halle. Das ist ne große Halle. Das ist aber nicht die große Halle. Das sind alles Hallen. Ich hasse diese Map. Steht am Gang. Das ist nicht Flugzeug. Das stört mich. Da sind bei mir jetzt, äh, das gesamte Gear 4, wo ich keine Calls hier für mir gegeben hab. Da hab ich mir ein CS und Valorant gegeben. Boah, Valorant hab ich ewig auf diesen Job gewartet auf Twitch. Dann hab ich ihn geholfen. Dann hab ich eine Runde gespielt nur. Und seit Tim nie wieder. Boah, Spitsch. Dann, wenn's, äh, erlaubt, dass mein PC nicht zum Abschluss bringt. Ich hab halt Valorant genau einen Tag vor meiner Prüfung, äh, Abschlussprüfungs-Lernphase hab ich das halt bekommen. Das war richtig belastend. So, ich hab zwei Wochen lang gegeiert auf den Code und dann. Das ist echt super. Ja. Das nächste Mal einfach bei Ebay kaufen für 200 Euro. Genau. So wie die Accounts. Der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Höses Auge auf Papua. Wir kommen. Ich bin da, meine Bombe entdeckt. Warum ist hier nicht das Auto? Warum ist hier das Auto dran? Ja, kacke. Ich will das für Sie aufheißen. Habe ich. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Höses Auge, ein Geist. Der Gegner hat eine Bombe vokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Und du hast überall Gegner. Er schießt mich. Geh weg. Jetzt ist Kumpel auf dem TeamSpeak gejoint. Das ist ja super. Liege Willkommens, Matthaus. Ich lade nach. Bist du das an, Solo? Ne. Ne, das war nicht. Ihr macht an das Fenster die Tür auf. Ist offen. Oh, da waren zwei Leute. Drei Leute an der Tür. Okay, ich habe einen Laser drauf. Also, meine Maestro kann. Die Tür hier. Mhm. Guck auf den Seitenangang. Hier wird aufgemacht. Cool. Ich werde zu crack. Hier ist die Tür zu. Da ist einer. Da ist ein Norkle. Der steht noch da. Der steht noch da. Der steht immer noch da. Zwei stehen da, glaube ich. Ich bin mir auch nicht. Also, auf Ping, auf meinem Ping liegt der Nork. Liegt. Ja, ich muss gerade hier, ich muss hinter uns gucken. Die ist nicht injured. Die robbt zu dir. Die ist jetzt an dem Breach. Die ist drin. Holy, die ist direkt vor mir. Die ist reingegangen und... Die war direkt vor mir, die Sau. Echt? Alter, war nicht da auch noch einer? War noch zwei, ne? Ja, war eine Hibana zwischenzeitlich noch gewesen. Aber ich weiß nicht. Also, die waren zu dritt. Ich habe einen geholt. Einen habe ich draußen. Einen, der draußen hängt. Den habe ich geholt. Den hast du die Hibana geholt. Dann war das der letzte, der da war. Ich habe keinen geholt. Ich habe Potato. Wie immer halt. Ich habe in meiner Kamera nur eine Person gesehen. Genau. Die aus der Kamera raus. In der Zeit waren da zwei weitere. Ganz schlecht. Random. Hab ich Lust auf Back? Ich kann Back nicht. Egal. Aber der sieht aus wie du. In der Zeit. Ich weiß, er hat einen Gang Bartweg, ne? Richtig. Und dieselbe Nase. Der vom Random sieht aus wie ich. Sie sind eigentlich Zwillingen. Ja. Wer sieht aus wie du? Der vom Random. Die Knock. Knock, knock. Achso. Knock, knock. Knock, knock. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzudrücken. Abstürzt. Ich habe nur den Kopf vom Onyx aus dem Swopper gekauft. Stecken sehen. Ja. Hier muss deine Bombe befinden. Wo sind denn die? Äh, wo wir beim ersten Mal waren. Wo war das? Ventilation. Wo ist das im Gebäude? Ja. Da gibt es die Server rumstehen. Und wo ist das? Unten. Ah, hier ist Winforced. Okay. Oh. Äh, ich glaube doch, was möchte ich nicht. Hm. Äh, jetzt fertig komm ich durch. Kannst du das beobachten, Han Solo? Das Fenster? Hier bei mir? Ich würde da gerne reinfusen. Hans. Das oben meinst du? Das hier. Das Kleine. Bin schon dabei. Das sehen ich hier. Ich habe ein paar Sachen zerstört. Gehen wir rein. Gehen wir rein. Das ist los, ich möchte das nicht. Hast du was aufgemacht? Ja, hier. Ah, okay. Oh, die ist schon weg. LOL. Ich habe noch geschossen bei mir. Der hat den Headshot nicht kassiert. Fuck. Oh, da war einer drin. Ich habe ihn gesehen. Da ist einer drin und wo ist keiner drin? Du hast den Entschärfer eingelassen. Im kleinen Raum? Ja, in dem kleinen Raum war ein Jäger drin hinter dem Serverschrank in der Ecke. Ja. Leider keine Kamera. Und du wirst rausspringen, das Ding ist... Er hat mich am Fenster halt geholt. Das Fenster ist offen. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Den zurück. Den hier drüber. Da ist ein Visual drin, wahrscheinlich. Ah, da ist der Legion. Weiß nicht, wie das heißt. Einer vom eigenen... Euer Ernst. Meine Schuld. Klatsch, aber Kick. Pfeffan. Da schaffst du. Klatsch, aber Kick. Oh, 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 die wollen ihn aber. Da schaffst du. Einer könnte durch dein kleines Loch sein gehen. Ich wundere mich, dass sie eh noch nicht so viel... Dass sie erst so wenig rausgerannt sind. Na, wo bleiben sie? Die wollen, dein Arsch. Streck ihn hin. Präsentier ihn. Möchte das nicht. Wip für sie. Wo war der denn? Eigener Druck wurde eliminiert. Ist der Trepper. Ja, genau. Durchaus mö... Oh, ja. Ist der Trepper. Ist das assi, ey. Hättest du sehen können. Ja, genau. Hättet ihr mir sagen können. Ja, ich hab's dir gesehen. Wer sollen wir das wissen? Ja, random. Okay. Uh, okay. Random ein Auge. Wie hießen die nochmal? No brain, no pain, Ash still the main. Kapitaro. Oder hat Ash mittlerweile eine Hitbox auf dem Kopf? Wird sie nie bekommen, oder? Ja, aber ich hab in letzter Zeit, wenn ich mal Rainbow gespielt hab, kaum noch Ash-Mains gesehen. Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Aber jetzt, wo du sagst, das stimmt wirklich. Es gibt nicht mehr so viele, die mit Ash reinlaufen. Ja, also früher war das halt so... Ja, früher war das okay. Jeder hat's gepickt und... Also, vor allem die ganzen Rusher und, keine Ahnung, diese Spawn-Peaker haben die dann, wenn sie halt dann in Attack waren, haben die Ash gepickt. Die konnten, die füllt nichts anderes, denn jetzt pick sie halt, die füllt keiner mehr. Das stimmt, oder? Kann ja sein, dass man jetzt den Kopf halt auf dem Körper verdurcht hat. Ja, deswegen frage ich, ob sie mittlerweile ne... Scheiße, ihr Mosse... Eine Mozzarella... Mozzarella... Auge trug mal... Den einzigen Skin, den ich... Da ist da noch drin. Da ist ein Bandit. Er sieht mich nicht. Schade. Zehn Sekunden. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe... Ich weiß nicht, die Kamera fasziniert. Du siehst mich nicht. Bin ich gespawnt? Wirklich? Ups. Alter, ich weiß warum. Ash fühlt sich so lahmarschig an. Warn, du hast nen Headshot bekommen, das ist nicht möglich. Okay, Ash hat ne Kopf-Hitbox, oh mein Gott. Was? Ash hat den Kopf? Krass. Und Ash fühlt sich ultra langsam an. Ich hab da das Gefühl gehabt, sie ist nur noch ein 2-Speed-Operator. Vielleicht haben die den langsam mal... Nichts sagen, was da die ganzen Leute geändert haben. Dafür ist das alles zu lang her, wo ich richtig geguckt hab. Ja, ich muss das mal gleich... Also ich spiel Ash nicht mehr, das macht schein Spaß. Weil die war wirklich lahmarschig. Langsam mal, es ist Letty. Hey, ihr habt halt keinen Hard-Breacher dabei. Ohne gestartet. Doch schon. Aber mir fehlt hier was. Ey, der Strom müsste weggemacht werden. Der ist da, der ist wegmachbar. Der ist hier. Ja, den kannst du halt vom Fenster aus wegmachen. Vom Fenster aus. Ja. Das Ding noch nie in Action. Ey, Tropper ist auf, da oben. Ja, aufpassen. Also rechts hier oben, da in Richtung ist der Tropper auf. Ja, machen wir das doch gut. Ja, der Witschl ist da oben irgendwo. Mhm. Aufpassen, oben ist oben der Tropper. Wenn du reinguckst, leicht rechts oben ist ein Tropper. Dafür braucht man eigentlich noch Thermite, wenn ich das so sehe. Eigentlich fast gar nicht. Wichtig geht. Ich meine, man hat ihn ja davor auch nie hundertprozentig gebraucht. Der war gefühlt drauf. Und dann geht die Brandenwelle los. Der wird gutig gehabt. Don aktiviert. Ich hab wirklich was angehittet. Wo ist denn der Diffuser? Da, wo Aufheben steht. Schicke meine Drohnen raus. Ich hab halt gut, wenn denn einer holt und dann könnte... Ey, im Workshop ist einer? Hier ist einer. Nicht mehr. Der liegt halt... Der liegt halt beschissen. Alter, der liegt halt richtig beschissen. Könnte halt von oben echt gut halten, da ein Gegner da bleiben. Ja. Oh Gott, oben ist noch einer. Ist er aus dem Workshop gekommen? Ist jetzt upstairs, Richtung CTB. Wuh! Nicht hinzauern. Nicht hinzauern. Ich hab mir die Augen zu. Klippen. Oh Gott. Klippen. Dann hört die das. Wuh! Wuh! Aber der hat getroffen. Ja, definitiv. Einmal durch den Raum gezogen und dann war er doch getroffen. Ich habe aus Versehen den Stiertypen da angeschossen und hab Blutschnitten sehen. Wie heißt der denn? Oryx. Sag ich doch, Stiertyp. Onyx. Onyx war doch auch nimmst die Stier-Pokémon. So, nee, ist da random. Das war Onyx. Hier heißt er, glaube ich, Oryx. Mit mal wieder Zeit für eine Runde Among Us. Ja, unbedingt. Ich hab schon eigentlich nicht gespielt. Hast du den Clip, der war so gut, oder? Das war irgendwie so ein Gemoddet, das Among Us. Die hab ich so weggeschmissen. Also, ich glaube, nach Among Us hat man noch weniger Vertrauen in seine Freunde. Da hat man gar keins mehr. Vor allen Dingen mich, ich bin so ein Super-Imposter. Ich würde dich halt nur eine Arbeiterbiene. Ich würde dich halt sofort ein Meeting machen, nachdem es gestartet ist und nicht rausvoten. Einfach nur was verfahren. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Aus Prinzip immer flattig. Ich bin schon mit dem letzten Scheiß raus, da habe ich mich rausgeredet. Ich habe es immer geschafft. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe. Ich bin eine Arbeiterbiene. Ich habe letztens eine Runde mit Eisley und ich habe danach echt nur noch gestrieren. Ich habe dich nicht erwischt. Mozzarella und Mirate. Komischer Typ. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Mir vertraut jeder. Ja, ich habe dir einmal vertraut und dann warst du Imposter. Und du hast gewonnen, weil ich es nicht gedacht habe. Ich kann das Spiel halt gar nicht. Deswegen vertraue ich dir gar nicht mehr. Das ist kein Trouble in Terroristown, da kann man nie logisch reden. Da muss man Räume kennen und Aufgaben verstehen, das ist mir zu viel. In der TTT war auch gut. Wie lange du den Bonso und den schaffst du? Ich spiele halt einmal in Jahrzehnten. Ich kenne aber auch nur die eine Möch. Die andere Möch, das kenne ich nicht auch wieder aus. Ich kenne die alle, aber ich habe erst einmal gespielt. Aber ich kann nicht gut lügen, ist das Problem. Ich kann so gut lügen. Ich bin auch nicht, deswegen bin ich so... Ah, du sollst auch nicht lügen. Ein guter Mensch, der lügt nicht, der sagt immer die Wahrheit. Ich kann so gut lügen. Ich bin auch schon bei deiner Geburt gelogen. Wann brauchst du mir? Gibst du mir den Defuser bitte? Wer hat ihn? Du hast den entschärfer fallen. Wer hat ihn? Das war eine Scheißrott, den runterzuschmeißen. Er wurde zurückgeholt. Du hast ihn doch. Ja, du könntest hier defusen, glaube ich, am Fenster. Fast schon hier ist kein Mensch. Ja, das war so Fall vor, aber ich habe halt die Kamera drin, die die Ecke abäumt und ich wollte nochmal in den Gang fahren. Könnt ihr hier defusen, Leute? Wo ist denn der Defuser? Ich mache, ich mache, ich mache. Ne, mich nicht. Ich glaube, das geht. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich mache ein bisschen Krach. Oh, komm wieder raus. Kalt oben. Schaltung, Mozi, in meinem Hauptraum. Könnt ihr jetzt in den Nebenraum rennen? Ich habe den Wiggy. What the fuck? Wusst ihr, der ist hier stehen? Viertel Mods, die aufpassen, ist am Defuser. Ist rausgekommen, ist rausgekommen. Ein Gegner verbleiben. Aber den Mozi down. Sehr schön. Match Victory. Ich habe sogar noch einen Kill gemacht vor Ende. Ich habe die Kamera so gut. Das war stressig. Ich bin ein Killer. Nice. Lügen kann ich auch, das kannst du. Ich bin so gut, wenn ich lüge. Das sah so aus wie ein Einsatzquat. Eine Runde würde ich noch mitmachen. Die dieser sich über den Kopf greife, kommst du damit durchkommen. Bin gut. Ich will also gar nicht lügen. Ich will gar nicht lügen. Ja, irgendwann, ich kann halt nicht lügen. Ich bin dann immer so, ich will Leute nicht anlügen. Das war viel zu nett. Das muss ich aber anlügen. Dieser Wein, der will die Lügen erzählen. Ja. Die weinen, die weinen. Dann musst du einfach die Wahrheit sagen, aber so ironisch, dass die Leute glänken, du machst das gerade so aus Scherz. Also du musst dann wirklich so, ja, ich habe den Kill gemacht. Und? Danach bin ich gewendet, dann war ich. Ja. Ohne Scheiße. Ich habe den Kill gemacht, dann bin ich gewendet und jetzt lüge ich euch an, ihr Opfer. Das Problem ist ja, für Flattie bin ich dann immer sass. Egal, was ich mache. Auch wenn ich nicht sass bin, ich bin sass für Flattie. Das ist, weil du den immer so komisch spielst. Wohl doch. Also bringt mir das auch nichts. Nee, aber die anderen Leute, die glauben dann, dass du das halt machst so, also dass du das halt wirklich nicht ernst meinst. Das kannst du nicht jedes Mal machen, wenn du Impostor bist. Aber ein, zwei Mal kann man das machen. Oder du bist ein AFK-Impostor, das ist auch immer cool. Der hat denn neue Sachen bekommen? Ich habe auch, ja. Darauf habe ich einen schönen Charme. Was, du hast keinen Charme. Doch. Nein. Gelb ist es immer. Das sieht aus, als ob ich die an hätte. Gelb ist es sowieso immer richtig. Was, gelb ist es immer, das ist es nicht gut. Bist du immer gelb? Ja. Bist du immer Impostor? Ja, ich war es halt einmal erst. Und irgendwie sechs Runden lang nicht. Und jedes Mal hieß es, ja, ich wäre es gewesen. Ich so, nein, war ich nicht. Und ich kann halt nicht lügen, deswegen war es nicht. Ich kann halt auch nicht lügen. Und in der Runde, wo ich dann war, haben die dann auch sofort gemerkt, dass ich wirklich schlecht im Lügen bin. Anzolo, wo warst du? Äh! Weg. Ich war ganz warm, dass wo die Leiche liegt. Ich weiß nicht mal, wie eine Leiche aussieht. Du hast dich selber reportet. Nein! Ich war am Wochenende bei meinen Eltern und wir haben mit Holz gearbeitet und ich musste dann halt lernen und so und hab Spaß zusammengeschrieben und hab mir dann, weil mir langweilig war, hab ich mir am Langersten am Handy runtergeladen, einfach mal umzuschauen, wie das ist am Handy gespielt. Und dann hab ich ne Runde gespielt und war dann im Toster und hab jemanden getötet und wollte weglaufen und plötzlich wurde die Leiche halt reportet. Und ich dachte mir noch, scheiße, da war jemand. Der hat das gesehen. Und dann in der Besprechung seh ich so, hey scheiße, ich hab selber reportet. Und ich hab einen Laufstuhl gemacht. Oh, stopp. Jemand wird mich enttarnen. Und die dann alle sofort. Ja, self report. Und dann wurde ich rausgeblieben. Du bleibst draußen. Du bist es nicht nötig. Tücher 2. Man macht doch da nicht so viele Löcher rein, du Lochhans. Ha 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 ha. Oh ne, die schien wieder. Blöde, blöde Tante, mal nicht. Sollte ich grad umlaufen? Nein, die blöde Schwotze. Ich hasse die blöde Doku, die Schwotze. Oh, die hat sich gehackt. Nicht gut. Camps sind gehackt, ja. Ich steh auch ganz ungünstig da gerade. Ja. Oh, geh mir doch nicht auf die Nüsse. Einer hängt vorm Fenster, Blackbeard. Soll er weiter hängen. Äh, Klo? Was ist das Ding da hinten? Ich hab nen Bewegungssensor da. Ja, ich seh das Klo nicht, weil da sind die Bombe vor mir. Der verbleibende Gegner. Ist der letztlich jetzt Blackbeardy? Ja. Wahrscheinlich. Am Fenster. Rechts im Fenster hinten. Du bist voreit, ich renn vor, du wartest nicht. Ach so, die Kameras sind gehackt, ne? Ja, er nimmt auf die Tür. Geht hoch. Mit dem Fenster, oben am Fenster. Er ist hoch, glaub ich. Ja, er ist hoch, er ist nicht mehr unten. Ich hatte jetzt fast unsere Frost erschossen. Ja. Kannst du die kaputt machen? Ist er wieder am Fenster? Kamera? Zehn du mich nicht. Nö, können wir nicht. Tür war Rekade errichtet! Lassen kommen, 40 Sekunden. Kann einfach von hinter uns kommen. Geh mal onside. Ne, doch nicht. Alter, wie oft ich diese Tür jetzt schon wieder zugemacht hab, ne? Ich mach sie selber zu. Fenster wir? Oben, auf dem Fenster. Oben, rechte Ecke. Ja, egal, der kann nicht fänden. Der kommt da nicht rein, da ist meine Meistern. Der kriegt Damage, wenn er noch zu fänden. Der geht wahrscheinlich gleich über Badezimmer, wenn offen ist. Der geht wahrscheinlich gar nicht rein, aber... Komm mal rein! Deswegen habe ich da 43 Löcher gemacht. Meinst du, das ist groß genug gewesen, das Loch? Ich glaube, nächstes Mal geht es größer, oder? Davor haut der da überall in tägliche Ställe, die da existiert, ein Loch rein. Du möchtest einfach von hinten was gucken? Oh, da spielt einer Mira. Ah, komm. Mira, egal. Ich hoffe, dass da oben gleich jemand ist, der den Fuse davon abhält zu fusen. Dankeschön. Nein. Hoffentlich, dann sei Helga. Bitte ist der Jäger schon überarbeitet? Nein. Erst in der neuen Season. Jo. Kriegt der ACOG? Was für Gegner? Ob der das ACOG wiederkriegt, oder ob sie... Das weiß ich jetzt nicht, aber den sein Abwehrding hat ein Delay. Ich glaube, eine halbe Minute oder so. Im Endeffekt, das Ding wird nicht mehr ein Useful sein. Hm. Wir werden ihn endlich benüben können. Das, was wir uns schon in der Kindheit erfreuen haben. Ich glaube, hier kommt man durch. Sogar Fletti. Nein. 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 Ich bin sehr fett. Die Wand ist zu. Das ist zu. Das ist ja optimal hier. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Kannst du mal die Zähne putzen, dieser. Alle Außen-Camps zerstört. Irgendwer hat schon... Naja, genau. Wir haben wieder die Telefonfrau. Da ist einer. Willkommen zum Vater eingesetzt. Ich bin hier. 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 Übrigens, das Fenster ist schon offen hinten, ne? Da hat er das letzte Mal eben kurz einen Prozess mitgemacht. Okay. Und die haben eine Twitch-Drohne. Die ist offen. Warum sind wir alle hier unten? Weil unten schön ist. Hat jemand die Twitch-Drohne bekommen? Oder hat jemand von euch das Fenster ausgesehen aufgeschossen? Nein, nein. Das Fenster? Also die Tür? Fenster? Welches Fenster? Das Fenster sind jetzt beide Fenster offen. Mirer Fenster ist offen. Ist auch das hier vorne offen bei mir. Beim Service-End-Fitz. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Ich wurde entdeckt. Oh Gott. Hier doch vielleicht geht's fest. Oben ist einer drin. Die sind alle on-site. Kannst du die Tür da ein bisschen up-aimen? Die Tür vorne. Ich würde die wieder zu machen. Und wieder die blöde Dokkibi. Die war in der Sunlight-Sunshine-Bar. Wie auch immer die heißt. Sunlight-Bar. Blöde Schropze. Ey. Warum hab ich das nicht gesehen? Die Nomad und die Dokkibi sind in Sunshine-Bar. Ich bin nach hinten geguckt. Da. Achtung, über uns. Über dir geht auch an. Irgendwo haben die eine Zero-Kamera-Unspott. Ja. Ja. Die machen halt überall alles auf. Da war einer. Jetzt schon hab ich mich verkämt. Kann ich sagen, wenn wir drin sind. Nein! Oh, das hat mich gerettet. Ich hab einen Nomad-Diffuser-Down-Hallway, aber da von oben kam noch ein Patcher. Ja. Ihr steht da richtig beschissen. Zwei Leute und Ping kommen da. Das erhoffe ich mir. Ich bin mitgedrohen. Ich werde gleich halt beide gedroht und beide da erschossen. Ja, ich auch. Es wurde schon gedroht. Ich wurde entdeckt. 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 Da sind drei Leute vor der Tür. Ein viertel Nomad. Planted Kitchen. Rechts. Hinter dir. Da waren halt drei Leute. Ja, die standen da zu drücken. Ja, die standen da zu drücken von der Tür. Das war halt belastend. Ich hab sie mit der Pistone bekommen. Das reicht nicht. Ja. Ganz schlecht. Ich wollte eigentlich gar nicht uns dort bleiben. Ja, warum hast du es denn getoot? Ja, weil ich zu lange... Keine Ausreden. Keine Ausreden. Ja, ja, ja. Irgendwann mal eine Tür zu machen muss. Nein, den nehm ich nicht. Ich versteh' ich jetzt nicht. Ich spiel's hier mit dem Controller. Dann bin ich besser. Boah, das ist ne gute Idee. Kontro... Suchen wir nen Gamecube-Controller. Oh, jetzt bin ich grade... Jetzt hab ich grade spontan... ganz andere Sachen gekriegt als Corona. Oder was auch immer das ist. Krass. Alter, als der Controller... Ich sag ja, wenn PS5-Controller hier zocken, weil sie mit dem Adaptive Feedback, dann bin ich viel, viel besser. Ich möcht' den Gamecube-Controller. Oder der von der N64, der ist auch gut. Nee, wenn dann den vom NES. Der vom NES hat mir den Job... Der hat zwei Knöpfe reicht. Nachladen, schießen. Mehr brauchst du nicht. Und was ist, wenn ich nach vorne laufen will? Du hattest ein Dingipad. Das ist mir zu viel Arbeit. Stell dich nicht mal. Ich muss mich die ganze Zeit zusammenreißen, nicht irgendwelche Sprüche zu drücken, weil die würden dann automatisch auch gegen Lisa gehen. Lisa ist eh doof. Und wir haben auch hier nen... Ja, den Typen da. Ah, den? Den kleinen Jungen. Ja, den kleinen Jungen halt. Und dann noch den großen. Und den mit der Kamera. Hiiii. Nochmal. Die Gäbgen. Die Gäbgen. Ey, ey, ey. Können die hier mal was wegmachen? Ich hab keine. Er ist Russisch für Nudelsalat. Nein, Eiersalat. Gelackt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Au. Die hatte ich das letzte Mal ausgerüstet, da hatten wir. Mach mal da eine Nummer, Team. Das Dorfgerät ist bereit. Mensch, das ist jetzt sicher. Ah, das ist die Natalie. Ich weiß es nicht, es war die Jahre别. Ach, du bist so nicht. Das war die Schmerz. Ich weiß es nicht. Das war die Schmerz. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, Anna ist schon mal down. Äh, ich bin... Klein-Türn, Klein-Türn. Lass. Äh, müsste der Maestro sein, der angeschossen ist? Just saying. Dann mach ich mal ein bisschen Scheiße. In Billard ist einer. Ich hab kein Haarplatz. Wie sieht der mich? Frost. Ich lieg ganz brav hinter der Couch. Komm, komm, ist hier. Komm, hier im Gang. Oh, verdammt das wirklich nicht gesehen? Nur noch einer vom eigenen Trupp. Easy. Nein. Fast planned. Das war gut, ey. Ja, ich bin gut, ne? Das hab ich nicht gesagt. Hallo, ich hab defused. Ein blindes Fuhn. Ich hab die Chance genutzt. Ich hab da genagelt, mein Freund. Du hast mich gar nicht genagelt. Da waren Nägel auf dem Boden. Ja, war es nachträglich. Da war ich schon längst am planten. Siehst du, ich habe sie verhindert im Nachhinein. So, und jetzt spiel ich mal den Maverick, den Bäcker. Ich wundere, dass die mich hinter der Couch schon abgeaimt hat. Ich wusste, dass ich da liege. Ich wusste aber nicht, dass sie da eine Cam hätten. Streamst du auch gerade? Äh, nein, ich bin nur live. Also, ja. Ihr musste gerade wirklich nachdenken. Nee, ich war ja nur mal nachzudenken. Och, wir haben den AC-Multivitaminsaft bei uns. Geil. Wieso, könnte auch Pfirsich sein. Nein. Oder noch ekliger Maracuja. Ich muss was jetzt googeln. Maracuja-Saft ist geil. Ah, bringt nur Schwangere. Ey, du bist ja schwanger, Lisa. Das fließen wir ja. Ja, genau, natürlich. Hat man ja letztes Mal schon und vorletztes Mal. Uff. Warte. Lisa kriegt Kinder. Nein, ich bin nicht schwanger. Du hast letztes Mal gesagt, du hättest ein Baby. Food-Baby. Food-Baby. Das ist alles selbe. Baby ist Baby. Richtig. Baby, baby one more time. Warum wird mir mein Leben nur so schwer gemacht? Du spielst freiwillig mit ihm. Das bist du selber schuld. Ja, true. Ich werde meine Entscheidungen immer darüber denken. Wäre eine Möglichkeit. Kannst du auch von den Büchern da so umsortieren? Nein. Dies ist deine Schuld. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, ob ich ganz oben sein will oder im Regal. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Make your way to the bomb. Float it and defuse it. So wie dann fast bleibt, komm. Echt? Das wüsste? Na, ich glaub das wird dieses Mal nicht klappen, weil sie aeben's ab. Also ein Jäger ist glaube ich broken. Wenn die Diffusers fallen, dann können wir hoch den Fusen. Die Haupttürfe wird geöffnet, wollte ich bloß sagen. Da ist einer. Hier oder von dem anderen? Jäger auf dem Stair. Lass ich mal den Diffuser fallen für die anderen und komm mit. Wohin? Wo bist du? Wo oben? Ach da oben. Da oben sind die drei und dann sind die alle tot. Mira hinter ihrem Window? Ja, Mira nur. Es ist nur Mira hinter dem Window, ansonsten ist es frei. Ansonsten ist es keine Onsight. Ja, okay. Da ist er. Da ist er. Warte mal. So, jetzt habe ich keine Diffusers mehr. Ey, keine Diffusers mehr. Die Drohne ist aktiviert. Mira jetzt wieder kurz draußen. Ich habe vor dem Ding. Ich frage mal, ob jetzt mittlerweile jemand ist. Es ist kein anderer Onsight. Ne? Keine Onsight? Dann blende ich. Mira könnte jetzt irgendwo hinlaufen. Ich sehe sie gerade nicht mehr, weil meine Drohne kaputt ist und ich habe sie nicht geblendet. Mira. Mira ist nicht im Raum. Fertig geblendet. Fertig geblendet. Ja. Okay. Hinter mir. Ah, fuck. Einer vom eigenen Trupp. Okay. Eins gegen eins. Einer war draußen am Fenster. Einer war an diesem Nebenfenster. Gerade noch. Wo ich gekillt wurde. Geht zum Diffusers. Guckt zum Diffusers. Guckt zum Diffusers. Guckt zum Diffusers. Ist da? Kommt. Ist da. Ist am Diffusers. Diffusers. Geh. Run, run, run. Ja, der ist raus. Was war das denn? Er kam nicht mehr. Er kam nicht mehr. Was war das für ein Aim, Alter. Ich hab mich gar nicht mehr geaimt. Ich hab einfach nur raufgeballert, weil ich erst mal selber gebombt habe. Ich geh mich verbuddeln. Ey, es hat gereicht. Ich hatte den dritten Platz erobert. Wir haben gebombt. Ich geh mich verbuddeln. Vielleicht steht vor mir. Ja, natürlich. Ich bin der Beste. Deswegen steh ich in der Mitte. Du kriegst gleich von uns allen Schlägen. Deswegen stehst du da. Vor mir sein ist deswegen keine Leistung. So, aber das war's für mich. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne wieder. Ja, gerne wieder. Bin ich jetzt nicht. Boah. Was hab ich denn für ein Level? Ja, ich meine auch nur mit Lisa und mit Sam zu spielen. Ja, verstehe ich. Das ist jedes Mal eine Tortur. Ja, finde ich. Verstehe ich. Keine Ahnung. Ich kenne nur Miss Latina, wie ich es immer wieder lese. Ja. Miss Latina. in Amerika. Ja, natürlich. Gut. Ich bin dann mal raus, ne? Jo. Croquetta. Tschüss. Bye bye. Hallo. Hallo. Ja. Oh. Noch mehr Menschen. Noch mehr Menschen, ja. Äh. Dann müssen ich mich einladen. Kannst du mir joinen? Moment. Ich starte gerade erst das Spiel. Oh, vielleicht kann ich das hier zwänglich anlassen. Das wird Sinn machen. Riech das voll warm. Wenn du noch Spiel startest, dann kann ich kurz mein Fenster klicken. Weil hier ist ultra warm. Boah, wie dir ist warm. Hier ist kalt. Boah, wie dir das läuft. PAKITO! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mein Fenster hasse? Ja, du bist einfach nur so komisch, das aufzumachen. Ja, das ist voll komisch. Hi, Speedband, hi Akito, wie geht's euch? Wache, Gamer besitzen kein Fenster. Ja, das ist eh immer so, damit es wie im Keller ist. Du meinst eher, das ist immer zu. Die besitzen vielleicht schon ein Fenster. Nein, dadurch könnte Licht reinkommen, selbst wenn du deine Jalousie vormachst. Denk mal an das Kammerflimmern, was du dadurch eröffnest. Das Kammerflimmern? Ich weiß nicht mal mehr, ob das richtig ist, wie auf deinem Wort. Ich möchte mal ganz kurz was googeln. Ich kann dir leider nicht joinen. Kannst mich aber, glaube ich, jetzt einladen. Nee, kann ich auch nicht. Mäh. Ho, ho. Aber ich kann nicht einladen. Kammerflimmern ist eine lebensbedrohliche, pulslose Herzrhythmusstörung. Die durch Licht ausgelöst wird. Sag ich jetzt einfach. Kammerflimmern ist das, was man im Fernsehen sieht, bei diesen ganzen Arztdingern. Wo dann die Nulllinie kommt. Nein, das stimmt nicht. Nein, das ist falsch. Ja, eigentlich kommt keine Nulllinie, aber die machen das im Fernsehen. Das ist alles falsch. Kammerflimmern ist eigentlich, wenn du in der Besenkammer Sex hast, und das Licht flackert. Oh, nee. Haha. Bei mir hat das Licht nicht geflackert. Ja, dann würde ich mir mal Gedanken machen. War wohl nicht gut genug. That's my life now. Ja, ich hab's schon gesehen. Der dicke Mann will auch mitmachen. Das spielt längst schon nicht. Komm, Randa, Kito. Schneller. Könntest längst wieder da sein. Vielleicht ranket, was? Was? Schnellst du das Geschenk versteckt? Welches Geschenk? Warum hat Lisa kein Rank-Ratio? Weil ich mit dem Account noch nie Rank gespielt hab? Neeeee! Okay. Ich hab... Beim anderen Account hab ich Rank gespielt, bei dem hier nie. Und das wird auch so bleiben. Da will immer die Doppel-Null sein. Genau. Nee, das... Das sieht aus, als ob du ein Smiley. Ich find das besser. Und ich darf dich nicht logen. Du musst perchen. Oh, Akito, das ist fies. Warte mal. Ja, und Akito auch. Du? Ja, ich hab Akito. Hallo. Ich hab auch tausend Kekse ausgegeben. Du hast vielleicht eine Minute im Dialekt sprechen erhalten. Ach so, das ist dasselbe. Entschuldigung. Oh Gott, bitte nicht. Oh mein Gott, nein. Ich hab's verklickt. Oh, Akito. Das muss ich jetzt machen. Warte mal. So. Warte. Start mal. Warte mal. Ich warte auf Akito, das ist ja. Akito, hast du schon angenommen? Ja, ich hab ihn schon angelernt. Wie gestartet. Ach so, okay. Ich lasse dich auf. Es rief alle nöne, es schießt die Oleg, Jungs. Ja, ich mach das gleich, wenn das Spiel gestartet hat. Kannst du das dann bitte im Voice-Chat machen, ja? Dann knall ich dich ab. Was? Einfach nur ein, wenn du ein Call im Dialekt gibst, dann knall ich dich ab. Ich bin nur prozentig. Boah. Ich bin nur prozentig. Da ist ne Toblerone unterwegs. Mann, connect mich doch schneller zu den Servern. Lass die Server ruhig in dich reingleiten, denn dann funktionieren sie erst richtig. Äh, okay. Ja, es sollte gleich soweit sein. Ja, ja. Wurde jetzt eigentlich schon mal das Gesicht von Nöck gezeigt, seitdem sie da ist? Nö, ist vielleicht besser so. Stell dir einfach Angela Merkel vor. Nein, ist Angela Merkel da drunter. Oh, geil. Kannst jetzt mal Akito purgen, ich hab 1000 Dollar jetzt dafür ausgegeben. Wie ist das fast Level 200? Ja. Nein, ich hab, ich hab, hä, was hab ich gemacht? Rotomobus ist ausgestattet. Du hast Akito immer noch nicht gepurcht. Ja, ich hab. Was ist das? Ich hab immer wieder. Ich hab jetzt 2000 ausgegeben, ja. Ja. Purchtet endlich Akito, danke. Hab ich schon. Ja, dann wird heute nix mehr hier. Ich glaub, ich muss das Spiel neu starten. Oh. Oh je. Ich will nicht connect. Einfach Uhr bewahren. Ubi mockt dich. Mann, warum arbeite ich für die Über- Ja, geh nicht mal beschweren. Ja, lieber nicht. Oh, sad. Weiter war ich mal Mod. In der Zeit, wo Rainbow startet, rühr ich meinen Kakao um. Ich geh mit'n Mixer holen. Ubi, bist ihr fertig, werdet ihr einfach. Ach so, ein Mixer? Hä, hab ich mit dem Mixer? Ubi, Alter, man. Und seine Stimme zu übertönen. Ich würd' ja sagen, selbst, dass ich jetzt ernst hab mit nem Mixer vorm PC? Ich kenn ihn lang genug, um zu sagen, ja. Ja, aber... Ja, eben. Das ist... Das ist ja das Schlimme. Er macht sowas halt auch. Ey, ich muss jedes Mal, wenn ich an Flatty denke, muss ich daran denken, wie er bei Zanderkapp seine Katze vom Nachbarn geschrien hat. Warte, was? Da warst du auch zur Fall, Lisa, bei Zanderkapp. Oh! Und Flatty. Katze hat irgendwie... Das ist ja eklig. Der hat die voll angeschrien, da gibt's nen Kipp. Du hast ne Katze angeschrien nach der Zanderkapp. Ja, Flatty. Der hat Katzen angeschrien. Flatty hat ein Hirn wie Nudelsieb. Flatty, weißt du noch vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, der Zanderkapp. Okay, das war's. Dann kann ich das nicht sagen. Was? Du kannst Flatty fragen, weißt du noch vor 10 Minuten? Da weißt du noch gestern. Da weißt du wahrscheinlich noch nicht mal, dass wir uns auf der Gamescom getroffen haben. Ich hab so viele Leute auf der Gamescom getroffen. An Lisa kann ich mich erinnern. Ich kann mich nicht an Lisa. Wahrscheinlich auch die einzigste Frau. Ja. Hä, du hast mich gesehen? Das weiß ich doch nicht. Ich bin auch ne Frau, du Wichser. Meine Katze hab ich eben auch schon angeschrien, weil die mich gekillt hat. Nein, wir sind vier Leute, wir sind da und mir geht alles. Nur du bist wieder unsig. Also was du jetzt tun musst, du startest jetzt Uplay einmal neu. Das ist die... Hab ich noch gemacht. Dann installier Uplay einmal neu. Das ist Methode Nummer zwei bei Rainbow, wenn was nicht funktioniert. Ich lade dich mal. Connecte dein PC nochmal neu zum Internet. Im Notfall installier ich Rainbow neu, das dauert eh noch 10 Minuten. Oh ja, alles klar. Klappt die Einladung. Hätte ich schon dreimal. Suche nach Aktualisierung. Hä? Wenn ich Rainbow neu installieren müsste, würde das nur drei Tage dauern. Ist okay. Nur. Wenn ich Rainbow neu installieren müsste, müsste das fünf Minuten dauern. Ja, rein schnürte die Nase. Das nennt man Wohnheims-Internet. Dafür habe ich keine Privilegien, kein Essen und ich lebe auch nicht richtig. Ach Gott, woher war ich? Also ich hatte damals im Internat auch Internet. Das war im Jahr 2000. Da habe ich... Und 2000 noch auf der Schule warst. Da war, äh... Das war ja Internat. Da war ich 16. Aber das Internet war... Ich weiß nicht, was es war. Es war da. Das 2000-Internet kenne ich auch noch. Ich konnte mir nur... Ich habe mir dann immer Filme gezogen über Emul. Mit Mehrfach-Connection habe ich das ganze Internet vom Internat weggesaugt. Das waren ja noch Zeiten, Alter. Ja. Und deswegen wurdest du rausgeworfen. Nein. Ich habe immer Filme für die... Für die... Wie hießen die? Nicht Mitbewohner. Wie hießen die Arbeiter, die da arbeiten? Ich weiß es nicht. Betreuer. Die Betreuer da. Wir hatten immer so zwei, drei Betreuer. Von acht bis... Okay, so nennt man das bei dir also. Bis 22 Uhr waren die immer da. Die haben dann auch immer Filme gekriegt. Hattest du auch so eine... Hab dich lieb, wirst du so? Nein. Also, haben dir deine Betreuer sowas gegeben? Nein. Ja, 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 ja. Ich war nicht der Irre. Du kannst es ruhig zugeben. War nicht der Irre. Ich bin trotzdem mit dir. Wir wissen sowieso, dass du die Irre bist. Ich glaube, ich kann mal ein Match machen. Ja, komm. Wir machen mal ein Match. Bist du fällig bis da mit deinem Windows 94 Rechner? Okay, ich habe Kinder öffnen. Ich finde ein Match. Was, du willst Kinder öffnen? Nein, Tinder öffnen. Vielleicht finde ich ein Match. Das darfst du eh nicht pumsen. Das ist Corona. Ciao. Favela ist wieder drin. Oh nein. Oh nein. Äh, Favela war mal draußen? Oh, ich kenne doch die Map gar nicht. Oh. Mann, das ist die. Da schießt du einfach in eine Wand rein und du tötest jemanden. Ja. Die war jetzt eine Weile draußen. Ich muss gleich mal in den Circle gucken, ob Flugzeug drin ist. War die dann season 2 draußen oder was? Nee, die letzte Woche war die noch drin. Draußen. Ah, okay. Zwei ist schon acht Jahre her. Oh Gott. Ja, vielleicht habe ich dieses Jahr insgesamt immer, wenn die neue Season draußen ist, einmal gespielt und mich danach nur noch abgefuckt. Ja, Klassiker. Und dann bei, als jetzt diese Season rauskam, hatte ich zwei, drei Posts gemacht, dass ich mich noch an den alten Sam Fischer erinnere. Was, Sam Fischer? Hast du einen Sprinter sehen? Ja, dann gibt es einen Rainbow jetzt. Oh Gott. Der ist Hero. Das ist der... Oh, der ist nicht. Der ist gut, der ist gut. Ist das der Grund, warum ich sehr traurig war? Wieso? Weil man mir lieber ein neues Winterfell geben kann, als einen neuen Rainbow Operator. Okay, ich starte jetzt die Minute. Und jetzt rede nur mehr Hochfleisch, okay? Äh, nicht mehr Hochfleisch. Oh Gott. Okay, aber du redest jetzt auch so in-game. Weil wir haben einen Random. Ja, natürlich redest du. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich bin ja auch Random. Ach du. Nee, da war ich Random. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Fuck, das ist voll schwer. Sie lassen uns überhaupt nicht so. Oh mein Gott. Ähm, um reinforcing. Okay, nein. Ich muss... Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie möchte irgendwas haben. Oh lol. Lisa ist ja komplett schwarz. Ja, ich bin... Äh, ich bin... Ich schaue cool aus, ja? Fassist. Nice, oder? Ja. Das war der jetzt erst der A4? War das übervollziehbar so? Es bleiben noch Dinge. Ich habe nicht zu besorgt, als ich das Spiel war. Ja, aber ihr habt denn vorher schon gespült mit dir. Ich habe was gehört dazu. Boah, ihr habt irgendwie hoch. Was hast du abgespült? Hast du irgendwas abgespült? Hier ist alles Greenforced. Hier ist nichts Greenforced. Warte, unten ist alles Greenforced, du Arsch. Ja, ich kann wieder nochmal reden. Ja, ich habe nichts verstanden. Ich verteid dich dann von A, ne? Hey, Klappe. Hä, warum haben... Wo ist ein A? A, A, wir haben noch einen. Pappy, du schaffst das. Wo hast du gefingst? Äh, unten. Der kennt nach unten. Ist der da? Ne, der ist kleiner. Der war draußen. Also, okay. Wäre gut, Pappy. Achtung, hinter uns, hinter dir ist... Hinter dir, Platt! Die! Guck nach, guck nach, guck nach. Du kannst von beiden Seiten aber geholt werden. Wo? 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 Aua! Ich glaube, ich habe noch keinen Rechner neu. Ja, aber bloß. Ich sehe ihn. Ich weiß, ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Der rennig... Klettert hier draußen rum, als wäre er ein Relaxo... Relaxo? Jetzt hat er sich irgendwo wieder angehängt? Ich sehe nichts. Ich habe runterfallen sehen. Da guckt er, pass auf. Ist er danach geläftet? Ich habe keinen eigentlichen Ding mehr. Äh, kann man das mal bitte klippen? Danke. Danke. Es war gut. Ich will den nicht nochmal. Ich habe drei Kills gemacht, ihr Luschen. Ich will den nicht nochmal. Ich will den nicht nochmal. Ich will den nicht nochmal. Die habe ich alle noch nicht. Komm, ich nehme den Bandläufer. Oh Gott. Der macht auch ganz random und so. Random? Nein, will ich nicht. Random? Den will ich auch nicht. Das ist gutes Random machen. Ja, aber Flatti beschwert sich bei mir immer, wenn ich das mache. Ja, weil du nicht dreimal drückst. Du drückst neunmal. Bis du das hast, das du brauchst. Hat er auch gerade gemacht. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe beim letzten Mal sogar selber ausgesucht. Ich habe die halt alle schon mal gespielt heute. Ja, und so mache ich das auch. Ich will jetzt einfach durch die Wand laufen, Lisa, okay? Ja, darfst du. Danke. Gerne. Jo, tschüss. Tschüss, Feppi. Keep loading, 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 loading. Und PC aufgestimmt sichern. Nee, nee, nee. Ich kann nicht laufen. Nee, warte mal nicht. Doch, hier sind ausgesucht. Nein. Ich mach ausländisch. Wo neben seid? Eingang abgesperrt! Fällt dir hier jetzt noch ein Fenster, ne? Hm, Moment. Ein Fenster. Ich mach dir auch. Ja. Na doch. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich kenn die Map halt gar nicht. Ich hab's gar keinen Plan. Du weißt in Ruhe ein, die müsstest du kennen. Nein, eben nicht. Die war Year One. Die Gegner haben eine Bombe lokalen. Weil hier das Ein-Auge und ein Cabera reinkam. Schau mal nach, ob die von unten kommen. Wir haben eine Drohne, ein Weapon. Oh, ich bin spottet. Keiner. Hier, bei mir. Hier, bei mir. Schild bei mir, Schild bei mir. Bei mir ist Schild. Einer outside, einer outside. Dann für, bei mir ist Schild. Bei mir ist Schild. Montage. Schild bei mir. Ja, da bist du. Ja, immer noch. Ja, soll ich das denn noch brüllen, Mensch? Keiner kommt. Ja, Moment. Wer du bist? Ich hab dich in den Namen verliegt. Ich bin immer noch ge-Emped. Hier ist Vetscher. Oh, shit. Oh, fuck. M2. Ach, Leute, ey. Mehr als grün kann ich nicht. Wir sagen, wenn das da Montan ist. Du bist. Du weißt, wer ich bin. Du brauchst dich einmal angucken. Du guckst nach Namen. Ja, das war mein Problem. Ich hatte einen Gegner vor meiner Tür. Du schreist Schild bei mir. Und ich hab nicht mehr auf die Namen geguckt und renn dann erst mal zu unserem Schild. Unfähig. Ich nehm echt den, nehm ich nicht. Nö, Raspi, was? Okay. Der Random Faktor hat entschieden. Soll ich den nehmen? Okay, ich glaub, wir gehen rein. Wieder da. Guck. Vielleicht nicht gut für dein Herz. Du jittest dich rein. Ich schieß dir in den Kopf, wer mit dessen. Okay. Unter dem. Und Feppy spielt Sam Fischer. In Nicht-zu-Cool. Kann Amaru eigentlich auch bei Castle? Nein. Nein, nicht gut für dein Herz. Ja, ich weiß. Aber mein Team ist so unfähig. Weißt du, was soll ich da machen? Probier's mal. Vielleicht muss ich auf Sächsisch reden, damit die mich verstehen. Ja! Das verstehe ich. Wir müssen eine Bombe aufschmieren. Ich kenn mich hier so gar nicht aus. Nein, da bin ich versandterdurch. Nein. Nein. Das ist auch ne Sprache. Das ist ne Totensprache, das wie Latein. Das ist ne Totensprache, das wie Latein. Ähm... Ja. Oh ne, Doc. Hm, bei welchen Fenster gehe ich da noch rein. Jetzt geht mein Rainbow. Keine Ahnung, was das war. Ja, Rainbow mockt immer mal Rainbow. Mal. Rainbow ist wie Valorant. Niemand weiß, wie es funktioniert. Nein, das hat in 10 Sekunden. Und es funktioniert auch nicht. Ja, deswegen. Das ist der Honigkuchenhut. Du musst neun Gegner anlächeln und sie danach umbringen. Dann kriegst du den. Geil. Wo ist ein Fenster? Warte, Fett, 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 Maschinen. Fett, ja, Perfekt. Das war jetzt nicht so schlau. Ich will Cree down. Äh, den, äh, dem, den Spiegel. Der Grün lebt noch. Hier im Raum ist keiner bei B. B ist leer. Genau da drin, wo ich hochreppel. B ist leer, Leute. Ja, ja. Nee, aber B ist hier drin. Ich will mich auf dem Weg zu dir. B ist hier mal drin, ich hab grad reingeguckt. Ah, hier ist einer. Hier, 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 hier. Alter! Der ist aber da unten. Jetzt ist B clear. Ich muss nur so nebenbei. Wer hat ein Defuser? Du wie du. Ich. Du dann nicht. Deswegen sagst du, man bleibt stehen. Geh rein, Baby. Och, komm, ich hasse es. Mann, kannst du mal hier blenden. Ist keine Bombe, oder? Nein. Deswegen hab ich gesagt, ich bin ein Fett. Okay. Ah! Im Waffenraum ist Frost. Ja, genau da. Äh, kommt über Armory. Einer in den Treppenhaus. Okay, Treppenhaus und Armory. Da. Du hast gerade ge... Treppenhaus noch? Du hast gerade ge... Ach ne, das war der Random. Einfach warten, Flitzi. Ich hab... Muss die Scheißbewegung sein, so. Rechts von der Tür. Dein Random ist auf den Treppen. Hier. Kann grad nicht gucken. Der Hock da. Den könntest du holen, Flitzi. Ja, einfach warten. Warte einfach. Warte einfach. Wenn beide Formulierst du gleich mitbekommen. Hock da. Ja, Claymore, nice. Und dann Nixer, auch in der Tür. Gar nicht wahr! Oh, das ist egal. Pass. Geht sich aber nicht mehr aus, Mann. Ja, schön. Da lügt ihr mich eiskalt an! Was? Der war auf der Tür und ist eingelaufen. Wer hat die Scheiß Garage gesprengt? Welche Garage? Die Garagentür, wo die Valkyrie und so weiter drin war. Ach so, ja, hallo. Ja. Lief doch gut. Kannst du nicht aimen, und dann krieg ich da ein Herzchen. Aber das funktioniert. Ja, dann hättest du schon ein Schrei wie eine Valkyrie. Hättest du ihn nicht gekriegt, hätt ich sie gekriegt. Also ich bin bei einem Fenster rein und genau bei dem Fenster saß der Doc. Das war so klar. Okay, haben wir Geisel? Ja. 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 Kannst du springen. Kannst du die Luft springen, ja. Geisel heißt Fressi Live, ne? Also schau, dass Fressi Live hat. Und dann kann Fressi nicht springen. Wieso nicht? Weil er der größte Superheld der Welt ist. Ha 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 ha. Schmeich. Naja, wo du recht hast, ne? Bin auf dem ersten Platz. Fressi Live, Fressi Live. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschieben. Ich verstehe das. Kijian. Okay, und jetzt auf Spanisch? La Küche. Warte, Kitchen und Orange oder was? Kitchen und da oben. Ja, ja, Kitchen und Tante. Eigentlich müssen wir ja direkt wieder reinrushen, ne? Hier kannst du halt gut reinrushen. Ja, direkt unten durch. Ich hab mir noch eine Frage. Weiß ich nicht. Ja, schön, Feppy. Ich hab gar nicht gehört, was du gefragt hast. Warten die das? Ja, wir erwarten das nicht. Ja, das war, da war einer hochgelaufen. Bip, 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 bip. Kamerad destroyed, eingetötet. Hargis eingesetzt. Bip, 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 bip. Flappino, Streuspringstack. Rauchgranate wird eingesetzt. Ich bin hier runter. Da oben war einer. Welcome at destroyed. Jemand getötet. Oder kill assisted, irgendwie sowas. Bip, bip, bip. Frost down. Okay, zu laut, Junge. Rein in die Olga. Wuuuuhu. Ja, schön. Hier sieht man einmal Unfähigkeit. So sah es bei der Frost auch aus. Ich habe keine Jäger gesehen. I am the jumping, Junge. Jan, sieht ja nicht schön aus. Der sieht aus wie ich. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, bloß ist er dünn, athletisch, sportlich. Der ist wie aus dem Gesicht geschnitten. Wunderschön, ein Gott. Sexy. Genau wie ich. Dann würde wir die Kinder kriegen wollen. Hat Lisa mich gerade anmejaut? Ja. Alles klar. Nein. Doch, hast du. Ich gehört. Haben alle gehört. Ich habe nicht miau gemacht. Doch, man hat miau gemacht. Nein, ich habe rarung gemacht. Erzähl. Ich miau auf sächsisch. Genau. Alles klar. Gut zu wissen. Man lernt nie aus. Yay, Flugzeug. Ach nee, doch nicht. Ich wollte mal in die Web-Rotation reingucken. Ob Flugzeug noch drin ist. Du hast noch nie Probleme in Valorant gehabt? Valorant läuft gut. Sie sind von Riot. Alter, das Forth Shutdownt mein PC ständig. Ja, richtig so. Ist ein komisches Spiel. Ja, ich bin ein PC-Kack. Ja, ich bin ein PC-Kack. Genau. Äh, pfuah. Also Valorant ist echt noch nie Probleme hier. Läuft dich. Läuft dich nicht gut. Keine Ahnung, bei mir hat das für euch richtige Probleme. Ich kriege immer Probleme, wenn ich Casual sehe. Casual hat es oder so Probleme. Ich hasse Casual. Also ich weiß nicht, die Gegner spinnen so komisch. Nicht nur in Casual. Nein, das ist ja generell. Valorant ist für die meisten halt 100% rein. 100% immer geben. Egal bei was. Spielst du Deathmatch, 100% da. Kein in Rainbow-Spiel. Ich habe nur Ranks und Ben, dann mal an Ranks. Casual macht es mir immer Spaß. Da geht es um Ranks. Wer ist denn die, wer ist dieser, wer ist dieser No-Skill hier? Also was ist das hier? Oh, wir spielen gegen eine, äh, Linke Banane. Nee, äh, Gurke. Die Waffeln liegen. Waffeln. Kann nur einer die Wand da, äh, die, äh, hier verstärken, na, danke. Nein. Machen, sonst gibt's Schläge. Ich muss dafür bloß hier den ganzen Blick nach unten trennen. Zehn Sekunden. Ich bin auch ne, äh, Impact. Gott sagt, ich bin still. Oh, Bitch. Oh, gut. Der Gegner hat eine Waffe lokalisiert. Macht euch andere verhalten. Da, sind wir alle weg? Hup! Danke, vier Schaden gekriegt. Na, nicht so schlimm. Oh mein Gott. Vier Schaden ist heftig. Ja, Schaden macht das hier keinen Unterschied. Los geht ja schon los. Ja, wir schaffen das. Kommt, Karl, komm. Oh, Fenster. Du, die meins ernst. Oh, oh. Rechts auf dem Rechts an der Seite war einer rechts der Seite. Ja, ja. Feuer, Schaden, ich leide nach. Da ist Bug. Ich sehe nix. Sehr schön. Ich sehe wieder nix. Hatten ein paar Hits bekommen. Zeig. Schön. Ist tot. Hatten ein Pokeballer bekommen. Carrier denied. Carrier dadurch ist davor. So hier hinten war auch noch irgendjemand. Äh, upstairs, upstairs, Qs. Gar nicht mal so hoch. Äh, hier. Sledge. Perfekt. Da war aber noch was. Ist ja der Fuck. Ne. Äh, Jana noch von dem Panther. Oh, was war das denn? Äh, Rex ist erst. Der Bug. Fuse. Ja, ich sehe ihn. Bug down. Achtung, Achtung, da vorne ist einer. Ah, da ist einer. Ich hab bei B ne Cam. Der ist vom Fenster. Ähm, im Hallway, beim Stachelgraben, in der Doppeltrück. Wien? War da hinten? Richtig. Ist hinter diesem, den ist oben, das hier. Achso, äh, da ist ein Gegner. Fuse ist vorm Rausen, beim Cam. Achso, vorne, vorne. Wir sind jetzt sogar auf Beil, oder ist die, Splinter, Splinter, es ist wieder raus. Drauf gehört. Fuse ausschaut, ich kenne es drinnen. wieder drin. hinter uns, hinter uns. Lerntet. Nice one. Der andere war hier. Ja, das war der Kamin. Sehr schön. War das ein Skillshot? Das war geteilte Arbeit. Jeder hat einen Kamin gemacht. Ziemlich gut. ESL fähig, definitiv. Ich wollte gerade sagen, ja. Sie ist hinter dem Dings. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich finde es sicher, die callen in der ESL auch so. Definitiv. Einer im Dings da. Ich sehe, einer hat eine Puppi. Also, sowas spricht mir irgendwie wieder an. Der spielt jemand mit Waffe. Es ist bestimmt noch eine Wasserpistole. Akito, du bist nicht gut genug. Ich verstehe es. Gut. Da stimmst du was, es gibt es ja Pings und dann da. Ja, drehst dich einmal im Kreis, dann weißt du wo. Seit 9 haben wir ja die Zahlen für unseren Ping. Ist ja auch okay. Ja. Endlich kann ich zu Leuten pingen, guck mal da. Ja. Ich hab einmal just for fun mit Freunden versucht, GSA mitzumachen. Wir wurden einfach 7-0-Hops genommen. Oh, oh. Für die Gegner war das einfach T-Hahn. Ich wurde noch nie so es hauseinander genommen. Ja, was soll es sich ja anführen? Und dann wirst du besser? Und am Ende bist du so gut wie wie heißen die denn? Ja, wir haben das gewonnen. Also, da wurden wir nicht 7-0-Hops gemacht. Nein. Dann da klar, das heißt die Mischung aus ein paar Leute, die sich so zusammenfinden und ein paar Leute, die es töten. Schweiharts und ein paar Leute, die... Weg da! Weg da! Das ist dran! Auflassen! Ich lasse auf! Ich lasse aus, Papa! Papa, ich habe aufgelassen! Hast du vorhin gemacht? Ich lasse auf, Papa! Ich lasse auf, Papa! Lob mich! Gleich! Moment! Du hast das super gemacht! Ich weiß doch nicht was! Ich lasse auf, Papa! Ich lasse auf, Papa! Oh! Spank, du bist sicher! Spank mich! Spank mich! Spank mich wie eine der französischen Mädchen! Spank mich wie eine der französischen Mädchen! Spank! 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 sie doch keine granate hier ist nomad ist gar nicht mehr so gut ist hier über uns aufgemacht die hohe er ist da ist er nur noch nomad hier ist er springt runter ganz unten bleibst du da das kann doch gar nicht sein lauf mein junger gerett weg folgt ihr nicht hallo bierze katze und die schulter ist die feine mietze katze das war ein taktisch ich wusste nicht wo sie war das ist gar das dahinten gesehen ist die feine mietze katze pokémon go gibt es auch in doch rainbow so heißt das spiel möchtest du mal ins mikro sprechen hier sag was auf spanisch warte was ich hab zu viel black eyes und davon spiel ich das was black eye okay hast du verstanden ich hab black guy und ich war die ganze Zeit was was er hat was mit dem schwarzen ist doch nichts schlimmes ja nein aber ich hab überlegt welche operator ist das das hab ich auch nicht mitbekommen ah castle clash ja aber dann nennen wir die doch beim namen und wir auch vor allem clash lecker ja wie heißt denn hier die russin mit den drogen da drogen pinke ah dankeschön ich nenn die immer woman eva hat es klar alles klar lass mich doch hier drunter so fett bin ich doch Ich bin da nur vorbei gerannt kann man so viel glück haben ich glaube das sollten wir nicht rein doch ist tot ist der auch zu anderen fronten hier im nebenraum ist einer das hier guckt einer da ist eine maestro okay mach auf achten da kommt einer am flur da hinten beim weihnachtsbaum falsche taste hast du alt gedrückt f4 oder ja mit z gedrückt hinter der bar ist übrigens meister auf valerant pinken auf valerant ist auf z ist richtig ja achtung bei der majestik haben wir eine die können auch andere farben das ist aber schon was hartes zu sagen kein zee anstoßen und ärmel runter rutschen und hände waschen das ist schon fies und die hose rutscht runter die hose rutscht hoch beim kacken oh mein gott du kackst du kackst du hast eine hose überhaupt an jetzt ist jetzt so du kannst wir haben heute wahrscheinlich unsere chefin im zee gebucht sie wollte einen schrank auf die seite haben die arbeiten bisschen angeschoben vielleicht ein bisschen zuviel wir sind in weg da war der kleine ziemlich da war der kleine zieht plötzlich auf der anderen seite des ist drei punkte für gryffindor ganz oben ganz oben ganz oben ganz oben ganz oben ganz oben ganz ganz oben ganz oben also wir werfen jetzt mit brandgranaten ich möchte eine napalm bombe hier aufsteuern befinden dann brauchst du auch einen abschussserien ich möchte etwas reinwerfen dass ich nichts sagen darf ich vergesst es immer dass ich hier dieses blöde nachfeim dort nachfeim überall wo man es braucht hier kommt der nachfeim man mache es nicht mit deinen drachen auf zu pressing oh tatsächlich was getroffen ich sehe nur rauch ich sehe immer noch nur rauch nein nein jetzt haben wir mal lieber ah das ah unten lang red wo red unten auch möchte jetzt nicht mehr darunter immer du bist da wo ist unser kollege ah super oh fuck die demo ist begangen äh hinter der bar maestro ich bin so klein komm rote beete flattig rote beete ach so was zum werfen hier da ist die maestro kämpf das war entschärfer ist jetzt gesichert maestro und frut ah ellen rein rein what bomb am entschärfung eingeleitet entschärfer beschütten und entdeckt jawohl ja lassen liegen er hat das recht was fick dich man hier ja nein ah button spray einfach nach links und rechts ziehen irgendwann trifft man ne dass der mich nicht gesehen hat hä warum hat die nicht auf dich geaimt keine ahnung die wollt ihr wahrscheinlich gucken ob die den reviven können ja weil die doch schwach sind wenn die weiß wo du bist er wusste anscheinend wusste es es nicht kapital hat kein barb mehr hat er nicht mal einen ne oh macht schon ziemlich gut ich ich glaub das nicht ja natürlich ich hab alles weggeweist denkst du denn bist du mal nicht da da haue ich richtig rein ich hab jetzt nicht verstanden ob wir gewonnen haben oder nicht ja ich hab gewonnen in einer stunde müssen wir schluss machen was so das ist ja erwartung hä was ja der neue tachanka kommt auf den live server nein hä den haben die nur noch mal genervt hä die haben den doch noch mal rausgenommen der war doch scheiße der war doch viel zu stark nein der war auf dem tts server jetzt ne länger ja der war doch scheiße der war doch völlig op hä der kommt heute auf den live server warum bringt man den nicht gleichzeitig mit der neuen season heißt du wie sucht da ein anderer tja dann machen wir es halt richtig leute dann spielen wir nochmal ne runde tachanka ja jetzt noch den alten tachanka spielen letzte chance will ich aber nie doch ist das ist ja kacka warum bringen die denn jetzt der war doch völlig op mit seiner komischen knarre da achso ne warte ich muss ja noch naja jetzt wird er nur noch op ja ho noch op ja der typ kriegt nen granatflammenwerfer ja das ding kannst du über die ganze map hauen ja warte ich glaub tachanka war das was ich äh womit ich äh äh ne hab mir schon eigentlich den zuspielen was hast du mit dem gemacht ja mir fehlte was bei tachanka oh tschuldigung was fehlt ihr da das sieht man gleich wie wenn man meint tachanka sieht ich glaub ich hab das noch richtig an hast du das einhorn an mein monty ist rosa mit vieler mein monty ist rosa mit vieler jaaa hehehe gibt's hier fenster gibt's hier fenster gibt's hier fenster gibt's hier fenster ich kenn mich hier nicht aus wir fehlten zwei packs aber ich wollte kein geld mehr ausgehen fenster ich suche fenster woher fenster ich suche fenster woher fenster ich suche fenster hässl und so äh da ist ein fenster da ist ein fenster da ist ein fenster die gegner haben eine bombe lokalisiert verteidigung entsprechend planen da ist eine tür da ist ein fenster da ist eine lisa ich mag die map nicht ich mag die map nicht ich auch nicht ich mag die map nicht ich auch nicht ich hab die uhr kaputt gemacht was sah denn los wer hat auf die uhr geschossen geschissen manse Der kriegt schon wieder Krieg. Die Stachel, der hat gesehen. Oh, wie ist das? Dieser Sack ist schwarz. Ich seh voll gut aus. Muss töten, muss töten, muss töten. Schwarz, mein Papgamm sieht voll gut aus. Ich höre nix. Okay, du renn mir nicht vor die Frelinte. Ich möchte da vielleicht noch einen gehen. Was zur Hölle? Oh Mann. Der Rücke. Warte, Wander 2, Wander 2, Wander 2, Akito. Ja. Schau mal raus. Achtung, ihr könnt jetzt kommen. Jetzt durch ran, Flippi, durch. Links, 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 links. Gehen, linke Seite. Oh, ich hab die Erdschiff in der Luft zerstört. Okay. Hologramm da, man rennt wahrscheinlich außen rum. Rechts von mir ist auf jeden Fall die Nomad. Komm rein. Haben wir keinen mehr im Raumfahrt? Komm rein, komm rein gleich. Och Mensch. Hier ist jemand. Hinter dir. Bleibst du da? Elektro-Einsatzhild ist vorbereitet. Oh, das ist Nomad. Ja, nice. Ich bin rein. Du fliegst. Ich mag das. Hä? Hä? Gibt man das noch? Ja! Kito, wie ist jetzt der Typ bei dir gestorben? Was? Hä? Wie ist der eine, der dich erschossen hat, gestorben? Ich bin gar nicht. Ich weiß es zum Beispiel. Ach so. Ich weiß nur, dass es ein Arschloch ist. Richtig. Oh, was hat er gemacht? Na ja, was für ein Level ist er, wenn er noch nicht Level findet? Von seinem Movement und Aim her ist dann niemals Level 84. Meine Güte. Außer er hat einen guten Gamer Stuhl. Das FBI ermittelt gerade gegen Wahlfälschung. Auch nicht schlecht. Echt? Soweit ist es dort gekommen? Jo. Ich habe aufgehört. Mein Kuppelset liest mir täglich die Tweets von Trump vor und das reicht mir aus. Die kann man nicht ernst nehmen. Na, ein fucking aus. Ich habe bloß einen Tweet noch mal kurz geliked. Äh, nicht geliked, äh, getweetet. Geliked, ja, ja. Geliked. Ich habe geliked, als er sagte, I won und ich war ja. Endlich. Danke. Wir brauchen zwei Impacts. Wo brauchst du den Impacts? Da, wo der Fappi zu macht? Ja. Okay. Dann mach ich mal rechts. Ja. Und links sind wir auch noch. Also, dort jetzt, wo Fappi... Ja, ja. Er ist offen. Notations an. Eine Weste braucht noch. Hat jemand von euch Ahnung, äh, also Erfahrungen mit dem K-Force Report? Jupp. Finde den gut. Boah. Mann, das glaub ich auch. Äh, hier Fenster. Ja, manchmal lokalisiert. Wir haben die klicke auf hier geschaut. Achso, der Chat ist relativ gut anrufen. Ja, ruf warm. Und da, wie ich da so ein Toniliefte. Die Leute heute anrufen, dann hab ich mir gesagt 50... Tür, Tür bei mir, Tür bei mir. Da, hier war einer aufgeb... Ja, der ist in started draußen, aber ich hab... Alarm platziert. Du kannst jetzt glaub ich immer noch machen. Äh, Clash, bei mir. Ja, wo? Hinter mir. Hier, hier, hier. Achso. Mal oben. Kann man schon mal reinschauen. Juppie! Komm nur hatt! Komm! Juppie! Komm! Juppie! Juppie! Komm! ist wieder draußen hallo hat nur zwei vom fenster mindestens dann laufen wegen sich vermutlich woanders hin ist aber noch hier am fenster ja jetzt aber noch ja man wieso ist ja nicht gestorben ja full life so für ja genau ja da wo ich jetzt gerade mit dem flash war in dem raum nicht bei ihnen vorbei könnte recht sein vermutlich ja er hat die so viel erledigt aber die erste leider nicht schön sehr schön sehr schön wie viele leute ich suche hier noch so Also ich hab gerne Lack. Hast du was gegen Lack? Kennst du dich damit außer Kito? Mit Lack? Was machst du denn mit dem Paywall sofort? Was ist denn los? Die haben mir angeblich Geld zurück überwiesen, haben sie aber nicht. Und es geht um 60 Euro also. Wie ist die Taschengeld? Stell dir mal nicht so an. Kosten für den Support. Für den netten. Der Student, der nichts hat, sagt ja, ich gebe dir recht, ganz klar. Ich hab mir gestern noch einen Spiel gestellt. Meiner fällt auseinander. Ein Gaming-Store der Hackenton? Was? Ein Gaming-Store der Hackenton? Ja. Cool. Werden sie schon gefunden? Werden sie noch so mehr FPS? Also mehr FPS fang ich aus. Eure Drohne hat alle Bombe gefunden. Mit meiner Kraft. 10 Sekunden bis 1. Wir haben Witschel. Außen schon 1.93, dann kann ich noch aufrüsten. Also hab ich eh vor irgendwo. Oh, da ist ja gar kein Fenster. Ich hab grad die Kamera verfehlt. Oh, 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 oh. Du, oh, 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 oh. Treppe, Treppe bei mir, Treppe bei mir, Aki, du. Wie heißt die, die Russen, die Polen? Ela? Die Russen, die Polen? Okay. Russische Polen, meinst du? Ist tot? Ich glaube, sie war Berlinerin. Ich kenne mich hier nicht aus auf der Map. Injured, irgendwie? Wo muss ich denn lang? Zum Objective. Ja, ich suche das die ganze Zeit. Direkt vor der Bombe. Covering. Haben wir nicht so durften. Hier war einer. Ah! Der ist rausgekommen. Nein, der verbleibt. Letzterer. Plente, Plente. Ja. Bombe am Entschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Oh Gott, mein Aim, Alter. Ich muss noch mehr spielen. Ich bin stolz auf meine Leistung. Ich auch. Jemanden irgendwie injured und noch jemand getötet, von dem ich die Nationalität nicht kannte. Dürkischer Pole mit Migrationshintergrund. Warum? Ist bei mir Lisa ganz oben, aber ich werde als MVP angezeigt. Achso, wir haben gleich viele Punkte. Lul. Du kennst das Prinzip. Wenn man gleich viele Punkte hat, wird immer der Mann zuerst gezeigt. Ja. Deswegen ist Lisa oben. Ja. Aber Twitch ist eine Frau. Also. Es. Nein, Twitch ist keine Frau. Lisa ist aber keine Frau. Jeder Operator ist in Wahrheit ein Mann. Ja, wir gehen ja jetzt nicht von Sophia aus. Hast du sie nach ihrem hier Gender gefragt? Ja. Ich weiß viel mehr Dinge. Nein. Ich weiß viel mehr Dinge über Twitch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nein. Rainbow hat mir einfach gedacht, dass Heft-Dingsbums von Twitch sind so meister. Ich wollte immer noch in die Mapvotation reingucken. Finde ich voll okay. Könnt ihr mich mal einladen, in die Mapvotation reinzugucken? Wahn. Okay. Oh, ich möchte den Gegner putt putten. Nein. Was? Ja, ich meine... 5. Ich möchte den Kopf streichen. Ich zähle mit Lisa, ne? 6. Oh fuck. Ich habe fast weggeklickt. Der ist gut. 7. Oh, es geht schon mal. Das wechselt gar nicht. Du hast 7 mal gedrückt. Ich habe es gesehen. Hab ich gar nicht. Hast du wohl. Lisa hat jede Taste angedrückt, außer Bestätigung. Mhm. Miau. Was kann denn Sam? Der hat so eine Kamera, die er überall durchschießen kann. Und die kann ein Laser abschießen. Boah, Feri, gib mal deinen Arsch her. Laser. Ja, aber ich kann die überall durchschießen. Das ist richtig. Das ist ein Gegner seine, ne? Mein Segen haste. Du... Du hast denn halt ne Doppelwaffe. Dann hast du vorne auch nen Laser rausgegucken. He? Du Scheiße, Alter. Ich schieße dir das durch den Körper durch. So. Er lädt mir schon wieder. Rezivo. Feuer klar. Scheiße Lava im Kanar, aber laden nicht. Hä? Ist doch völlig gedrückt. Ja, jetzt. Aber letzter bei uns. Oh. Kann's aber auch sein. Der Useless lädt wieder am längsten. Das ist mein zweiter Count. Er hat ne Nuller KD, ist ein Zwölf. Seit wann ist jetzt Uplay Ubisoft Connect? Schon seit zwei Wochen oder so. Ja, Zündung. Und Ubisoft schickt mir jetzt, heute, grad eben ne Mail. Ubisoft, äh, also Uplay wird zu Ubisoft Connect. Ja. Danke, hab ich mitgekommen. Das war noch drei Wochen echt. Wann kam denn Watch Dogs raus? Wir müssen eine Bombe aufrufen. Ubisoft Connect gibt es seit... 3. 2015. Oh. Weil eigentlich... Weil eigentlich wollten wir das bei Watch Dogs Release machen. Ne, hat's ein bisschen früher rausgebracht zum Glück. Ah, die haben ne Valkyrie. Ah. Guck doch mal die Gegner an. Ich will die fotografieren. Oh Gott. Was denn? Mach den Hubschrauber. Blackree hat nur 997. Ne, schlecht. Ein Satz in 10 Sekunden. Hallo Mr. Black. Erstens mal sagt man zuerst Hallo. Hi. Ne? Zweitens schreibt man seit mit D. Man kann das keiner verstehen. Ich hab's den Hubschrauber falsch. 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 Zeit und Zeit ist da nicht so schwer, Mann. Immer nur denken. Seit wann? Wenn du fragst wann, dann musst du immer das Hubschrauber machen. Und sonst ist das Hubschrauber. Ah. Oh Gott, Walter, was war das denn für eine Frau gerade? Das war ne Valkyrie. Nein, ich meine die, die bei uns gestüllt hat. Ja. Das war ne Valkyrie. Hi Akito. Hallo. 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 Oha. So, da haben wir den ersten erledigt. So, wie geht das jetzt? So geht das. Ah. Ich bin der O. Da ist der O. Verrechst. Die Kamera weg. Ist der O. 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 Schade. Nein, der ist nicht los! Ah, schade. Wo? Erst rechts, dann hinter dem Tisch, da bei Twitch. Da hinter dem Tisch. Moin. Ich kenn auch keine Cards, ich hab jetzt 2.000 Spielschulden. Ja, das kann nicht jeder. Einfach hier sagen und dann ping. Ping, Mann! Ping mir die Frauen! Das weiß ich ja. Ach, hier ist die Dschungeltante! Was? Die eine hat doch dieses Dschungeltarnnetz. Was hat denn noch? Du musst hier hingehen und das mit der Melee-Attackung. Melee! Ah, was war das denn? Hab ich gehört. Einer ist beim Piepser drin. Marge ist positioniert. Hm. Kann ich so bestätigen? Wir haben da ein Ding gefunden. Nur noch einer vom eigenen Trocken. Oh, der Hock schlägt die ganze Zeit da, glaub ich. Ne, tut er nicht. Wo war der? Eingang, da wo ich gestorben bin. Rechts von dir war der Horyx. Der Rest weiß ich nicht. Ah, rechts von dir. Okay. Schade. Na, ich bin in der Trocken. Alter. Speed. Hätte ich besser treffen können. Ah. Es triggert mich bei TikTok auch immer. Seid und Seid. Und was die Leute auch nicht verstehen ist, es gibt kein... Nimmt das nicht mit Humor. Da könnte ich... Da dreh ich durch. Nimmt das nicht mit Humor. Alter, es gibt... Nehmt. Nehmt. Humor. Ich kann... Ich schreibe aber... Seid auch noch mal falsch. Ja, aber Seid ist nicht schwer. Nehmt und Nehmt ist eigentlich auch nicht schwer. Oh, warte, 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 warte. Äh, ist... Ist Bug immer noch mit seinem Recoil so hoch? Wie ist das aus? Der hat ja nur die Recoil. Okay. Gut. Akito vertraue ich... Also... Also bei mir fragst du tatsächlich den Falschen, weil es sagen auch alle, dass Smoke SMG Recoil hat, aber die hat halt keinen Recoil. Der Bug hat eigentlich auch keinen Recoil. Ja. Wie hoch ist eure Maus-Sense? Äh, 800 und Endgame auf 8.8. 800? Ich schalte mal runter, Endgame. Also 800 TB und Endgame auf 8.8. Okay. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bei 10.000 TB und Endgame. Ich kann auch nicht auswendig sagen, aber das hört sich bei dir so wenig an, das glaube ich nicht. Ja, es ist es auch. Also wenn ich mich umdrehe, muss ich ruder nicht beaufpassen. Okay, Nevermind. Gut. Ich habe aber meine Maus-Sense hier auch generell auch 25 nur. Ah, 10.007. Die dann auch 20.10. Alles klar. Ich habe eine relativ hohe Maus-Sense. Ja, probieren wir das. Wenn du mit 10.000 spielst, ist meine Maus-Sense. 10.000 geht gar nicht. Du musst halt alles runterstellen. Ja, wenn ich da nieße, drehe ich mich 14 mal im Kreis. Muss ich mal hin. Auf 8, bitte. Auf 8.8. Dann ziehst du doch nicht. Render-Scaling auf 25%. Klar, dass das so gut läuft. Render-Scaling ist bei mir normal auf 25%, weil ich sowieso nur mit Full HD gucke. in der Position und entschärfen sie. Ah, jetzt habe ich die 100. Ich glaube, ich habe aber auch 800, wenn ich im Game bin. Höchstens. Kino und Rekalist sind sehr schlechter. Achso, ich bin ja gar keine Clash. Willst du nicht? Nee, aber ich habe schon so einen weißen Punkt vorne zum End. Warum bin ich keine Clash? Das habe ich nicht auch. So habe ich nur noch 20 HP. Irgendwas hat er mich geschossen. Clash kannst du mal zu mir kommen. Ja, wir sind jetzt Clash. Wir haben keine Clash. Pass auf, da sind ein paar. Ich weiß nicht, wo. Rechts war einer, dann habe ich. Da ist keiner drin. Hier ist einer. Und auch hier ist jemand. Also zu B könnt ihr theoretisch rein. Ja. Nicht nur theoretisch. Plente, Plente, Plente. Kann es nicht planen? Oder lass fallen, dann planen ich. Lass planten werden. Ja. Oh nee. What the fuck? Irgendwas hat mich erschossen. Von oben. Ja. Das wäre jetzt ungünstig. Ach genau, über uns ist offen. Aufpassen. Ja, ja. Das habe ich gecallt. Aber ich wusste nicht, dass der mich dahinter ist. Äh. Oh, nicht euer Ernst. Doch. Oh nein, 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 nein. Was machst du da? Du saufest. Was machst du denn da? Was war das für ein unfähiges Ding? Der schlägt drauf. Der kriegt drauf. Ja. Schön. Sehr schön. Der eigener Tokart Gegner eliminiert. Hat doch funktioniert. Guck, wir haben einen guten Akito gerade. Jetzt haben wir auch killen können. Ja. Durch die Tür. Durch die Wand. Durch die Tür. Ja, ist eine große Tür halt. Also merke in der Tür ist man vielleicht hier eine Wand. Okay. Guck mal, Crash. Die hat so Vorhänge vor den Türen. Right. Holzvorhänge quasi. Deswegen bist du so. Oh, den kann ich auch nicht. Das möchte ich nicht. Doch. Gesundheit. Hä? Er hat doch gut geämmt. Er hat das gut geämmt. Passt schon jetzt. Die flamet mich immer. Verständlich. Bist du halt echt nicht gut, ne? Die Bomben sichern. Du bist nur Ping Nummer 3. Das Video ist sowieso kack. Nein. 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 Das ist wie wenn du einen Frosch küsst. Ist das gut? 5 Sekunden nach Ich mache das nächste G-Runner Überwachung der Bomben verstärkt Der Gegner hat einen Entschärfer Du wirst entdeckt wenn du in dieser Zone bleibst Nice Fuck down Ich bin von irgendetwas getroffen worden Warte, die Profan Von unten Ob sie wussten, dass ich da stehe Ich habe keine Ahnung What the fuck Oben Draußen, draußen, okay Hier ist einer Hier Bei 4 Sind zwei 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 da Zwei Wussten die, dass ich Ja, aber haben die Hacks an? Die können durch Wände gucken Was ist denn ein Fischer? Flash Ich kann den nicht ficken Achtung Achtung Einer Deck Könnt noch einer kommen? Ja, sind zwei draußen gewesen Drei Leute nach oben am Dach Äh Ich sehe draußen nichts, ich habe weißes Fadenkreuz Nee, du kommst ja nicht weiter Nein, nein, nein Soll ich mal rausgehen? Ja, Mann Ja, Mann Bieten der guten alten Zeit Du rennst vor Der Deutsche kommt nicht daher Ah, da ist elf Das ist sie nicht Das siehst du Was macht ihr denn für eine Scheiße, Mensch Nein Ja, das ist Das war eine Elite Oie, oie Woher wissen die, dass ich hier bin? Mission gescheitert Das war meine Schuld Da habe ich dich leider getroffen Weil ich bin komplett durchahimt Sorry Das stimmt durchahimt Woher? 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 Woher hat sich den Kopf getroffen? Der wusste ja, dass ich eine Ecke liege Me leid Wusste, dass ich unter der Wand sitze Der wusste alles Boah das wahrscheinlich Woher ist wahrscheinlich Kann das nicht sein Der hat dich random getroffen Nee, die ersten beiden Wo ich getroffen wurde Das erste Mal wusste der, dass ich da an der Ecke liege Hat er von unten was gegen gewurfen Und das zweite Mal, äh War ich woanders hinter der Wand Hat er hinter geschossen Und ich habe keine Keine Zero-Cam gehört Beck, kannst du mir verzeihen? Ich würd ihm nicht verzeihen Nö, ich hab schon Nein, ich mein den VLAN Kannst du mir verzeihen dafür? Nein Ich würds nicht tun Also mit Geld kann man doch überreden Ich verkäufe euch die Rechte an Fappy Hä? Nee Die Bomben sichern Ich lege Lisa obendrauf Ja Das geht nicht Moment, du willst Lisa auf mich legen? Ja Nein, so funktioniert es Das ist not how this works Hallo du Hallo Hallo Wie meine letzte Freundin Einfach verschmutten Zugang gesichert Erst noch Zigaretten holen Mensch Das sind meine Eltern seit meiner Geburt Mein Vater auch mình Wir können noch zugemacht werden K Oh no Ein Schrocken Kein Schritt weiter ran wir ich fick den gleich kann doch nicht wahr sein wie der einfach wusste dass ich wieder da bin also deiner mutter erzählen ich habe nicht tab und alt wieder gedrückt hier ist einer gleich hinter dir findet ihr an der wand hier jetzt rennt er hier lang ist hier 22 22 hier zwei hier ist einer hier ist einer ja ich mag hier die doch die ganze zeit blätter 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 da blätter nochmal blätter an der stelle wo ich mag es recht acht und im kleinen raum ist ein loch links um die ecke ist der diffuser links um die ecke ist der diffuser ist nicht immer eine doch nicht auf meiner ehe seit acht jahren keine claim ob er den diffuser gesehen weil das eigentlich standard ist ich möchte zu meiner mama die will ich nicht mehr war die auch zigaretten holen die ist gerade noch alkohol trinken flugzeug ist da nicht mehr dabei stimmt wollte ich ja mal gucken warum ist das draußen ich will flugzeug spielen jetzt sofort auch grenze und favela will doch keiner spielen mal favela schon nein niemand spielt favela und coastline doch favela ist das beste nein doch flugzeug hätt ich auch gern drin oh mein gott ich hab was vergessen ok jetzt ist es auch schon egal ich mag haus das beste map nach flugzeug der bereich sich eigentlich gar nicht welche map wird jetzt noch überarbeitet eigentlich alle skyscraper charlie wurde jetzt jetzt charlie weiß ich ja guck mal falls du haus nicht bekommen hast wurde hausgewiebel halleluja kannst du das mal leise machen bitte was grünt mir da ins ohr bitte was grünt mir da ins ohr grünt mir da ins ohr bitte was die schnauze bitte was das war ein bisschen beladigend ist ok Lisa ist ein opfer die ist normal ein opfer ja das sowieso ein männliches opfer ein opfer ein opfer ist ein mordopfer nein dieser lebt noch ok ich habe gesagt ein opfer ok das sah halt ein bisschen komisch aus wie wir irgendwie schon mal auf arbeit mit einer machete und einem teppich durch die stand grrr das sah vielleicht ein bisschen komisch aus ok erst erfahren wir dass er der chefin den zeh abgetrennt hat und dann lief er mit einem teppich und einer machete hm muss dabei noch arabische lieder singen da wird es lustiger ich glaube fast die chefin hat das glaube ich nicht überlebt und die war wahrscheinlich im teppich ja ich glaube der c ist das einzige was noch vor ort ist ja 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 weiß nicht was das gerade war aber ich habe angst wir gerade geklärt aber jetzt hier die kack mit wurde jetzt überarbeitet wenn der nächsten nein ich meine jetzt hier wie mit dem turm okay du hast auch kein recoil du weißt nicht mehr was gut ist er muss denn schon sein wir sind in einer demokratischen gesellschaft wo es einfach böse was das der erneuerung diese solarpaneele kann er nicht wahr sein das eine fenster eben immer ab wo ich gestorben bin da sitzt einer direkt vorm schreibtisch links hier einfach plan anhalten ich habe ich mehr finden hier geht hinten lang ist wieder da warte mal ich habe keine kamera noch wo ich noch die kamera hier ist hier ist eine dingens keine ahnung da ist eine bummens da ist ein gegner guck da ins fenster rein guckt aus dem fenster raus sitzt hier genau hier bei der 2 hinter so einer hinter so einer vitrine guckt raus genau hier genau auf der 2 Achtung dieser hier ist eine kapkan treppe bei der Achtung kapkan treppe hier im raum ist keiner glaube ich wer hat diffuser ich sag euch wenn einer reinkommt einfach dahinter liegen hab ihn hat mich bloß kurz erschrocken ich glaube da oben in der ecke über dir war ein IQ äh war eine Vagcam links oben links oben sieht man das noch da links oben ja da gerade markiert über dem doppelfenster links rechts links schwäche gerade gehabt rechts links schwäche gerade gehabt oh ja wir brauchen nur einen 4 speed operator link oh nein ich hab nicht gepickt jetzt bin ich line ich mag den doch nicht kannst du ihn bitte französisch aussprechen nein 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 oh mein Gott nein 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 das möchte ich nicht je m'appelle Blackbeard kann mir jemand helfen ich möchte das nicht lion aber es ist doch falsch franzose zu sein das weißt du doch man Elbandi Weisheit akzeptiere ich diese aussage Elbandi sagt es ist falsch franzose zu sein und ich verstehe das Sprache ist scheiße mein Name ist französisch hallo akitö also nein nicht akitö 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 also so ein akitö 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 was ist los wieder jesuila akitö ui ui möchtest du französisch lernen französisch ist so ein halbes heavy metal nur in hoch alter und zeit für eine runde her französisch kommt da da einfach schiesse ich mir ins knie der biogefahrgutbehälter muss hier ah le dröhne ist gespawnt hallo le dröhne ist gespawnt hallo le dröhne ist gespawnt es über bell dröhne reaper hilf mir wo bin ich hier raus die drogen wirken wieder das ist keine Tür oben 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 ganz oben ganz oben hallo alter hast du den fetten Arsch die Treppen sind weg wo ist die Treppe da ist die Treppe verpiss dich wo sind die denn jetzt ganz oben da oben auf dem dach im keller im keller auf dem dach im keller ok ich glaub dass die same spots sind ich mach jetzt das dach mach jetzt den keller auf kannst du da reingehen ich hab nur ne vielleicht weißt du was denn du kannst das mit der Französisch tragen ich versteh dich nicht nein ich möchte das nicht warum nicht guck mal drüber ein Gegner boah du hast dich getötet ich geh mal hier ran oh le kill ah la mute le nicht la kack kack es tut mir leid dass ich ein nerviger line bin Gegner durch Bäume kannst du durchschieß auch nicht da ist ein bärtiger Mann auf den Treppen Le oder lahmann oh ich hab ihn nicht getroffen ich hab ihn nicht getroffen perfekt ich kann das Ding natürlich also in einer ecke rechts kannst du mir mal danke sagen ich habe für dich die frostmatte weggemacht nein das war das mit dem langen baguette das nur weil ich random leihon das ist ja ausrichten können Aaaaaaah Aaaaaaah Ich muss glaube ich wieder mal in die Klappsmühle Ich spiel mal Eder, die kann ich nicht Ich muss einfach mal Operator spielen, die ich nicht kann Guck mal, da ist hier noch ne Franzose Ella? Du musst Boah Anketo, du musst random nehmen Und, und Castell Castell, aah Oh Gott Du musst das Castell Aufsichern Steckt dir ne Banane in dein Ohr Ja, ok Steckt dir ne... Oh Ich hab den geistlich minderbemittelten Hai Auf meiner Waffe Ich mag den Waffenspin auf Eder Das ist besser Ich bin hier auf einmal los Ich weiß es auch nie Helft mir einfach Dir kann man nicht Dir kann man nicht mehr helfen Du hast es nicht gesehen Ach, das kennen wir schon Wir reden aber nicht darüber Weißt du, er ist nicht doch hier schon Er redet auch immer Was war, ich will es auch wissen Er hat gerade ein Kind geboren und hat Jeffrey genannt Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt Ja, wäre jetzt nicht mein Besten am Fall, ok Also, würde ich meinen Namen Aufsuchen Ja, würde ich schon Jeffrey James der dritte heißen Gut, gut Na, schlöse sind reichtelegant getötet Ich hab die Sophia oder irgend sowas in der Im Basement müsste einer rein sein Also hier im Ja Dort Huh Oh Einer mit Schild War ein Blitz, glaube ich Dann lassen wir ihn reinblicken Du bist ein Schädel Keiner mag dich Dreck Spanier, Alter Oh Hey Che geil Ich mag's auch Ich hoffe, der wird von Stier nachts überrascht Ist der Spanier? Ja Oh, ich wurde identifiziert Ich werde sterben Das kenn ich Ha, ich hab nen Blitz Vorsicht, du wirst verfolgt Jemand hat meine Bilder ins Internet gestellt Checkl hat mich gefunden Sie sagten exposed Jemand hat dich im Weg hier Also entweder warst du ein Exposier Nur bei mir ist einer Da möchte ich nicht Wie Sophia auf der Couch chillt, Alter Was ist denn bei dir? Ah Können wir checken? Danke Ich habe jetzt keine Ohren mehr Kein Problem Das höre ich öfter Blabagwild, ey Boah Ich sehe nicht da den Kerl Was? Hä? Woher? Wann? Was? Ja Äh, wie heißt das denn? Hier war schon ein kleiner Zwischenraum War hinter den Kisten Oh Das war nix Oh Jetzt darf er bleiben Vergegner Meine Fresse Ich hätte dich knapp wieder erschossen Ja, Alter Ja, war schon mies Also bei dem C4 Da musst du noch ein bisschen fett, dass du weiterwerfen kannst Ich habe schon bestimmt ein Jahr lang keinen Siege mehr gespielt Hallo Tisun Oh, Flawless Victory Ich bin Ceyla und Reform Ceyla und Reform Ich bin mein Ceybitch Wer ist ne Bitch? Was? Wie geht's dir Tisun? 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 Oh, ich krieg kein Alpha-Pack Oh Aber ein Beta-Pack Oh Ein Match geht noch Ein Match geht noch Dann ist dieser vielleicht Level 200 Bitte warten Die Daten werden akronisatiert Ja, tschüss, hörst du rein? Ja, tschüss Tschüss, ja Tschüss, guten Er hat uns dann verloren Also wenn ihr nicht mit uns stocken wollt, dann müssen wir sagen Bin ich raus Bin ich raus Ich glaub die machen grad schon mal ein Tenance, kann das sein? Ne 14 Minuten Wir sind noch drin Also ich bin noch im Team, ja Ich seh auch noch alle, jetzt nicht mehr Ja gut, bei mir sind halt auch keine Freunde available Ne Du bist bei mir nicht mehr online Ja merkste selber, ne Haben wir doch früher angefangen, wa? Ich kann mich noch einladen Ich bin bei dir drin, du Bananenbongo Also ich merk nicht Ich seh das im Stream sogar, dass ich drin bin Also ich seh keine Freundesliste Ich geh mit Ich geh zu Lisa rein jetzt Kann ich nicht, ich seh keine Freundesliste Ich bin noch Ich bin noch Ja ihr wisst, dass ich verplant bin Tut nicht so, als wär das was Neues Ich habe gerade mit Gazelle gewonnen Oh no Also dann les ich mir jetzt mal die Namen durch Oh no Oh no Asch Asch Wenn der Franzose probieren möchte zu sagen Asch Ich kann dir nicht beitreten, oder doch? Ne doch Ja doch Ja doch Ja doch Ja doch Ja geht doch Ja doch Bis denn ne Aus der Hinterpaket, mach es gut Bye bye Bis da Arschloch Du Schein nett sind die Ich bin nicht nett Sei Spanisch Bin ich Team Captain Äh ne Italienisch Ich bin Franzose, ich bin nicht nett Mamma mia Wer ist der Prinzess? Super Mario Das ist alles in Uganda Super Mario Luigi Nein nicht Meme Park Oh Oh Le Theme Park Ich hasse diese Map Die wurden doch von Christen erstellt Da ist ein Le Tigere Auf der Dörre Von Christen? Oh Gott Deswegen ist ja alles Deswegen ist ja alles chinesisch Das Bild Das Bild von White Cold Oh Gott Von wem? Von White Cold Von White Cold Im Gegner Team Oh Gott Oh mein Gott Das war ich früher Und heute Deine Lehrer haben sich immer gefreut Meine Lehrer waren immer traurig Dass ich mit der Wasserpistole durch die Schule gespritzt habe So lange so die Wasserpistole ist Am Ende war es nicht die Wasserpistole Ich habe auch immer durch die Schule gespritzt Ich bin immer rausgeschmissen worden Und понял Sorik Ja du hast was Anderes Meme Park Beste Nö Ich hatte sie scheiße Ich habe eine Twitch Du hast immer mit dem Tee durch die Klasse gespritzt Was mit Tee? Ich spritz gleich auf dich. Oh, akidoh. Und le vous coucher avec ma? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oh Gott. Es ist Corona. Die Bomben sichern das natürlichen Wahnsinn. Ach ja, die sind jetzt wohl im Disskopf denn. Warum habt ihr das geknippt von letztens? Ja, weil... Sachs hab ich nicht mir das anschauen, was er da... Soll ich das unter Strom setzen? Ich setz nicht, oder? Er antwortet mir nicht. Ja, wach. Ich weiß nicht. Haben die doch ordentlich geblüht, oder? Nee. Schade so. Sollte der Unpack länger werden. Jedenfalls. Unpack habe ich immer schlechte Erinnerungen. Man hat's wie in Ace mit Clash gemacht. Böses Auge eingesetzt. Nee, das ist aber hier eigentlich scheiße, weil das kann man schneller abschießen. Ei, ei, ei. Ich möchte gerne ein Kind fangen. Oh ja. Aber wenn es zwei, was ist das? Ein Löwe Baby. Ist vielleicht nicht so super jetzt. Oh, Schnauze, jetzt kommt's Löwe auf die Fresse. Wände wurden befestigt. Oh ah. Warte, zuerst muss ich netz sein. Hello. 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 Er redet sich mit mir Arschloch. Da grad warst du ein netter Randomer. Das warst ja du. Äh, Hibana. Ich glaube hier, das war Iyana. Ja. Ganz hinten durch. Ash. Liegt auf dem Boden, fahrt es doch. Die Nachlänevorgang. Ash ist entzündig. Die stirbt nicht. Was ist die denn? Und Spot. Und Öl. Ah, ich kaputt hätte nichts. Kleinevorgang. Kleinevorgang. Kleinevorgang abgebrochen. Er steht noch. Oh. War hinter mir. Ah, ich wusste es. Ein Viertelfuse. Zeig ja, der hat nichts mehr. Er müsste bei B sein. Hinten. In der Wand. What? Ich habe ihn gesehen. Oh, ich kann es aber leider nicht sagen, wo. Bei B hinten. Auf jeden Fall. Hinten links. Links, 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 links. Das ist ja random. Das ist ja random. Achso. Ja, aber hört er mich nicht? Ha, 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 ha. Bomben, entscharfer platziert. Schön. Ja, schön. Entscharfer aufgerührt, bevor zu zerstören. YouTube, hast du fein gemacht. Vulevuku scheu, wa, wa, wa. Oh mein Gott. Das ist auch eine französische Bedeutung. Das ist auch eine französische Bedeutung. Das ist auch eine französische Bedeutung. Genau so schaut es aus und nicht an. Space ist Jetpack. Ja, das stimmt. Z ist Zorro. Da kriegst du dann auf einmal eine Maske. Eine Zorro-Maske. Und wenn da ein Stroh rumliegt, dann weißt du, das war das falsche Spiel. Alter, ich wollte das überhaupt nicht weiterführen. Eine Arbeitskollegin von mir meinte immer, warum hier Stroh liegt. Ich dachte mir so, nee, jetzt fahre ich damit nicht an. Wieso? Hatte sie eine Maske auf oder nicht? Nee. Vor allem jetzt in Corona-Zeiten ist das mit der Maske gar nicht so nötig. Wie? Sie hatte keine Maske auf während Corona. Hä, habe ich auch nicht. Also in den Geschäften schon, aber beim Arbeiten nicht. Bei dem Firmenauto auch nicht, als ob ich im Firmenauto eine Maske trage. Ich muss aufpassen, ich muss direkt weg von Akito. Geht ja der in Österreich oder was. Achso, ja. Seit dem 1.13. Da steht seit dem 1.13. Das ist seit dem 1. Quartal in der 13. Klasse, daran erinnere ich mich auch noch. Da kommt der Versorgungskander, oder? Da, 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 da. Warum sagt ihr den Namen? Bei Traver war was. Was sagt ihr was? Weil das ist ein bekannter E-Sport-Profil. Da hat eine Bombe, du kannst hier. Da, 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 da. Biii. Du bleibst da außen. Du bleibst da außen. Sehr schön, Lusio. Äh, Joint Corridor. Weiß. Weiß. Was? Welche? Welche? Äh, der da. Nur noch ein Gegner. Da müssten die beiden sein. Ja. Alter, was war das denn? Gute Runde, Jungs. Was war das jetzt? Ich hab's gesehen. Was war das? Der wurde gekickt. Weil der halt zu lang gebraucht hat. Wieso? Meine Niere juckt. Was? Was? Okay. Kannst du bitte auch für deine Körper, also deine Körper in der Reihen außerhalb von dir zu lagern und zu kratzen? Äh! Das ist nicht normal. Gut. Ich spiele jetzt A.C.E. Ich krieg den random Monty. Ne, ist fast A.C.E. Ist auch ne Mann. Ich hab bei Monty voll den geilen Schildskin. Ist es der Mauer-Skin? Ne. Bist du der Weihnachtsbaum? Ne. Oh, der bin ich noch. Bist du das Eichhörnchen? Das Eichhörnchen? Du musst dir mein Schild gleich mal anfangen. Das Eiterhörnchen. Dann bei mir spawnen. Das Einhorn? Das Einhorn ist bei Tatschanka. Achja. Oder hat Monty auch eins. Monty konnte hier Schmetterling sein. Ein Schmetterling war das okay. Mich nervt's halt echt. Mir hat nur das Kack-Einhorn für Tatschanka gefehlt. Wir müssen eine Bombe aufschlösen. Dieser, du musst bei mir spawnen. Ehhh... Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Also, ich meine jetzt nicht meine Uniform. Ähm, ja. Äh, ein Jäger und einer mit einer Elite-Uniform. Äh, ESL-Uniform. Ja, eine Bombe-Uniform. Das, was die... Hi! ...schönen Leute halt spielen. Nee, Religieren ist keine Pflichtaufgabe. Dann gibt's ne ganze Menge Neues. Ja, das stimmt. Und es kommt wieder was Neues. Komm wieder voll cool. Die Waffe ist Teil meiner Religion. Einsatz für fünf Sekunden. Ein Leck gelohnt. Warte, will Trevor jetzt die Niere von Akito krapfen? Ja, will Lachen. Dann. Cool. Ich sag nur, wir sind dabei in Nachtsbaum. Lass ich mal den Schilz gehen. So. Der sieht aus wie ich. Der ist jeder Sau. Deine Mutter sieht aus wie ich. Ich hab einen Spieler. Möchtest du meine Spieler anfassen? Ja. Du bist mein Papa? Nein, deine Mutter sieht nur aus wie ich. Wie lang? Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir übers Fenster. Das hier. Geht das noch mit dem? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Der lacht. DerMonition ist leer. Das wurde auch überarbeitet. Stimmt. Opa. Ach nee. Direkt am Fenster Direkt am Fenster Direkt am Fenster, linke Seite Fliegt Da ist noch einer Ist natürlich draußen, ist draußen, ist draußen, ist draußen Fegt dich, kleine Sackratte, du, ich hoffe, dir wächst irgendwo ein Eiderpilz Ich hasse Leute, die rausrennen Der ist ja immer noch draußen, sind zwei draußen, könnte er jetzt mal, danke Ich hab einen erledigt Könnt ihr überhaupt irgendwas, Mann Nein Ich weiß Ja guck, bei mir steht eins, null, zwei Guck mal, da liegt die Guck mal Fackel sie alle ab Da oben hab ich ne Kamera, Lisa, da oben seh ich alles Wissen sie nicht unten rum Ja Guck mal was Sorry, I can Musst du da rum Packel ihn ab Kommt Kommt der über dir? Rechts Also er guckt Ich hasse das, wenn die das machen Da waren zwei Jetzt juckt meine Leber Dachte das Vor allem, woher weißt du das so genau, dass das deine Leber ist? Ich hab die schon mal angefasst Du hast deine Leber schon mal angefasst Ja Ich würd echt mal gern so einen Leber im Gehirn anfassen und so Würde ich echt mal gern machen Okay Ich möchte ihm jetzt auch noch mehr Gründen nie wieder begegnen Meine Ex-Freundin hatte schon mal ein Gehirn in der Hand Die meinte, das fühlt sich interessant an Ich hoffe, sie machte irgendwas mit Medizin und musste mal kurz in der Sie ist als Verkäuferin Nee Was, sie verkauft Eier? Was? Die waren mal irgendwie, also die hat Pflegerinnen, die waren da mal bei irgendeiner Bestattungsdingern Und da haben die den Menschen auseinandergenommen Ja, deswegen sag ich ja Ich hoffe, sie hat eine Pathologie gemacht und sie war auch berechtigt dazu Naja Wir müssen eine Bombe aufführen Hi! Fleigenstube, grüß sie, hi Wie viele Pizze kostet deine Nummer? 10 20, wenn du auch die zweite zahlen möchtest W-Lan mag nicht so sicher Oh Hörst du ein Horn? Echt? Nee doch nicht so rum, die haben Clash Ich hab, ich glaube Die haben Klasche Ich hatte Clash Noch 10 Sekunden Ich möchte die nicht Was denn du? 5 Sekunden bis zum Einsatz 8 Sekunden bis zum Einsatz Oh Gott, oh Gott, bei der auf... Ich hab mir wieder ein Ohrwurm Rück zur Bombe vor und ihr schafft sie 1, 1, 7 Irgendjemand ist raus Ja, damit ich nicht die Bombe kriege Jetzt rennen sie gleich wieder überall raus Ja Dann werde ich sie nicht erben, aber Ja Du hast Geld Willst du mich vielleicht beerben? Nein, es wird nur enterbt Ich kann dich begraben Das ist okay Es heißt ja, dass man Angehörige nicht im Garten vertraben darf Da steht der Melu, ich Also darf er mich im Garten vergraben? Ja Okay Die ist nach links, wechselt auf Nein, nach hinten Ich bin leider zu spät Da ist der Clash Da ist der Clash bei 3 Da ist noch einer am Flur, hier In 2 Clash und noch einer Genau hier in dem Raum Okay Okay Da ist der Tachanka auf dem Enemy pegen Warten bei mir Einmal Der hat den Kaffee rausgedacht, dass er einen eigenen Kaffee zerstört Hehehe Das haben wir euch aufpassen Da sind welche drin Wörst du auch auf, das ist mein großes Problem Wo kann man hier rum Dann Ich war hier Link 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 Das Loch Ja Warte lasst mich Warte Lass mich Auf jeden Fall das Fenster auf Hier trocken ist schon Soll ich flaschen und wir trocken einfach Wie gesagt Tachanka ist bei A mit seinem Tresor mit seinem Dingsi Okay dort ist einer Are you ready? Hau rein Hau rein Brille anziehen Brille anziehen Brille anziehen Brille anziehen Nein Mit dem zweiten haben wir jetzt nicht gerechnet Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Tachanka steht da an der Ecke Ich hab mich geholt Nice Die haben wir Ich hab gar nicht mehr Ich hab keine Tachanka steht in diesem kleinen Miniraum Fuck Nein Ich hab vor dem Miniraum Hustana kommt von rechts Ich hatte eher gehofft, dass es der 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 Shinobi ist Wer ist denn der? Der wer? Der Drohnenmann Echo Danke Echo war aber mit ihm zusammen Hibana ist mit Puls zusammen Das sind Videospielcharaktere Hört auf die zu schippen Nicht offiziell Also Er kommt irgendwann Ja Doch Und der Sohn ist Sivo Hör auf Mehr sch travel Das ist mal YouTube Ubisoft Wir haben das gesagt Das ist so Ich hatte den ja nicht Ich zwinge auch dieses With dem dieses Arena Dingsbums Da gab's so coole videos die die gemacht haben Ja Und da hätte der Polis ja welche Bahner töten können, damit die gewinnen. Ist das ein Verein noch 4? Weil der Renan nach der ersten Runde direkt rausgerannt ist, nachdem er gestorben ist. Das ist ein Hurensohn! Wenn du im Videogame stirbst, dann stirbst du auch in echt. Nein, das ist kein Hurensohn. Das ist ein Junge, von dem die Mutter sehr gut bezahlt wird, aber in anderen Dienstleistungen. Warum kennst du die Mutter von dem Typen? Watt ist verstärkt! Wer steht da in dir? Ich. Oh, schau. Hier bin ich, Schatz. Schatz, komm rüber. Ich kletter über die Wand. Oh, du. Hör links an, komm links an. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. 10 Sekunden. Wie auch immer du so viel Damage bekommen hast. Nur 82 habe ich noch. Ich habe nur 82 Damage bekommen. Ja, mehr als drei Schaden leben, treiben. Acht, neun. Was für drei? Acht, neun, zehn, L. Und jetzt alle singen dir in dieser Song. L, I, Z, S, A. L, A, L, A, G, E, R. Ich kann bleiben, so störe eure Hand. Das ist ein Typ, was er mit dem Ohren hat. Das ist höchstisch, das ist gegenseitig. Mach es nur weiter, ist okay. Just do it. Da drüben habe ich ein Fenster gehört. Schade. Mach den Huf, 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 Huf. Mach den Schrauber, Schrauber, Schrauber. Das war so klar, dass die hier... Ne, jetzt reinwerfen mal da oben. Ich weiß nicht, was du meinst. Ah, ja, 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 ja. Ist das irgendwo ein Mensch? Kein Stück weg. Das möchte ich nicht. Ja, still. Hä, von wo? Der steht bei den Stairs oben. Wie kann der mich da drehen? Ja, schießt du Metallgitter. Mama. Kremst du nicht, wo es lässt? Äh, Sivo, Kämme irgendwo. Zahn. Hm. Ich find sie nicht. Ich... Ich hab eine. Okay. Okay. Machen die Leckarsdelwands gerade auf. Ja. Hier auch. Wollen wir mal kurz da lang, Schatz? Die Bahne haben wir hier auch. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. Wow. Also mal die, die, die Zwischengangstern für ihr machen. Ich guck hier. Geh, geh, geh. Guck hin. Der Zwischengang wird langsam geöffnet. Ich breite in die Nadeln vor. Ich bin nur noch ein Gegner übrig. Jetzt aber vorhin bei der anderen Kastelwand. Ist offen. Kann rumrennen, kann rumrennen. Du hast mich gerade ausgesperrt. Nein, eingesperrt mit dem. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Okay, Papa. Der war irgendwie, ist irgendwo außen rumgerannt. Keine Ahnung. Volle Hibana. Ja, die ist außen rumgerannt einmal. Ich glaube, von rechts. Nee, 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 die war... Komm, die darf einmal ein. Die ist rumgerannt wieder. Zehn Sekunden übrig. Die laufen. Es bleiben noch fünf Sekunden. Wohin keine Zeit mehr. Sehr gut. Zeit, die wird jetzt gereicht. Deswegen habe ich dich eingesperrt. Ich habe vielleicht nicht verstanden, warum die jetzt nur mal rumrennt, aber war mir egal. Ich auch nicht. Ja, wie? Na, ihre Zeit. Hauptsache nicht letzter. Ich habe keine Gegner gesehen in die Runde. Ich hasse diese Karte. Boah, Junge. Ich hasse auch die Lep. Sie haben aber nicht gesehen. Das ist richtig. Das war jetzt gerade sehr viel Adrenalin. Ich bin bald Level 267. Bin ich jetzt Level 200? Ich habe nicht nachgeschaut. Nein, 17 Minuten Down-Dime. Ja, Arschlöcher. Was? Steht? Bei mir steht nichts. Bei mir steht auch nichts. Mach jetzt aber. Hat du toll gemacht, Lisa. Alles toll gemacht. Wieder alles kaputt. Echt. Ich bin so gut von Level 200. Ja, musst du jetzt Zielhandel spielen bis Level 200. Nein, das möchte ich nicht. Wenn du Terror hast, du so ein Spiel. Vor allem bei dir sind deine Alpha-Packs noch verfügbar. Bei mir sind die aber ausgegraut. Keine Ahnung, theoretisch. Aber das Interessante ist halt, ich sehe halt auch nicht, dass die Downtime ist wie du. Bei mir schon 17 Minuten. Ich sehe keine. Ich habe bloß halt, dass die Requirements nicht gematcht sind. Aber das vermutlich dann halt, dass wir, ich jetzt will ich gerade mal gucken, kann ich Terror Hunt einfach mal starten. Ich spiele auch Terror Hunt. Hier halt geht ihr immer. Ich will jetzt gerade gucken, ob das online geht. Also Solo geht. Ja, Solo müsste ja gehen, weil das, äh, ja, Auge. Ja, online geht's sicher nicht. Ja, hätte ja sein können. Ja. Nein, hätte nicht. Kack tun. Was ist, wenn es auf Spanisch hätte sein können? Wir spazieren. Oh, Elimination. Wir müssen eliminieren. Elimination. Ich sehe dafür, ich will nicht hier Sachen töten. Wie das jetzt machen. Was ist das? Weil Spass gibt es. Äh, im Teil ist sehr gut, dass ich da bin, aber manche von einem anderen ist, dass ich da bin. Ist das ein guter Entwickler? Ich meine, ich kenne jetzt den Moment mal einen, aber. Ich muss das sagen. Wie geil bin ich? Ich auch. Auf. Eigentlich darf ich schlecht über YouTube drehen. Ja, seitdem ich dort einen Entwickler kann, mache ich das absichtlich. Der wird von mir persönlich angeschrieben, wenn ich einen Bug in Assassin's Creed habe. Aber ich bin dann erstmal raus, ne? Alles gut. Da unten rein ist. Bye bye. Bö. Ciao, ciao. Viel Spaß euch noch. Haben wir nicht. Nehmen und so. Äh, falsche Knopf da. Immer ajuda! Dann haben wir nicht. Ohh. Wir sind nicht. Jściozade. Das war's. Ich krieg der dafür nicht mal E.P. Natürlich nicht. Ich will E.P. haben. Ich muss auf Fall Ubisoft. Oh, Black Eye ist für die Super 90. Kannst du dir kaufen? Ja, die haben das jetzt seit neuem. Kann ich's für andere Operator kaufen? Ich hab gern Black Eye. Du kannst gar nix kaufen. Nein, kann's nicht. Aber ich könnte einen neuen Operator kaufen. Ich hab genug, glaube ich, für ihn kaufe ich mir denn da. Du hast ihn nicht im Season Pass. Quidlock, Nock. Ja, den letzten jetzt, ja. Aber ich hab halt von Season, weiß ich nicht, bis Season letzte nicht gespielt. Also ab Zofia hatte ich... Ich hab Zofia nicht. Ich hab Quidlock und Nock nicht. Also so um die Gegend war das. Ich hab auch Mozi und Warden nicht. Ja, Warden brauchst du. Was hat denn der Marmai für ne Ausrüstung? Wer Marmai? Eine Auk. Nicht schlecht. Eine Ök? Ist der Attack oder Defense? Defense. Ach, war Mai. War Mai. Der mit dem Magnetsystem. Warum mit dem Magnet? Ich glaub, ich kauf mir mal die pummelige Gridlock. Ich will diese komischen Dinger haben, diese komischen... Gridlock macht halt Spaß, aber ich hätte eher ein Schild gebraucht. Ich find dir halt zu langsam, ich mag so Operator nicht mehr. Du bist halt langsam, dann machst du nix. Ja, ich möchte ein bisschen schneller sein. Ja, musst du schneller laufen. Ja, will ich ja, deswegen nehm ich Gridlock nicht. Es ist Redlock. Es ist Redlock. Immer diese Redlock. Ich bin ein. Redlock. Muss ich mir dafür dann jetzt nachher was runterladen? Das ist jetzt halt die Frage. Entweder ist der vorher schon auf dem Server gewesen, oder man muss kurz was laden. Ahlerweise muss man retten. Es steht schon. Wird runtergeladen. Ah! Wird runtergeladen. Ah! Wird runtergeladen. Warte mal. Warte mal. Wie viel Gigabyte ist denn das? 12. All der vier. 14.000 Gigabyte sind das. Perfekt. Wird aktuell analysiert. Ist ja nur das Doppelte, was hier dann immer runtergeladen wird. Und jetzt begonnen. Update herunterladen. Möchten Sie den Porno? Muss extra auf Update klicken. Ein Gigabyte sind's von mir. Nicht weniger als nicht. 956. Hallo Karting-Disk-Platze. Erstmal Leg. Erstmal Lisa Stream Leg, weißt du. 956. Da kommt wieder das österreichische Baum-Internet. österreichisches Baum-Internet. Lisa Stream Leg. Ja, ich lad jetzt auch grad was runter. Ich auch. Mein Stream bleibt flüssig. Ja. Du hast auch ein gutes Internet. Ich hab hier kein Internet. Passiert. Passiert. Hallo, du hast runtergeladen. Ich will auf Spielen drücken. Rainbow Six Siege ist ready to play. Ja, bei mir auch. Aber ich kann nicht auf Spielen drücken. Der verarscht mich. Ich muss halt vorher auf Spielen drücken. Das möchtest du nicht automatisch runterladen. Ach, der hat schon gestartet, der Doodle. Ach so, der startet das direkt. Oh, schade. Keine neue Season. Ich dachte, die haben jetzt wenigstens direkt die Season reingepatcht. Nein. Ja, genau. Ich verstehe halt aber nicht, warum bringe ich den, warum tue ich denn jetzt noch so, als würde das Tachanka Rework zur letzten Season gehören, wenn es da wohl komplett verpackt war. Es war nicht verpackt, es war zu OP. Diese Waffe, diese Brandgranaten, die kannst du halt über die halbe Map schießen. Nein, über die ganze Map schießen teilweise. Machst einfach einen Twopper auf, schießt den auf, ballerst raus und triffst den Spawn. Das kannst du halt instant machen. Ja, der neue Tachanka ist drin. Oh nein. Wer kam denn auf die Idee? Ich weiß es nicht. Irgendein behinderter Praktikant. Ich habe keine Ahnung. Es ist eine geile Idee, aber das Ding schießt zu weit. Also es ist zu... Wenn das wirklich nur irgendwie so ein paar Meter weit schießen würde, wäre geil. Aber nicht so. Also ich weiß nicht, ob sie es ein bisschen genervt haben jetzt. Das kann sein, aber... Auf den Testservern konntest du halt bis zum Spawn schießen. Und das ist halt ätzend. Geht gar nicht. Ich meine, ich finde jetzt... Ich finde dieses neue System, dass die Zeit viel kürzer ist. Das ist mega. Das ist super. Das habe ich ja bei der Ankündigung gesehen. Dass die halt die Spawn-Peaker halt jetzt noch stärker bestraft werden. Eine Sekunde, da wirst du direkt... Das ist sehr gut. Das ist auch super. Ich finde auch den neuen Operator mega gut. Ich habe den schon ein paar Mal gespielt. Ja, und das war halt der Grund, warum ich dann sagte, ich will diese Season mal wieder probieren. Ja. Also die jetzt kommt... Er spielt sich super. Die Uamai... Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Unai, Anai... Ich habe keine Ahnung. Irgendwann, oder? Hat eine gute Waffe, hat die auch, finde ich. Das ist... Ich hoffe, die haben das ein bisschen gefixt, weil du konntest diese Verteidigungsdinger... Die kriegst du ja nicht kaputt. Die gehen ja nach einmal Use, haben die ja einen D-Layer und dann musst du die anschießen. Aber ich musste die immer von relativ weit vorne anschießen. Ich konnte die nicht von der Seite anschießen. Und das ist je nach Situation. Ich dachte, du musst da diesen ganz bestimmten Punkt treffen, dieses Ding da oben. Ja, ja. Aber das Problem ist, du musst anscheinend wirklich relativ von vorne, vom Winkel her einschießen. Du kannst das Ding nicht von 90 Grad von der Seite anscheinend wieder aktivieren. Also zumindest letztes Mal ging es noch nicht. Bist du dir sicher, dass die nicht einfach noch nicht fertig aufgeladen war? Das sieht man. Die geht dann wieder auf. Die hört dann auf zu pritzeln. Kann der dann so ein Cooler, ne? Okay. Ja, genau. Die pritzelt ja, wenn die aktiviert wurde und dann irgendwann hört es... Ich glaube, eine halbe Minute oder 20 Sekunden, ne? Kannst du die wieder aktivieren. Aber der Winkel war extrem ätzend. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile verbessert haben. Ja. 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 Ich werde dann auf jeden Fall mal spielen. Aber ich glaube, dass diese Branddinger... Ich glaube, du kannst dich da auch permanent selber mittöten. Hahaha. Das glaube ich halt am ehesten, dass mir das passiert. Ich werde das schaffen. So wie du letztens mit, ähm, Capitao. Ich krieg ja selber Schaden von dem Feuer. Ich hatte noch 5 HP und hab die Scheiße noch gerockt. Hahaha. Hahaha. Ist eigentlich wieder da. Also, ich bin Enkel. Da kann ich spüren, da kann ich... Ja. Ich versende gerade Gifts. Ich brauche noch 8 Minuten. Achso, ja, Bauminternet. Entschuldigung. Da, 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 da. Du brauchst mich noch nicht einladen. Die Einladung geht 4 Minuten und das lädt noch 8 Minuten runter. Ja, dann dreht mal den Hamster. Nein, das möchte ich nicht. Dann dreht halt den Baum. Pfff. Ich dachte, die hat nur Baum im Internet. Ich hab mich auch nicht. Außerdem, wenn ich den trete, dann explodiert er bestimmt, also... Nein, das, wenn du bei Alarm für Cobra 11 ein Eichhörnchen anschaust. Arla. Ja, das auch. Ich guck halt, ob die irgendwas genervt haben. Kann man das lesen? Mhm. Haben die was rausgehauen? Ein rechtes Maschinengewehr mit Tellerlager ziehen. Präzise auf kurze und mittlere Distanz. Dank seiner mächtigen Munition. Kaliber 7,62. 54 Millimeter. Handelt es um äußerst zerstörerische irgendwas. Detects geht weiter. Interessante Waffe auf jeden Fall. Warte mal. Warum bringen sie den PC mit als letztes? Was? Ja, die Xbox-Server waren so gegen 16 Uhr dran, Playstation um 19 Uhr und dann PC um 20. Die Xbox ist, glaube ich, willkürlich, aber nicht alles gleichzeitig und nix. Verlastet die Server nur. Warum bringt man denn die unnötigen Konsolen zuerst? Fischer Shooter, da brauche ich keine Konsole. Manche bevorzugen das, ich verstehe es auch nicht. Ja. Den hatte ich mir zwei geschaltet. Krittlock. Ähm. Magnet, Mann. War mein. Ein Krittlock. Hab ich mir vorher geschaltet. Ach, den Tank. Tank. Panzer. Ja, diese Nadel-Tante da für Angreifer. Ja. Ganz lustig. Der weibliche Panzer. Wo fällt ist die jetzt nicht? Geht nur um ihre Beinmuskulatur. Beinmuskulatur. Ich spiel mal kurz den Winter-Junker. Grund unvermeidlicher Zwänge wurde die Sprachausgabe für Tachanka für die Überarbeitung mit einem anderen Sprecher aufgenommen. Mhm. Hab ja auch gesehen. Wir danken Anatoly... Zinovic... Ich kann essen. Anatoly Zinovic, glaube ich. Anatoly Zinovic. Für seine Arbeit als Sprecher von Tachanka und die Hingabe, die er der Rolle und der Community gewidmet hat. War es jetzt der alte oder der neue? Weiß ich nicht. Aber warum haben wir einen neuen? Vermutlich hat der... Ach man, jetzt muss ich nachkommen. Es kann ja viele Gründe geben, dass jeder Mann kriegt nicht in ihm Geld oder... Äh... Ja. Todesfall und so. Schatzbanker. Brecher. LNG Mountain. Boah, ist der langsam, hm? Ja, klar, das ist der Langsame. Sonntag. Ja, klar, das ist der Langsame. Sonntag. Sie nähern sich. Ja, gib mir... Ok, ne, dann... Ander... Achtung. Sichtkontakt zu Geisel. Alter, die hat nen Recall die Knarre. Ja, keine Ahnung, steht nicht warum in dem neuen haben. Aber das war dann der Art der einer spirits. Drei Feinde sind übrig. Drei Feinde sind übrig. Drei Feinde sind übrig. Drei Feinde sind übrig. Drei Eindruck eliminiert. Mission gescheitert. Noooo. Hast du die Geisel abgeschossen? Nein, die haben mich abgeschossen! Ich war noch ein bisschen überfordert mit der Waffe. Ich musste ja einfach switchen. Switchen. Zwischen... dem komischen Ding da... ...und dem komischen Boomster. Warte mal, ich gehe jetzt mal gucken, wie weit ich damit schießen kann. Gucken, ob ich den Zorn treffe. Nehmen wir mal das Hauptzimmer. Möp, möp. Ich muss gleich mal. Pipi! Aber das ist so weit weg. Dann muss ich dir in die Hosen piegeln. Das werde ich tun. Cool. Du hast den Cut zum Saubermachen. Okay, das Teil ballert immer noch 18 Kilometer. Dein Pipi? Ich war gerade bei Rundenstart draußen und bin gestorben. Einfach umgefallen. Ja, das ist ein Terrorist-Nabzug. Was soll er? Alles klar. Damit die Spawn-Peaker nicht trainieren. Man kennt den Terrorist-Nabzug. Ey, geh mal ab, Pipi. Du nicht. Nicht mal vor. Diese Vorstellung ist komisch. Wir sind müde. Lisa Möp, Lisa macht jetzt Banane. Und ich hatte um 8 Uhr schon Prüfung. Ich musste zu früh aufstehen. Schön, ich war auch um 8 wach. Ja, um 8 Uhr saß ich schon vor dem PC. Weltprüfung. Ja, um 5 Uhr bin ich vorher ins Bett gegangen. Gegen 5 Uhr. Vermutlich eher gegen 6 Uhr. Naja, ich bin relativ früh schlafen gegangen. Aber auch nur, weil ich wusste, ich habe Prüfung. Ja, wenn ich Prüfung habe, dann gehe ich um 3 Uhr ins Bett. Alles klar. Und um 6 Uhr ist der Wecker. Ja, geh. Da gehe ich gar nicht mehr schlafen. Lohnt sich dann auch nicht mehr. Schlaf lohnt sich immer, habe ich gelernt. Ach ja, wo hast du das gelernt? Wie heißt der Ort, wo man Sachen lernt? Klapsmühle. Ja, genau da. Okay, ja. Das ist dann auch eine legit Informationsquelle. Dort, wo die ganzen Katzen mit den Vögeln zusammen die Welt hervielten. Das finde ich cool. Da will ich hin. Könntest du mir das zeigen? Nein. Warum nicht? Weil das mein Geheimort ist, okay? Oh, aber ich möchte doch auch. Lisa, du willst sehr vieles. Jetzt denk mal nach. Was willst du nicht? Bananenpudding, der nach Schokoladenauge schmeckt. Stimmt, ja. Das möchte ich natürlich nicht. Und dir von einem Franzosen serviert wird, der dir das dann alles nochmal in Französisch sagt. Oh ja, das möchte ich tatsächlich nicht. Ja, sie stimmt. Hey, es ist fertig, Grundstückler hat nicht alles mein Spiel aufstarten. Meine Katze ist so kute. Liegt auf dem Rücken im Schlafzimmer auf dem Bett. Dann habe ich meinen Kopf reingesteckt und dann hat sie mich umarmt. Du hast deinen Kopf in die Katze gesteckt? Auf die Katze, auf den Bauch. Und dann hat sie mich umarmt. Dann habe ich sie weggeflauscht. Dann hat sie deinen Kopf in die Katze gesteckt. Das finde ich nicht cool. Dann hat sie ihm in den Kopf gebissen und gehofft, es ist was zu essen. Nein, die hat mich umarmt. Dann haben wir geknuddelt. Die ist so kute und flauschig. Ist sie vielleicht schwanger? Nein, die ist nur kute. Die ist sterilisiert. Die wird nicht schwanger. Warum habe ich hier keine Katze? Weil du das nicht... Genau, du hast dafür ein Kackakissen. Stell dich nicht so an. Oh, das ist Kackakissen. Und du hast einen Freund. Ja, echt? Du musst auch eine Leine umlegen, Halsband umlegen und dann sagen, sei cute. Richtig. Am besten rasierst du ihn am ganzen Körper und klebst es auf seinen restlichen Körper. Die Idee ist irgendwie doof. Am besten rasierst du andere Menschen und klebst es ihm auf den Körper. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt da bei deiner Idee nicht so ganz. Ich kann nicht denken. Am besten rasierst du seinen ganzen Körper und klebst es ihm dann auf den Körper. Okay, gute Idee. Das ist spontan denken, aber auch Spanisch. Ich werde es ihm vorschlagen, okay? Mal schauen, was er... Darf ich dich bitte ratieren und dir an anderen Stellen die Sache wieder hinkleben? Er sagt bestimmt ja. Ich möchte bitte deine Hände voll mit deinen Haaren kleben. Gefällt ihm sicher. Hat er sicher voll Bock zu. Plättig starte. Ach, du bist da. Ja. Ach, du hast doch. In welcher Sprache bist du da? Da. Haben dir jetzt die Maps wieder geändert? I'm here in the very good English. Ich habe mir heute mal einen 4K-Film geholt. Ich hoffe, der ist gut. Für die Pins. Hast du einen 4K-Film? Nee, aber meine Mama. Den Controller habe ich schon nie. Ja. Die PS5 gehe ich übermorgen abholen. Schade, mit der Playstation vermutlich noch ein, zwei Jahre wieder mal. Ich lasse das Ding absichern, wenn du was mit mir kriegst, mein Geld wieder. Nein, ich habe einfach nur gerade mehr Interesse, mir endlich eine neue Grafikkarte zu holen. Ja gut, meine ist stark genug. Ja, meine ist halt immer noch die 1080 nur. Ja, gut. Ich meine, Penis. Wer hat denn da Tachanka genutzt? Tachanka ist jetzt Angreifer dadurch? Nee, wir sind verteidigt. Nein, nein, nein. Leute, er hat ein neues Emote. Er hat da jetzt eine Angriffswaffe, eine richtige. Die ballert ja jetzt. Das ist ja so dämlich, ey. Können wir den nicht? Die ist nicht mehr stationär, der kann damit rumrennen. Die Waffe an sich ist gut. Dann heißt es ja nur noch LMG loaded. Ja. Oder sagt er nur noch entloaded. Äh, der Film heißt Äh, 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 Äquiet Pläze. Äquiet Pläze. Huch. Soll gut sein. Mit Michael Bay. Von Michael Bay. Ja, weil das alte Bild nicht mehr stimmt. Der macht gute Filme. Ey, der sieht ja jetzt aus wie eine Oma, so viele Falten, wie der da hat. Ich hab jetzt grad selbst gemütet. Hallo? Achso, ich muss wieder. Nein, wir hören dich nicht. Was hab ich jetzt wieder für den Knopf gedrückt? Was? Jetzt seid ihr wieder da. Hörst du uns nicht mehr? Jetzt hör ich euch wieder. Mir ist grad die TVD auf das Tattoo gefallen. Ich hab auf die Mute-Taste gekommen. Achso. Also, äh, Mira, was kann die? Die hab ich noch nie gespielt. Die kann Fenster nicht. Ähm, die hat ein Fenster, das kannst du in der Hand halten. Dann können dich die Leute nicht abschließen, schau. Was, Elisa, bleib mal stehen. Wisse? Wisse? Alter, kannst du aufhören auf mich zu schießen, du geistig abgemagerter Zombie? Mach das hier an die Wand, Mensch. Ja, aber das funktioniert. Der juckt mich doch nicht. Nee, du musst das in der Hand halten. Und dann so rumlaufen. Ich denke, du würdest dir sagen, nee, mach das an der andere Stelle. Nein, du meckerst rum, halt das in der Hand. Das gehört so. Boah, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Rainbow gespielt hast, als ich gespielt hab. Da hat man noch die Wände eingehauen. Und da Löcher gemacht. Ja, das tut man auch. Das war auch richtig so. Oh, jetzt werde ich sterben und nicht wegnehmen. Oh je. Oh je. Da gab es diese Marie auch noch nicht. Lisa, du lebst noch, warum? Ich hab über... Lisa, spanischer Operator. 3 HP. Schläge. Geil. Äh, Lobby? Angang? Direkt einer? Das sind immer welche. Wie lass ich mich dir das doch sagen, Papa. Das ist vorher das Ding. Hier ist einer. An der richtigen Tür, an der richtigen Tür einer. Ah ja, da war eine Cam. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich hab nicht gesehen, dass die eben in der Cam rein sind. Hier ist einer. Büro. Büro. Ein Gegner verbleibt. Ziemlich brennen. Der oben drin noch. War die bei mir? Wo war die? Wenn es der im Büro war, ist er oben. Ansonsten weiß ich es jetzt leider nicht. Ich hab Lust gehört, irgendwo ist einer in der Trap gerannt. Lade neues Magazin. Nee, okay. Wo ist unsere Kaff gestorben? Gift platziert. Was ist da hinten? Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Super. Wo war die? Die war direkt rechts. Gleich in diesem kleinen Ding. Kleiner Abschnitt. Landed. Schön. Sehr schön. Eliminiert. Mission erfolgreich. Wir waren drei. Ein, der was die Kavira. Boah, der Daphuse hat mich fast gefütet. Mit seiner blöden... Hat er aber nicht. Eins, zwei, drei. Nein. Ich bin Banditos. Ich bin Dayanka. Los Pursos. Blame die jetzt alle weg. Komm, Spawn. Ja, aber... Okay. Da ist ja doch dann halt in dieser Map halt nicht so geil da. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwo zum Spawn schießen kann. Ja, deswegen mag ich halt... Du kannst hier ja halt nirgendwo so richtig hinschießen. Und wenn, dann haben sie vermutlich neun Leute an den Fenstern, die dann mit achtigen Snipern auf dich schießen. Oben am Fenster kannst du zu dem einen spawnen? Ja. Na, du kannst du zu dem einen spawnen? Geht schon. Also... Stop speaking Espanol. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Okay. Okay. Ich muss mein Fenster dann wieder zumachen, dass es kalt ist. Sorry, 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 sorry. Was macht denn ihr für Sachen? Keine Ahnung, ihr habt probiert mich an mir vorbeizuflichst und hat mich komplett angeschossen. Nur noch 10 Sekunden. Die ist zu groß. Nein, ich muss nicht mehr kommen. Die schaffst du. Die ist wichtiger. Der Ding ist, ich höre hier nur noch Schiffe. Alter Pappy, bist du das? Nein. Da ist einer. Jaja. Jaja. Irgendwo habe ich oben ein Schild gehört. Ja, da drin, da ist ein Dritt drin. Wo? Achtung, Fabi, könnt ihr an der Türe? Siehe lokalisiert, er hat gestorben. LOL! Das war... LOL! Lacko! Das war grad der Lack-Digste Schuss meines Lebens! Mega! Dafür gibt's 10! Spielst du eigentlich ein anderes Spiel, Lisa? Oder hast du ein Delay von 18 Minuten? Du musst mal eh nochmal neu laden, dann hast du es wieder richtig. Ja, bei mir steht's noch 5 zu 3. What the fuck? Ich lad mal neu. Was ladest du? Ja, lad neu. 15? Ich hab eben erst neu geladen. Was? Oh, ich spiel Zero! Zero? Ich bin der Multivitamin-Verf! Bist du gar nicht, such ein Multivitamin-Verf! 1 Pepsi mit Ei! Das sind 2 belegte Pepsis! 1 mit Schienen, 1 mit Ei! Wir müssen eine Bombe aufspüren! Hörst du super lecker an! Hast du noch nie ein Ei in deine Pepsi reingepackt und durchgeschüttelt? Hä? Äh, Heaven, äh, Upstairs! Ich bin in den Office! Ja, sie, oh, das Ding hier halt! Da wo die Cavera ist! In der Factory! Und da ist hier noch die, äh, Frau mit dem, lauten Sonar! In Lucy! Ey! Der hat mich kaputt gemacht! Ich möchte umgeschüssen haben! Und zwar! 10 Sekunden bis Einsatz! Aha! Die Drohne! Äh, die, die Lautmachtfrau hat gerade erst mal probiert, auf meine stehende Drohne zu schießen und hat zweimal daneben geschossen! Also, die Melusi? Ne, die Lautmachtfrau halt! Die, die so laute Geräusche in mir hält! In den Popo! Ja, keine Ahnung, wie die halt! Melusi! Nö! Kannst du dich hier nicht so breit machen? Doch! Stirb, stirb! Warum bist du so frech? Ich habe doch nichts gesagt! Oh! Oh! Hey, ich kann von hier eigentlich auch mal! Aber das ging's dann, ne? Das war Tom! Oh! Oh! Die fliegt ein bisschen blöd! Ja! Im Raum! Mein Gegner verbleibt! Halt er sich kein seelen Durchbruch vor! Spaß! Ich hab wieder nichts gesehen hier! Gibt's doch Gegner! Ich hab Spaß mit meinen Ace-Dingern! Oh, da! Was ein schönes Charm! Tja, schön! Ich hab nicht einen Gegner gesehen in die Runde! Sehr gut! Oh, ich bin gar nicht gestirbst! Ich muss endlich mal wieder den Global-Chat aktivieren! Ich wollte schreiben, you just got Pepsid! Komm, jetzt mit 40% aber! Nein! Nein! Aber Level 200! Nein! Nein! So! Bin nicht! Ich hab aber ein Dead-Bag! Steht oben! Mach das jetzt mal auf! Es ist orange! Mach das! Und drück das jetzt auf! Und drück da drauf! Oh! Was ist das denn? Spulen-Gerät! Alter! Für einen Helden, den ich nicht habe! Ist immer geil! Für welchen? Keine Ahnung! Diese komische... Was weiß ich? Adler-Tante! Was ist das? Ich weiß es nicht! Die Adler-Tante? Wer ist jetzt die Adler-Tante? Ach, Kali! Ist ganz hübsch! Kali! Nee, nee! Kali ist das nicht! Nein! Amaru! Amaru! Kali ist die mit dem... Amaru ist... Nein! Die ist das auch nicht! Amaru ist die mit dem Hook! Ach, Mensch! Zofia ist das! Kack-Sparten! Die Adler-Tante! Was ist das? Ja, die mit dem Adler! Ich dachte, die hast du! Den Zofia habe ich nicht! Hast du hier zwei nicht noch gespielt? Nein! Zofia habe ich nicht! Aber für die habe ich jetzt einen Skin bekommen! Der ist ganz niedlich! Okay, jetzt drückst du Play! Moment! Wo ist der Skin? Der hier? Oder war der da? Nee, aber auf der anderen Waffe! Ich will den wenigsten ausrüsten, damit ich es nicht vergesse, wenn ich die irgendwann mal vielleicht freischalte und spiele! Die Waffe ist momentan im Aufsatz ausgerüstet! Was? Ach, fick dich doch! Spiel! Leck mich doch am Popo-Loch-Hätze hier! Kriegst du einen guten Skin und dann sowas! Oh! Oh! Frecklich! Das Leben ist so unfair! Das Leben ist so unfair! Ich will Flugzeug! Das Leben ist so unfair! Ich will Flugzeug! Ich will die Dinger eigentlich die Frostmatten zerstören! Ja, ich glaube schon! Oder? Nein! Zerstört das von Capitao etwas? Nein! Ach nee! Jetzt will ich einmal Cavera! Ja, dann musst du jetzt aber reinhauen! Ich will gleich wissen, wo alle sind! Wehe, du machst jetzt keine Interrogation! Ja! Ich schieße Lisa ab! Du verrät mir, wo die Feinde sind! Du wirst schön enttäuscht sein! Ach, nö! Das kann ich jetzt gar nicht mehr! Ich weiß nicht, ob ich jetzt eingestellt bin! Zeichnung Was kriege ich jetzt? Zeichnung deiner Wahl Ja, was kriege ich jetzt? Ja, du, ich mal dir dann was Malst du mir was? Also nach dem Match Nach der Runde bitte, nach der Runde Während der Runde Nach dem Match Da musst du mir was überlegen Oh, ich hab ne Silikonkanone Ich hab ne Drohne getötet Gibt die mir auch Informationen? Ich verstärke die Wand Äh, ne Die Gegner haben eine Bombe Verteidigt sie Ich hab sie mal vergeben, die Drohne zu interrogieren Hat wer die Hände Jetzt hat er mit einer Drohne in Liebe gemacht Es bleiben 10 Sekunden Sorry, ich war gerade mit einer Drohne beschaffend Nur noch 5 Sekunden Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Ich mach hier nichts, ich renn weg Und ich mach da hinten Hast du mich gerade ausgesperrt? Er macht das immer Ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich weiß nicht, ich hab da hinten Toll, das war explodiert Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Äh, Troppe Ja, ich hab da hinten Warte mal Nein! Nein! Kein Ernst! Test-Server? Nee, normales Server Das ist normales Spiel Das ist normales Spiel Das ist normal, der Chanka ist da Irgendwann geht Keine 1000 Euro dafür Treppe Gucken mich genau an Irgendwann wir ein Kind kriegen Durch Hab ihn Ist das Information genug für dich? Nein, du musst doch vorher Hier, ich glaub im Tunnel war einer Sicher? Nein Ja, ja, ja Ja, gut, Anna ist nach oben Ich weiß jetzt wo Anna ist, der hat gar kein Leben mehr Den Einschuss hat er gefressen Das glaub ich nicht, der hat gar kein Leben mehr Er ist vorbei Du musst dich In diesem Video Drei Ich weiß, dass du schon jetzt Abwachen Du hast Du hast Du hast Drei Du hast Du hast Du hast Du hast Du hast dann ist der tunnel noch ruhig den habe ich keller festet der hat ja wohl gar er war auch eben noch im tunel erst noch im tunel jetzt nicht mehr nein aber eine gute waffe ich dachte dass er immer noch im tunnel ist 4 5 10 dieser kann sich mal nicht für einen entscheiden ich drücke doch gar nicht siehst du das ist das wahnsinn wie oft die drücken der lisa ist jetzt sogar schon sledge test server nein wer kann der kann er ist gerade rein gepatcht der tachanka vor fünf minuten oder 10 20 ich habe ja tachankas was was die gegner haben eine bombe entdeckt zum angriff ich habe ja wir sind angeht ich habe ja das ist bitte was ach da ist auch noch eine tür kann man zu viel lack haben der hat einfach mal random durch die tür geballert ich frage jetzt für mich eher warum der random gestorben ist der eine ein gegner verbleibt ich weiß nicht jetzt hier irgendwo ich habe schaden bekommt ja da geht gerade da rein durch dieses kleine mini dach vor doch alle gegner eliminiert er hat sich das bein gebrochen warum hast du nicht geholfen ich wollte doch war der trigger finger es tut mir leid da springt jemand vor mir hoch dieser woher hast du diese pistole 1 2 3 spiel die sti direkt mal du spielst jetzt ein volles frau und das ist richtig doch so lange sieht man nicht dass es männer so zu wissen dass das männer oder frauen sind die nach ihrem geschlecht gefragt ja wir müssen eine bombe aufspüren ich werde im keller ich sag oben du hast gewonnen vermutlich ich will nicht mit dir spielen die weg wir haben ich habe den neuen hätte ich jetzt nicht gedacht und gab gerne haben so der schwedische kapkern hätte mir früher sein können dann hätte ich die auch umgebracht ich kann hacken gehen ich kann hacken gehen ich kann hacken gehen ich wusste nicht dass man das ding werft ich dachte wenn man schießt das noch nie gespielt hast du es gesehen rechts ja genau links von dir wurde der führer liegt im fuß der letzte da drin er hat uns alle drei da ist weg gemacht hat sie gut gemacht hat direkt ist lisas schuld der beil ist halt so nein ich ja nix nein 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 jetzt wieder noch vier kennst du doch wenn du einmal verliert dann musst du direkt in real life tot hat morgen jemand bock für mich englisch zu gehen ja habe ich übermüde 3,5 3,1 geschrieben ich habe keine prüfung ich habe eine vorlesung vorlesungen zu englisch englisch gar nicht warum musst du denn vorlesungen unsere vorlesungen selbst die übungen tragen nur noch ihre sachen vor bei uns eben nicht irgendwo ist noch ein alibi ich vergesse immer kann mich bitte nachher jemand daran erinnern dass ich bei der jana da ein anderes scope aufbruch hast du das wenn du mir sagst wer jana ist das ist zwar meine tanz aber ich glaube die meinst du nicht die jana lass mal hier hinten auf dass hier keiner rauskommt mhm bohr'n pika was da machen äh ich dachte du hast auch gemacht das habe ich nicht gesagt da ist einer ja warte das war eigentlich eigentlich um die ecke ja ich wechsle das magazin ich sehe mir mal die lage an und tatschanke jetzt auf bei b wieder bei a frost dann zum window frost beim window geht raus pappi hinter dir die rückendeckung rechts da wo du die andere getötet hast du recht du bist aufgeflogen du bist gerade ins prisma geraucht ich glaube die wissen dass du da bist ja genau ein viertel alibi bei der wand vom radio links das war ein flaschen die gerade bei mir auf mich geschossen haben aber mehr auch nicht die meister cams da gesehen die waren sehr interessant waren halt über den türer der war eine 05er kd und hat einfach schon 7 0 von nö rank 215 05 hat die ja 05 hat die heißt nur dass einmal rank gespielt hat aber verkackt wenn du einmal rank spielst zehn leute killst nicht stirbst dass du eine 10er kb wenn du nie wieder rank spielst alter ab geht´s smurf account machen gibt es direkt einen report an ubisoft dass der hackt akade bitte zurücksetzen danke ich habe hier extra den smurf gekauft ihr könnt mir nicht sagen dass ich schlechte bilder ausgeschlossen das kann ich sagen schau die machen es jetzt sogar vier ich glaube die mögliche aber nicht also das ist jetzt ohnex das ist ein pokémon pokémon dass man mit dem pokémon fängt das wollte ich eigentlich sagen sicher dass man das mit dem pokémon fängt ja ich habe pokémon da sind keine nadeln drin oben ist glaube ich aufgemacht oben spawnpeak ja oben ist der onyx vermutlich rück zur bombe vor und entschärft sie auch walds Cut 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 so next down war jetzt kein pokéball aber war halt ein paar kugeln ich hab schon was 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 wo wann ich glaube unser rennen links in der tür ich hab geblendet hinter die hinter euch am fenster holi was war das denn guckt euch das an die kannst du hast immer auf guckt ihr das mal meldet mal unser teammate der ist die ganze zeit die gegner am beleidigen ich hab den general ich kann die anderen leute nicht für chatting melden das ist nicht abuse of chat kann ich ja trotzdem machen ja der hat die ganze zeit die gegner gerade geflämt fuck you horny cheater mother fucker hast du generell den chat aus nee okay bei mir ging es jetzt gerade dieser sei doch ehrlich du bist das ist einfach nur dein smurf natürlich hast mich ja bist es ist nicht flugzeug ich warte jetzt so lange das ist hinterwäldler land und die wurde auch überarbeitet spielen heute so lange bis flugzeug kommt du kannst nicht mehr ich will irgendwann nur schlafen das ist schlaf dieser fluss von den kapitalisten die eingeredet dass du es tun musst ach so ja na dann das ist wie heiraten und äh wie heißt das denn panzer bauen das muss man auch ja man wusste ich nicht dass du mir das jetzt gesagt hast man lernt nie auf das ist mir die überhaupt achten ich schau mir das gar nicht an das ist ein game wenn man sonst nichts im leben zu tun hat dann hat man sowas wie die lisa das ist kein smartphone das ist ein rank bekannt wank 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 macht, würde ich mir Sorgen machen. Rattert er zwischendurch auch ein bisschen. Kann es sein, dass du ständig ein Eisfach daneben stellen musst, damit das so funktioniert? Ja, das muss so, oder? Ja, ja. Ja, dann ist es ja gut. Habt ihr am Handy die 9Gag-App? Was spiele ich denn eigentlich an Donnerstag zuerst? Spider-Man, Damod-Soul oder God-Call? Äh, Pokémon. Ich glaub auch. Der Emo-Soul packe ich irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr mal an. Da muss ich sehr gute Laune für haben. Ich schaff den ersten Post-Safe nicht. Die ersten zwei Minuten, du schürbst einmal und das war's. Den installiert sich das Spiel, die CD zerstört sich und springt raus. PS5 geht in Flammen auf. Ich hab mir immer noch nicht überlegt, was du malen musst. Den Bereich sichern. Die Bomben weiter schützen. Ach so, ja, stimmt. Doch ich weiß, du musst mich, mich malen als Imposter. Okay. Sag mir das nachher nochmal, oder ich vergesse es. So wer sich das merkt. Äh... Haben wir noch eine Hedge? Du hast recht. Wie komm ich hier runter? Fuck. Ich glaub hier kommt welche. Du kannst hier eine Drohne reinfahren. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. ... ... Eli ist aber hier unten. Bei uns ist einer. Left. Hier oben bei mir ist einer. ach komm scheiß nachladen dreiviertel termite noch uuuuuh da ist ein blackjack wo? im fenster hier oben, hier oben ist sie noch Kitsch ich lade jetzt nach standpish, standpish ich will nicht pieken, ich will los über die in dem flur hab ich ne kamera lisa über dir kannst ruhig reingehen oder so ich hab hier ne kamera kann dir sagen wenn hier einer kommt genau über dir irgendwo schlägt einer ja ja hier bei mir ein gegner verbleibt nice auch noch hier, auch noch hier nice, sehr schön entlang ein boge äh ne 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 ein plugbeard oder warte war die nirk nicht in der kitchen? ne die war oben achso ok das ist erstes die wär in der kitchen war der eine irgendwie ach ich will die nicht nochmal irgendwas war in der kitchen das hab ich getötet ich weiß nicht was das war ok Das war bestimmt jetzt die Hörmheit, die mich gekillt hat. Kann sein. Ziemlich sicher. Ich habe nur gesehen, da ist was. Ich habe drauf geschießt und ich habe es gekillt. Meiste Fallen immer. Danke, Lühen. Veranstaltung ruft BZW Kölsch, Alter. Veranstaltung vor mir an. Ist die Zeichnung fertig? Nee, das machen wir noch mal. Du warst nicht am Leben, oder doch? Echt. Ich war am Leben. Du kannst ja währenddessen trotzdem zeichnen. Du kannst ja als D-Maus und mit dem recht kleinen Finger rechts kannst du mal. Du hast ein Ohr zum Zeichnen. Oder Füße. Füße, Füße. Mann, dann nimm halt das linke Nasenloch. Okay. Das Recht ist immer das untalentiert. Steck dir zwei Stifte in die Nase und zeichne. Sauberlecken, ich vergesse mir danach. Direkt 20-Viewer. Ah, sie hat keine Ahnung mehr Zeichnen. Sie muss Probleme haben. Da gucken wir doch mal gerne zu. Und wenn du dann erst noch Österreichisch redest, dann werden die das weiterdenken. Ja, wow. Warum seid ihr immer so nett zu mir? Ja, freundlich. Tja. Hab jemanden getötet für dich das nicht? Oh, ey, kauf dir mal ein Laptop. Zum ersten Mal weiß ich es nicht. Ein glorreicher Tag in Astroscad. Fappi, Fappi. Nein. Fangen. Nein. 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 Ich hab mir... Nein. Geboten. Nein. Okay. Ich hab drei Drohnen geboten. Nein. Doch hab ich. Hast du mich? Hast du den Namen gegeben? Nein, ich hab's nur gefunden. Ja, wow. Das waren nicht meine Freunde. Nur Freunde von mir bekommen. 5 Sekunden noch. Achtung, die Gegner haben eine Bombe gefunden. Trommel vom Gegner entdeckt. Fick dich! Du bleibst da. Ey, Sun! 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 Kannst du fangen? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Keine Ahnung, ihr habt einen Operator, der eine aggressive Waffe hat. Und ich bin ein hilfloser Sunfury. Müssen wir weiter nachdenken? Shumika hat gerade gestartet. Ich hätte es einfach nur zu sagen, ich brauche ein... Ich hab bitte auch. Ich hab die Ihre. Jetzt Ihre? Das weiß ich jetzt nicht. Outside. Turn up. Ich lade nach und brauche Deckung! Werte Shumika! Vorsicht! Grammaten werden geworfen! Gott, die Nachladeanimation, ey! très bien! Ha 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 Ha! Blöken werden gefeuert! Desributations werden gefeuert! Desributations einer gemäß, ne? Rekälte Shumika! Global Flormonaise Fernwur! feuer interrogate zu nudel bitte was 5 hp blackbeard fick dich der treppe also die standardtreppe zum waschbecken mann oh lisa guck bitte nach dem kapital nicht nach dem blackbeard kameras interrogation schön ich sehe den und der killt mich zuerst ich will ja nichts sagen für zwei leute in einer runde interrogation hast du fein gemacht ich sah beim anderen ein pistolen symbol gar nicht der hat dazu kein leben mehr gehabt du musstest nur einmal auf ihn schießen und er war tot gar nicht ach das war der den ich gekillt hab fast ja den hast du gekillt lisa ich hab dafür einen injure und einen kill assist bekommen der hat ja auch nur noch 5 hp gehabt trotzdem hab ich ihn interrogated nein du wolltest da war das spiel schon vorbei ich hab dem mal in den ausschnitt geguckt und gesagt guck mal wo sind deine freunde freunde kann man das essen ich bin ein bäcker ich kann jetzt backen das bezweifle lisa ist ein hellmann jetzt kann sie fahrrad fahren true und das spiel ja weiß ich nicht ha lefons lecruc teppi ist jetzt ein pfanzer mit ach ne der kann motorrad fahren guck mal der hat eine motorradbrille ne das ist eine snowboardbrille du kannst snowboard fahren ins bett ja scheiße klimawärm äh klimawärmung so klima erwärmung klimawärmung klimawandel äh erderwärmung ja klimawandel ist richtig ja und erderwärmung sicher dass die erde sich erwärmt und nicht verkaltet vielleicht verkalkt sie auch ich verkalke ja schau mal hier ist ne camp ja hier ist ne camp hi weil ich erstmal die bombe gesucht hab nene 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 an naаa kinder lernen lesen indiana und indiana und indiana geischen mal oben boah dann halt nuss da sinkt ein kindergartentind manchmal v verwirr das leselie was jedes kindergarten kennt ja ich kannte das vorher nicht fünf sekunden hast du mich ja für solche wesen zuständig ja manchmal arbeite ich noch im kindergarten aber das lieb kennst du nicht du kennst mich das kindergarten leselie nein ja ich weiß wieder warum du auch nicht mehr arbeitest da oben am fenster da glaube ich ja im übrigen sagen ich habe eine kammer außerdem zerstört der entschärfer ist nicht länger in deinem besitz entschärfer ist die 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 vielleicht ist die kamera nach oben ich habe sie bisher noch nicht gesehen aber ich hab den kapkan gesehen ich muss mir das auge kratzen hast du was gefunden liefer ich war hier noch nicht noch nie drin der quill nicht mehr du hast den entschärfer fallen gelassen entschärfer wurde zurückgeholt entschärfer muss zurückgeholt werden auf den treppen wurde erneut gesichert kapkan war vorhin noch on sport kann sie aber seitdem auch bewegt haben ja never mind smoke hinter der couch on spot keine kamera mehr der letzte verbleibende gegner der letzte war on spot hinter der couch also auf und da sorry 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 ist nicht länger in deinem besitz sorry man wusste ich müsste jetzt auf wie auf den anderen spot sein also in der küche 15 sekunden übrig geht schon da habe ich nicht mit dem gerechnet das war jetzt gerade eigentlich war es einfach nur kacke dass der fuchs dich getroffen hat ja der hat schon gesagt ich weiß ich habe schon no problem ich hätte ihn fertig gemacht gebannt und gemeldet mir ist es mir ist das auch schon vorlauf passiert weil er hatte erst mal runter gesprungen und ich kam halt dann bei angerannt und er dachte ich bin gegner hat halt nur über gepflegt hat auch abgeschossen also das war so ein schöner zugriff kann passieren ich habe fast den fuchs erschossen vielleicht wäre ich dann nicht gestorben ja aber dann wäre ich ja trotzdem am jäger drauf gegangen ja vielleicht hätten wir dann geworfen und nicht geworfen ihr müsst eure drohne verwenden um eine bombe aufzuführen ok keller buchstabier mir keller um laut ja Ja? Weichmaschinen, oh Manu. Weichmaschine. Zehn Sekunden bis Einsatz. Weichmaschinen, Leben länger mit K... KAY GON! Noch fünf Sekunden. Rück zur Bombe. Ich glaub, ich brauch die nächsten drei Monate keinen Kaffee mehr. Danke dafür, Lisa, dass du diesen geistig Gestörten erlaubt hast zu reden. Ich weiß, es ist wichtig. Woher soll ich wissen, dass er auf einmal so macht? Ja, weil er behindert ist? Ja, aber mit dem rechnet man noch nicht. Jetzt! Nein! Das ist gar nicht getan. Jack deployed. Der Jack wurde da hingedroppt. Sechs und fünf. Sechs sind. Sprengladung zündet gleich. Ich breche... WUHU! Gerne, tschüss. Ich habe einen entdeckt. Okay, jetzt gehen wir rein, Junge. Ich muss nach, Leute. Na. Der Schärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Nur noch ein Gegner übrig. Entschärfer wurde erneut gesichert. Der kann man gar nicht. Ich mach ein bisschen Krach, damit die das nicht hören. Ich lade jetzt nach. Alle Kinder essen Bresen. Babys, meinst du? Auch im Westen. Nein, ich wollte den Westen. Oh, der hat ein HP. Messer ihn. Du hast ja nicht gemessert, du Anfänger. Zwei Handmesser. Zwei Handmesser. Gar kein Messer. Klar, siehst du? Bum, bum, bum. Du machst ein Messer. Es ist ein Messer, wenn ich es geworfen. Möchtmaschinen leben länger mit Kai Gohn. Bipi. Vera? Ja, ist doch schön. Wisst ihr, ob Elektrotechnik nur in der hellblauen Woche ist? Nein. Leben alle noch? Also herzmäßig? Nein. Nicht so ganz. Ich möchte ein bisschen Kaffee haben. Ich kann dir jetzt was zeichnen. Ja. Weißt du noch was? Weiß nicht mehr, ob ich das... Funktioniert das? Funktioniert. So, was möchtest du haben? Ja, mich als... Hier, im Poster. Okay. Als Operator. Na komm, wir warten mit der Suche, damit diese in Ruhe zeigen. Moment. Ich würde nichts werben. Bin gespannt. Ich bin hier blauer Menschen. Zeichnet sie bei dir schon? Okay. Nee. Nee? Ich brauche immer was länger. Gelb, das war ja klar. Ja, wenn dann gelb ist. Was ist denn deine Imposterfarbe so? Gelb. Es ist immer gelb. Wie kann ja sein, dass deine halt eine andere Farbe ist. Nein, es ist immer gelb. Lila, türkis, bananenbrauch. Immer. Dann ist hier so ein... Ja, ne? Mhm. Ich mach mal dabei. Ich hab eigentlich auch ein Grafiktablet, aber ich glaub, mein Stift ist leer. Oh. Das muss ich so machen. Das ist nur für eine Augenfarbe. Der Stift von Lisa ist leer. Da ist hinten dann immer noch so ein Ding dran. Was hast du für eine Augenfarbe? Brüllen. Brüllen. Brüllen? Ich bin blau. Ich bin blau. Brüllenblau. Alter Schwede. Alter Schwede. Das wird episch. Hallo? Wird das dein neues Twitch-Bild? Ja. Das nehm ich als neues... Wie viel Geld hast du dafür bezahlt? Das nehm ich als neues Avatar. Jo, dann kriegst du... Du hast ja nämlich ganz viel Bart. Weißt du... Ich hast ja nämlich ganz viel Bart. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bart ist oder was anderes bei der Farbe. Das sieht eher aus, ob der grinst. Du grinst nicht, du schreierst. Ich schreie nie. Doch. Du schreierst. Ich weiß nicht, wann du dir geschrien hast. Das bist du. Ich finde das hübsch. Hast du auch immer irgendwas im Haustier oder was? Oder was hast du für eine Kopfbedeckung? Eine Katze. Gib keine Katze. Ich weiß doch nicht. Eine Axt. Stimmt, du hast immer so ein Messer im Kopf, ne? Mhm. Ist das falsch? Hab ich vorher mit dem? Das ist jetzt das Falsche, oder? Ich hab vorher was anderes gemacht. Pinsel. Pinselwasser. Du hast immer so eine Machete im Kopf. Genau. Kurz mit. Ich hab eine andere Frau. Mega. Wird immer besser. Finde ich auch. Wieso ist da Blut dran? Weil das in deinem Kopf steckt. Aber das würde bedeuten, dass er blutet oder ein Gehirn oben hat. Ja, das ist richtig. Ja, man kann auch bei Gehirn bluten. Ah, ich hab das weiter unten zeichnen sollen. Kann ich das verschieben? Markieren. Ja, markieren. Und dann... Was kommt jetzt? Warum wird das Imposter mit rot geschrieben und nicht mit... Grün wie Blut? Und weil das im Spiel so ist. Das bist du als Imposter einer Monat. Mega. Wunderschön, oder? Moment, ich muss mir das speichern. Ich kann mir das auch speichern und dir schicken. Das kannst du auch machen. Ich hab's mit zur Note aber auch noch gespeichert. Ich bin überwältigt. Zeichenkünstler, aber sowas von Hardcore. Finde ich auch. Mega krass. Ich würde diesen Künstler weiter empfehlen. Das waren diese 2000 Punkte, war jeder Punkt wert. Finde ich auch. Das wird mein neues... Nice, Gars. Diese Zeichenkünste. Ich bin begeistert. Ja, ne? Das wird mein neues Avatar. Für nur... Wie viel waren's? 2000 Kanalpunkte? Kannst du so sagen? Oh, speichern. Es ist gespeichert. Das ist nachher mein neues Avatar. Nice. Müsstab nur 1,7. Oh, man. Ich könnte noch zwei Bilder bestellen. Hier ist Gars. Such dir ein Bild aus. Ich muss die nur loswerden. Das wird heute Zeit. So, Tatscherino. Das kann ich besser dient. Dient hast du es nicht, aber es ist jetzt einfach da. Das ist wie wenn du jemanden plötzlich mit einem Baguette abwirfst. Du akzeptierst es und isst es. Er hat sich gerührt. Ne, er ist gerührt. Ich bin nicht geschüttelt. Ist es der NNN? Lisa, frag nicht. Das kennt die Lisa nicht. Die kennt das nicht. Die macht das jeden Tag. Die hat den NNN schon gebrochen. Ja, schon längst. Hä? Mein Kumpel an mir am 1. November schreibt er mich an. Ah, okay. Check doch. Ah, Lisa hat nachgedacht. Ja, ich kenn die Abkürzung halt nicht. Wer benutzt dann die Abkürzung? Ja, ich hab mich über die angeschrieben. Dude, ich glaub ich hat's verkackt. Was? Die haben ja schon nach Notruhe. Hoppla. Ich bin der Valkyrie. Ich bin gar nicht da. Ah, ist noch einer. Guck mal. Dein Name ist Kupkut. Ah, das geschafft. Valkyrie hat mich nicht getötet. Du musst trotzdem noch sagen, was du haben willst. Das ist ja eine Zeichnung deiner Wahl. Eine Zeichnung deiner Wahl. Aber wenn du irgendwas mit mehr als drei Farben willst, ist Lisa draußen. Das stimmt gar nicht. Ich hatte jetzt auch mehr als drei Farben. Was? Ja. Pusch. 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 Every door basically a run-breakery has traps. Pusch. Pusch. ich habe nichts gefunden ich habe den gefunden jetzt ist er wieder ein pokéball wir haben noch gefördert frage nur für einen freund der ecke ein gegner verbleibt sie haben das kann ich ja nicht das kann ich nur abzeichnen wenn man den kopf schaum mitbewegt sieht man dann mehr ich glaube die leber ist das beste organ was man hat die cdu eine partei ist ein organer oder oder die machen auch ganz viel mit e-sports ja angela merkel friedrich wilhelm wer behauptet das internet für die neuland ist der hat keine ahnung wer da noch alles ist da hier die annegret die annegret ich tippe ganz oben oben ja die annegret als der rusher bei mir hatte er gerade den granatwerfer in der hand hatte um die haben 3 was Leute, ich hab hier ein Black-Eis drauf. Ich lade jetzt nach. Äh. Was? Er lieb doch. Warum ist denn der erst gestorben? Er hat sich selbst gedötet. Sollte man seinen Psychologen anrufen? Ja. Red Fairs? Red Fairs? Ganz sicher, in die Richtung. Da ist einer. Das war, glaub ich, entweder Valkyrie oder irgendwas anderes mit Militärhosen. Da ist einer. Ich hab halt Nutz. Ich hab drüber geschossen, ich muss sie. Es war die Bank. Weiß Kontakt, hier ist der Struck. Ich bin HP. Red Fairs. Weiß immer noch Red Fairs? Fragezeichen? Keine Ahnung. Wie ich geschoben bin? Ja. Sieht zu. Plante. Was? Fack. Die ist direkt beim Diffuser. Witschel. Voll live. Ja. Schön. Nice. Ich hab vielleicht erst probiert durch die Wand zu schießen, aber ja, du meinst existiert halt. Quidlock ist cool. Da kannst du einfach mittendrin blenden. Da müssen die trotzdem erstmal. Okay, nach der Runde muss ich wieder zeichnen. Eins. Zwei. Nein, den nehm ich. Ja, den nehm ich. Der ist Pole von seinem Gesichtsausdruck her. Der Kaid? Ja, der sieht aus wie mein Opa. Ernst und hat mich enterbt. Okay. Hätte ich auch. Hat er mir auch gesagt. Ne, der Kaid, der kommt irgendwo... Bei so einem hässlichen Kind. Ich weiß das eher von Mubasa, wer das heißt. Da kommt Mosaik... Weißt du Mubasa? Das weiß ich nicht. Timon und Pumba? Doch, dieses MO-Land hier. Timon und Pumba oder was? M-Mazedonien... Ich hilf nachher. Okay. Aber Mazedonien klingt für mich auch logisch. Okay. Mocker... Irgendwie so... Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Gell? Was? Mumbai! Nein! Nee, das war vorher nicht. Er geht wieder. Oh, das kannst du machen. Das könntest du machen! Ha ist hier! dieser tod das ist ein ex testet anführlich sag mal a b mach mal a und dann anfangs zu fangen schlag dir so ins gesicht wenn du das machst ich habe mal eine drohne inside gerade gestartet Alter! Grammaten abfeuert! Grammaten werden gefeuert! Ah, ich hab' nicht gedacht. Vorsicht! Grammaten werden geworfen! Lebt also nicht Flanners noch? Was ist er noch? Er ist noch... Er ist noch... Da ist einer, Leute! Wo denn? Ja, der im Flur! Lass ihn doch kommen! Ich dachte, ich hätte ihn weggeputzelt, aber nein... Mach das Fenster, Susan! Nein, freu' ich mich nicht! Komm, sei traurig! Äh, mutig! D4 bereit! Sehr gut! Kau' ich mir nicht! Aaaaah! Oh, und unten ist noch einer! Ah, scheiße! Komm, bitte, äh... Bewegt dich zu mir! Bewegt dich jemanden faden, Kaule! Ich kenn mich aus! Letzter verbleibende Gegner! Die ist immer noch hier! Nicht rausgehen, Sun! Nee, ich rausgehen! Und ähmt sie? Nee, ich rausgehen! Ah, nach rechts! Zum... Nach Onsport! Dann sei lieb! Die ist jetzt hier! Die geht in die Library! Die sind auch dabei! Handsome, Gunlan, Gunlan, Gunlan! Ah, gut! Ich bin sehr enttäuscht von dir! Ich hab' ihren Kopf nicht mehr gesehen! Ich bin sehr enttäuscht von dir! Ich hab' ihren Köpfen nicht gesehen! eigentlich noch irgendwie sehen. Das wäre cool, dass man ein kleines Icon sieht. Welcher Alarm? Ja, dann musst du drauf hören, wenn welcher. Ja, das... Manchmal hast du so zwei relativ nah und so. Du weißt ja nicht, welcher. Ob dem Flur oder da hinten. Egal, gewinnt. Ich finde den auch anstrengend. Ich muss jetzt malen. Mal wieder. Aber du weißt doch noch gar nicht was. Du hast das gekauft. Ja, weiß ich was. Die soll eine Zeichnung malen. Von der besten Orgel ever. Aber ich kann bloß mal abwahlen. Ah... Oje, das wird nix. CDU-Logo. Das wird nix, ich sag's dir gleich. Du bist sicher, dass ich das machen soll? Weil ich sag's dir, das wird verschandelt. Ich hab mich auch mal in Rainbow Six probiert. Six probiert, war nicht ganz so gut. Also für meine Mates. Ach was. Es gibt kein schlecht oder kein gut. Ich hab das Spiel jetzt knapp drei Seasons lang nicht richtig gespielt, vielleicht sogar vier. Okay. Wir sagen einfach, das ist ne Karikatur. Oh, nee. Okay. Ähm. Warte mal, kann ich da nicht zoomen? Geht das? Plus, plus? Nee, geht nicht. Steuerung. Rechts unten ist ein bisschen Balken-Ding. Das geht nur so riesig. Okay. Oh, je. Oh, je. Du bist zu groß, oder? Groß. Ich weiß ja nicht, wovon du willst. Oh, je. Ah. Machst du jetzt ein Antifa, du? Nee. Asabal-Chan. Ja, genau. Ach, du Scheiße. Das ist wichtig. Schreiben mit Namen aus ist super, Kanker. Das sind vier Leute. Alter. Ach, du machst jetzt mich, oder was? Ähm. Netflix. Alter Netflix. Alternat. Ist das so ein Blau? Das ist so. Alternate. Warte mal. Das ist so ein... Ist das nicht diese Website, wo... Ich wollt grad sagen, machst du jetzt Werbung? Ja, das ist seine Orga. Also seine... Ey, das ist ne Website, wo die die... Ja, nicht nur Computer, theoretisch alles. Die haben auch ne E-Sports-Orga. Ernsthaft? Grau. Echt? Das sieht blau aus. Okay, dann mach ich's... Ja, aber das Schild hinten ist doch grau. Gucken wir mal nach. Was ist denn da so? Oh, guck mal. Da ist jetzt mal wieder eine Grafikkarte eingetroffen. Und es ist kein Shop-Verkauf. Das ist der alte Dori. Ja, ich... Und wo ist das neue Logo? Ich find nur das. Ist es, dass es so eher bräunlich ist? Sieht das nicht. Ähm... Das bräunliche Logo kenn ich, aber das war, glaub ich, was anderes. Geh auf unsere Homepage. Geh auf unsere Homepage. Jetzt ist das hier nur noch wirklich Werbung. Okay. Jetzt ist es, das ist so klein. Ich hätt das gern den Grö... Ist nur kurz den Großen. Okay. Ist aber seine Sonnefarbe. Ist okay. Oh, je. Oh, je. Das wird nichts. Das wird nichts. Oh, je. Du, 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 du. Ich muss da aber so nicht. So. Das ist nicht ganz... Also, da ist was zweites. Oh, nein. Das war mein Fahrrad, oder? Der Winter. Ich schnapp ja mal eben das Obero. Zehn. Das ist epische. Okay, dann muss ich... Ich muss das jetzt hier aber so Spaß machen, bevor es eigentlich weiß ist. I'm sorry. Njup. Njup. Njup, njup, njup. Oh je. Oh je. Hm, das könnte ich ja nicht von hier aus machen. Woop. Ne? So, ist okay. It's okay. Oh Gott, ich kann das so recht niemals machen. Jjup. Das sieht fast aus wie die gleiche Fahrrad. Oh, ist mein Schatz. Hm. Okay. Okay, ich mach das. Nein? Hoch. Hoch. So, jup. So, 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 so. Hast du ein Tag falsch geschrieben. Was? Du hast ein Tag falsch geschrieben. Soll nicht ein Tag heißen. So, du hast ein Tag falsch geschrieben. Das schreibt man als TKS. Nein, das schreibt man genau so. Nein, das stimmt nicht. Ich muss jetzt mal ein bisschen, wenn man das kennt. Oh nein, das ist nicht zu. Ich bin so ein Profi. Total. Ja, das ist so. Du hast schon. Krass. Ist das nicht wunderschön? Mega. Das ist so wunderschön. Bitteschön. Warte mal. Irgendwo ist noch. Ne, das passt so. Warte mal. Ich mach's anders. Nein, kannst du. Ist das nicht dran? Ne, das machst du doch nicht. Ich mach's doch nicht. Mach's so. Warte. 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 Oh, ich hab mein Twitter-Bild mal geändert. Oh Gott. Mega. Oje, oje, oje. Das sieht wunderschön aus. Mega, ne? Oje. Oh nein. Kochfett. Ah, Kochfett. Warte, ich schau gleich. Es ist so beautiful. Mega. Wahnsinn. Was? Hier bitte, Garst. Deine Zeichnung. Extra für dich. Ich kann sie auch abspeichern. Was? Oh, mega. Weil du willst sie bestimmt haben. Neues Logo, confirmed. Ja. Könnt ihr gar nicht einbauen in eure Webseite und sogar? Also, ich geb euch mehr. Boah, ich brauch nicht mehr lange. Dann kann der Nächste hier auch gern noch ne Zeichnung bekommen. Dann verschickt einfach mal an alle Zeichnungen. Hi, Toki. Wie geht's? Wow, ich hab ein Alpha-Pack. Warum hab ich da auf mich geachtet? Nein! Oh nein. Aha. Finde ich auch. Also, kannst du gern weiterleiten. Also, ihr dürft das gerne benutzen. Kein Problem. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Dir auch. Kochfett. Wie geht's? Schlecht. Ich hatte gerade einen Mäntel. Oh nein. Was los, Toki? Willst du drüber reden? Da steht Toki. Immer noch nicht Toki. Das haben wir noch letztes Mal schon gehabt. Du verstehst das nun. Das stimmt. Als du bist. Ah, danke. Bitte. Heute war einfach ein Scheiß-Tag. Oh, fühle ich. Fühle ich. Willst du ein paar Menschen abschießen? Also, in Weinwo. Also, in Weinwo, ne? Yes! Nicht, dass das jemand falsch versteht. Toki, willst du ein paar Menschen abschießen? Ich hab welche hinter meinem Haus versteckt. Hier, nimm diese AK, die noch nicht mit deinen ganzen Fingerabdrücken von den letzten 200 Malen überseht ist. Oh Mann. Lisa. Ja, aber... Guck mal, wenn der genau, wenn der genau hinguckt, ne, bei der Frost direkt, die Schulter, ne? Die ist ein Pixel über dem Rechteck. Und bei dem Echo auch. Alter, du, ich, ich bin gerade komplett überfordert. Können wir bitte Nutella-Bot kaufen? Dann kann ich das nie wieder nicht sehen. Warum sagt sie mir so, wenn es bleibt wie... Warum redest du Worte? Ja! Mr. Magic Man, stop, stop speaking. Okay, schieß dir alles ab. Ich muss da ein Loch reinmachen, weil sonst... Ja, das Gefühl kennen wir. Ich hab noch heute keine Pause gehabt, hab 3,5 Kilo mehr gearbeitet. Ohne Pause, das ist schon heftig. Das hatte ich nur, als die schlicht und eine Veranstaltung hatten damals. Und da hatte ich dann auch plötzlich 20 Kilo abgenommen. Aber mehr habe ich nicht mehr. Ja, warum? Ich würde empfehlen, Pausen zu machen. Keine Drogen zu nehmen. Vielleicht klappt das. Aber Drogen sind doch voll lustig. Drogen sind die Augen. Jeder hat sie, keiner braucht sie. Alles klar. Nichts essen. Hey, Fappy. Nein, keine Zeit. Ich würde dich gerne klugelig herzen. Ich würde mich nicht klugelig herzen. Fenster auf, äh, Dropper auf. Ja, ich nehme dir ab. Ja. Da wird aufgemacht. Genau. Hast du mal ein Headshot? Sunfield bei mir, bei der Tür. Oh ja. Oh ja. Selbsttipp. Selbsttipp. Der ist nicht. Selbsttipp. So, der ist nicht. So, der ist nicht. So, der ist nicht. Und Floor ist auf jeden Fall einer, Sun. Hm. Ja, Bewegungssensor. Ja, ja, löst das aus. Das ist gut, dass das auch geht. Ich hatte gerade rumexperimentiert damit. ich wechsle das magazin einer links einer vermutlich rechts schreckt mich doch nicht ich bin manchmal auch drei ich guck links dann ja da ist ich bitte da ist nicht lang doch da kommt das war das nebaner kommt sicher von der anderen seite ich habe schon gehetet das ist eine nomad was soll das jetzt heißen fick dich du blöde sauber agita zu deiner freundin toki musst du deine freundin gucken ich geb dir die auch was zu essen wenn die nettes das tun frauen meistens streuselkuchen ich habe auch noch nicht gegessen warum tut ihr das alle nix essen ich hatte heute gesagt ich hatte ein zapp mit vierfach käse frischkäse dann noch scheidenkäse normale rolle also ganze halt acht meter oder so weiß nicht wie lange das ist ja das große halt das war so große vier fach vier fach frischkäse dann noch scheibenkäse also eigentlich was käse mit ein bisschen salami das auch ja und irgendwo war auch eine frau war zwischendrin genau habe ich mit gegessen zum angriff bereit machen wo da waren die ja meine bombe entdeckt verteidigt wenn es dabei gerade errichtet ich bleibe noch zehn sekunden kann dabei aufmachen fünf sekunden ich habe nichts zum aufmachen das ist schlecht und macht hier keiner die wände zu wir brauchen keine wände hier mal aufmachen wäre ganz geil ja open the wall lasst mal warten ja wir können dir ein ordentliches warten bei b bei b bei b bei b bei b warum ist hier das fenster die tür zu weil es hält wie jeder da war das fenster ist auch ohne ist tot ich frage mich grad wer was mit remakes machen ich frage mich grad wer was mit remakes machen und ich bin fast und ich bin dass ich so ich bin ganz so jetzt ich bin da da ich bin vorne zubehör noch da vielleicht auch nicht die gegner haben einen entschärfer neben einer bombe platziert zerstört ihn zu uns wort wie ein kämpfer des eigenen trupps verbleibt da war ich jetzt gerade komplett überfordert sind bei b reingekommen keiner war da ja weil genau weil erst mal baden aber lass wasser ein ohne wasser macht das kein sinn ein überlegtes brot mit wasser braucht man wirklich fürs baden wasser kannst du auch in kacke baden das klingt zumindest schreckgenehm muss ich mal so sagen schlagsahne hack so ein hackbad wäre schon geil ja ordentlich zwiebeln noch reinhauen hoh komplette wo ist lisa ja wie ist sie weg hast du gerade ficken hast du gerade ficken du hast ficken gesagt das habe ich genau gehört hast du nicht er hat gesagt du bist das wort mit f ja ficken durch die ganze zeit oder bin ich habe ich habe ich was auf die ohren sie ist da hat er auch mit wirst du gerade was machst du gerade ne ernsthaft jetzt was machst du gerade ne ernsthaft jetzt was machst du gerade ich habe mir Wasser gemacht ok Schinken geholt ich habe Hunger Schinken ich habe Schinken verstanden im wasser und schenken gesundes abend essen fucking ich habe Trex aktiviert. Trex-Striker des Spiels. Lade nach. Gehen wir mit uns am Back Arena mehr. Der Strex-Striker des Spiels. Da greffe ich grad nix! Der Wackert Nummer 5 AP. Aber das ist schon gut. Okay, nur noch einer auf Spot B. Und das wird's clear. Dann der Front to rise. Keine Kugeln mehr! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, dass der da ist! Ja, wollte ich! Guck diesen Camper da an! Moment! Der hat mich vorher... ...letzter verbleibender Gegner! Okay, Frost ist, Frost ist komisch. Die kann mich nicht gehört haben, hat mich aber markiert. Alles klar! Sand! Das ist richtig! 20 Sekunden! 20 Sekunden! Freizeit! Frost! Ist ja noch da drin! 15 Sekunden übrig! Macht der da? Geh den scheiße Füßer holen, Idiot! Eher... Eher... Wenn sie da On-Spot wäre, hätte er besser... ...ein eigener Tod getötet. Eher... Seid grad lustig aus! Frost hat ja gar nicht mehr gelebt! Ey, wo war ein Frost? Dann hat die linke Kugel... Dann schon tot! Ich bin nicht gut, diese Runde! Oh, warte mal! Operators! Ja... Na, ich muss da mal das Scope ändern! Na, die hat eine schreckliche Waffe! Ich bin doch alles scheiße! Jetzt geht's los! Okay, und jetzt... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Drei... Zweiundsebzig... Ich hab's gewusst! Einundvierzig... Oh, doppelschön! Wünsch' euch noch einen schönen Abend! Wünsch' euch noch einen schönen Abend! Wünsch' dir auch! Viel Spaß mit deinem Zungenbild! Ich muss das nicht mehr sagen, oder nicht die Klärung! Mit deinem Werbebild! Gesponsert von... 3K Keksten! Er arbeitet da! Und? Ja, aber ich hab's gesponsert! Wir müssen eine Bombe aufführen! Nur der Gutschi-Slayer hat... 4Kekens, wir haben alle nur einen! Der hat gehackt! Klar! Der Mosi! Gleicher wie wir! Achtung! Eure Brune hat eine Bombe lokalisiert! Ja! Wenn sie wegen Mädchen klicken, dann sind sie vor der Kubertät und Jux! Einsatz in 10 Sekunden! Wie Lisa! Weil es gibt keine Mädchen im Internet! Nein! Das riecht auch von Real Life nicht! Riecht zur Bombe vor und entschärft sie! Da sind Plattie, die schießen manchmal da vom Fenster runter! Da soll ich runter schießen! Die schießen manchmal da beim Fenster runter! Die schießen manchmal da beim Fenster runter! Ich habe Tracks aktiviert! So Kleiner! Und wie kriegen wir jetzt das Ding hier weg? Ganz einfach! Geh weg dann Lisa! Warte! Wo ist hier? Scheiß auf die! Ach komm! Ey, du stehst schon in der Tür, die kriegt mich trotzdem! Fick dich! Ganz ehrlich! Hinter der Bar! Hinter der Bar! Hinter der Bar! Hinter dir! Bombe wurde lokalisiert! Entschärfung einleiten! Findet ihr einfach Blenden! Das war ein ganz schlechtes Schild, das war so richtig krackig! Aber! Das ist nicht schlecht, dass ich hier letztens bekomme! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Ich bin hier nicht raus! Ich will durch! Ich gehe da wieder rein, Lisa! Wo ist denn der Ren denn? Außen! Das wäre ja gut, wenn der mir helfen würde! Der guckt durch das andere Window! Komm jetzt hinter dir! Pass auf, Lisa! Komm jetzt wird überall! Nur noch einer vom eigenen Truppen! Super! Und jetzt drop! Ach, Lisa! Ja, wieso hilft der Rande mir nicht? Weil der hat ein Fenster gesehen, dass er schön arbeitet! Ja, aber ich habe einen Kill gemacht! Wahnsinn! Ich habe auch einen Kill gemacht im gesamten Match! Nee, ich glaube ich habe mehr gemacht! Kriegen wir jetzt Flugzeug? Ich will jetzt Flugzeug spielen! Ich will jetzt Flugzeug spielen! Ich will das trotzdem spielen! Ja, aber es ist nicht mehr drin! Dann ändert das! Du hast doch die Macht! Leider nicht! Schreib Ubisoft an! Du bist ein Mädchen! Du spielst Videospiele! Du möchtest Flugzeug spielen! Aber es gibt doch keine Mädchen im Internet! Ja, dann musst du denen halt ein Beweisbild schicken! Von deiner Geburtsurkunde, wo drauf steht Junge! Okay! Die Map wurde auch überarbeitet! Alles wurde überarbeitet! Zwei! Können die neue Maps reinbringen? Nein! Oh geil! Ich werde mich reingehen! Vielleicht kommt ja nächstes Jahr mal eine neue Map! Tschüss! Hallo Gen! Ich hätte gerne ein Gefängnis! Ein Gefängnis? Ja! Bin jetzt im Bad! Nice! Mit Wasser oder ohne? Wie viel Wasser ist das die bessere Frage! Ohne! Hast du eine Badebombe? Mit ohne! Mit ohne! Mit ohne! Ist das chinesisch mit ohne? Ja! Ne! Ohne! Ohne! Du kannst gerne meinen Rücken haben, Toki! Ja! Ja! Ne! Du kannst gerne meinen Rücken haben, Toki! Nein, Flitzi! Einfach nein! Nicht! Auch nein! Badebomben sind Mythos! Wir müssen eine Bombe aufgeben! Nein! Bademö... Bleh! Bademöhren? Bademöhren? Ja! Den kennen wir wirklich nicht! Das ist nur was für Frauen! Ah! Verstehe ich! Bademomben sind toll! Ich hab grad was von der Bademöhre erzählt! Ja! 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 Die berühmte Bademöhre! Die kennen wir alle! Ist halt so... Ist halt so eine Einmalnutzungsding, weißt du? Ja! Müsst ich das im Wasser auf? Ja! Mit Clash! Und ne Mozi! Und ein Blitz! Müsst ich das Wasser auf? Ja! Mit Clash! Und ein Tatschi! Und ne Belk! Und die Pieken! Und sie gelangt zu ihrer Position und entschärfen sie! Es wird toll werden! Yay! So viel Spaß! Kommt alle zusammen! Ich hab so viel Spaß! Hast du Spaß? Ich hab Spaß! Okay, Lisa ist auf Drogen! Sehr gut! Immer! Achtung, das Fenster links ist glaub ich offen, das da! Da ist eine drin, Lisa! Vorsicht! Hier bei mir! Hier! Äh! Da sind ja keine Granaten mehr! Komm raus, Baby! Natürlich kommt sie raus, wenn ich weg schau! So! Die haben sicher irgendwo ne Cam! Ja! Irgendwo ist ne Cam! Ist ne Walk! Natürlich haben die ne Cam! Die Walk ist tot! Die haben die Kameras nicht! Witzkeks! Mal fahren! Achso, ja! Ich seh sie! Wo? Alles kaputt jetzt! Sehr gut! Nice! Dann im Fenster! Wovor war Splatis was! Ja! Hast du geschossen? Nein! Ich glaub du wärst auf den Puls? Nö, dazu einfach ein Random Bandit! Okay! Schärfer muss zurückgeholt werden! Ich hab nicht gehört! Okay, kann mich gehört haben! Probably! Ich hab nicht mehr verbleibt! Nester war On-Spot gewesen vorhin noch! Ich mich erschreckt! Sagt mir mal Bescheid! Die Kamera oben rechts ist noch an! Jo! Ich seh hier nichts! Der Bandit ist da noch nicht drin! Ja! Ja! Nicht mehr lange Zeit! Sehr schön! Juhu! Ja! Mach! Ja! What ein Skill, Alter! Nice! Vereine ich mich! Willst du mitspielen? Was? Ich hab dich gewarnt? Was? Wie? Was hab ich verpasst? Ich glaub wegen dem Fenster! Eins, zwei, drei... Ach so! Ja, ich war nicht halt immer! Aber du hörst ja nicht auf mich! Dreimal Bescheid gesagt! Du hörst nicht auf mich! Hast du Peck? Ich bin nämlich schon da gestorben! Ich hab doch die Welt getötet, bevor die Lisa abgegessen hat! Nee! Nein, hast du gar nicht! Ja, dann hat die halt gehackt, weil ich konnte sie eigentlich nur in den Kopf treffen! Aber das Game sagt, du hast die Schultern getroffen! Gibt es gar nicht! Die Schultern sind eine Erfindung der Kapitalisten! Wir müssen eine Bombe aufschmüren! So wie alle Ampel auch! In Wahrheit sehen die Menschen aus wie Bernd das Brot! Ein guter Kommunist! Brauchst du dich nicht beeilen, Toki! Geh dir mal in Ruhe baden! In Russland hieß er Bernd die Rübe! Achtung! Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert! Willst du dir das echt geben, Toki? Ja! Ich würd's mir drei überlegen! Ich mein immer gerne, aber ich bin nicht nur voran! Vorhin haben wir noch Franz Bössisch geredet, das war noch schlimmer! Oh ne, die haben einen Clash! Ich mag doch die Clash nicht! Die hatten vorhin schon Clash! Ja, dann bin ich schon gestorben, bevor ich's gecheckt hab! Ja, die Clash auch! Weil die wurde erschossen! 5 Sekunden bis zum Einsatz! Können wir das jetzt auch wieder so machen? Nein! Clash abschießen! Danke! Wir töten jetzt alle! Clashwork, jaja! Ja klar! Okay! Ich bin immer noch von dieser Toilette fasziniert! Toilette? Die da oben! Die ist zu! Das heißt, da ist jemand drin! Oh, die Clash ist hier! Oh, die Flash ist hier! Die Mozzarella ist dort! Na, Chunker! So, Mozzarella tot! Ich hole trotzdem nicht den Diffuser! Die Clasher! Hm? Ist die Clash bei dir? Äh, ich glaub die Clash ist tot! Ich glaub der... Ja, Meta-Dirschung! Ich bin nach oben geflüchtet! Da Chunker geht mir auf die Nüsse! Wie viel hat denn der noch? Links! Da ist die Clash! Ne, die Clash ist nicht tot, wir haben das war tot! Dreiviertel Leben! Uhhh! Bullshit! 1HP noch gefühlt! Fünf... 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 Yo, ist klar, sicher. Okay. Hat die gerade Nase gekippt? Nein. Französisch höre ich oft genug, meine Freunde ist Französin. Oh, nee. Oh, wei, wei. Oh, nee, nicht mehr wieder. La Frommager, El Baguette. Okay, warum musstest du das an? Wiei, Taschenka, Kapkan. Oh, Vigil! Jetzt geht's wieder los. Wann bin ich die Runde gut? Ih, 290 Punkte ist... Dafür hast du einen 49er Ping, das ist der höchste. 55 bitte, 56. Und ein 44er Spiel. Oh, warte. Schattling ist bereit und unterwegs. Finster abgesperrt. Schattling ab... Ja, Drohne für uns wird laut. Ach so, du bist der Typ. Ja, und ich mach mal einen Drohnen. Wand verstärkt. Neue Immobilie. Neue Immobilie in der Kameraung. 10 Sekunden noch. Kamera positioniert. Es neilen 5 Sekunden. Erst. Bombenstandorte sind sicher. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Zugang zu der Schaden. West Gate. Barrikade errichtet! Grätscharf gemacht. Tür im Auge behalten. Zugangssperre angebracht. Lass sie nur kommen. Das Fenster. Alter ist das nett. Bohnenkanone. Nicht mal ein HP hat die noch. Hä? Wie hat die das gemacht? Das will ich sehen. Er hat sich bei mir geteleportiert. Schwör. Meine Erbskanone hat den Gegner gestrichen und dabei gesagt, komm, ich will kuscheln. Das ist aber nett. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann habe ich eine Shotgun in die Fresse bekommen. Nein, der eine Platin 3 ist der einfach. Ey, fick dich. Ist halt unrated bei Rainbow. War ja immer schon so. Ich war so eingestratzt. Das ganze war super grau. Finde ich los. Weißt du, manche Leute packen Badepumpen rein mit irgendeiner Farbe. Brauchst du es nicht. Ist dir deine eigene Farbe? Die Bomben schütze. Ach, der läuft ja so komisch. Hallo, der läuft wie ein Fländers laufen würde. Hi, Leo. Das ist so ungewohnt. Ach, nee, hier habe ich auch. Das blöd ist. Das blöd gibt es sonst noch. Das ist gut, nee. Ich sichere den Boden. Zugangsperre hat nur noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Achtung. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Bombe vom Kiefer entdeckt. Die Wand wurde verstärkt. Hast du jetzt ein Bild vom nackten Toki oder was? Ich will auch ein Bild vom nackten Toki. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt ins Bild schaue, dann sterbe ich. Hundertprozentig. Dann schau jetzt aufs Bild. In 3, 2, 1, jetzt. Das gibt 20 Punkte für Gryffindor. Niemanden gesehen. Ey, bitte sag mal, sieht ob man geblindet ist. Ich war full blind. Nein, sieht man nicht. Du lügst. Wieso kriegen wir kein Bild vom Wasser? Ich find das ein ziemlich... Warum hast du Handschuhe? Achso, du hast da deine Handschuhe gemacht. Er badet mit Handschuhe? Was? Warum hat er Handschuhe in seinem Wasser? Was? Ich weiß es nicht genau. Nachfragen? Akzeptieren? Ja, hab ich doch gefragt. Hast du ihn auf Spanisch gefragt? Nein, ich kann kein Spanisch sagen. Genau. Miss Latina. Oh, Fletty möchte eine Zeichnung haben. Was möchtest du denn haben? Fletty im braunen Wasser? Mit gelber Hände. Okay. Dann glaube ich, dass er wieder mal seine Fantasien auslebt, auf dem Bauernhof zu leben. Oh ja. Hast du was gegen Bauernhof, Arschloch? Ja. Haha, Tokio auch. Fletty, was mehr? Fletty. Zeichenrunde. Ich hab's gelesen und hab... Ähm... Was möchtest du haben? Was möchtest du haben? Den Weltuntergang in Beige. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Alter. Ich hab' die weg, doch nicht spiel. Ich will Käsekuchen? Ähm... 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. Kein Bock mehr. Ach, er will sich wie er Käsekuchen ist. Alles klar. Ja. Oder auch einen richtigen. Hi, wo sind wir hier? Ist das A oder D? 10. Cool. Ah, ich kann nicht von der Seite... Ähm... Muss ich hier? Du kannst alles, wenn du ein Pokéball sein möchtest. Tja, schön. Nö, die ist in die Flappy Trap gerannt. Was? Echt? Ist sie doof? Ja. Hier draußen ist was. Hallo. Da könnte noch einer kommen. Ah, hier ist ja Feuer. Hier wird aufgemacht. Ach, hier ist doch zu... Warum? Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Von hinten. Von hinten. Bitte. Hä? Wie? Ich war komplett hinter am Schrank. Ach, der war schon da. Das war jetzt nicht. Hätte ich versanden. Gut, Hafer. Wie die einfachen Wendung noch trifft. Wie? Leute, was geht bei euch ab? Was? Die fährt sie nicht. Scheide. Ähhhhh. Zeichenstunde. Ja. Also. Der Flattie im braunen Wasser mit gelber Ente. Das ist jetzt nicht. Das ist jetzt nicht. Ein lieder Ohr. Okay. Braun ist auf. Ein. Ein. Prost. Was? Du bist in einem braunen Meer. Okay. Warum ist das mehr Braun? Wer sucht hier? Nicht suchen. Ich glaub es hackt. Hä? Sind wir alle raus? Toll. Wird doch nicht. Doch, ich bin raus irgendwie. Warum auch immer. Hä? Wer war's? Wer ist denn überhaupt der Squad Leader? Keine Ahnung. Dieser. Du bist raus, stimmt. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Kommen sie mal rein, junger Mann. Wer ist denn überhaupt der Squad Leader? Ich kann dich nie einladen. Kein Stress. Ich hab mein Discord-Bild hab ich auch noch geändert. Oh. Was sind so viele Möglichkeiten für Flatti? Kannst du mir nachschauen? Warum hab ich so Wellen? Du badest im braunen Wasser. Voll im Meeres, voll der Wellengang. Ja. 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 Over and around. The fuck? No? Come on. Hello. Eiffel Tower. El Pelican. What? Pelican. La Troete. ja genau das heißt auf französisch ich spreche kein gutes französisch ja dann sage ich einfach volle vous france avec moi irgendwas wieso leckt dieser jetzt schon wieder jetzt wo sie gerade zeichnet das ist so unverschämt halt jetzt wo sie zeichnet leckt die was soll sie denn ablecken in der stream leckt warum leckt der stream jetzt ich lecke ihn zurück der kann doch gar nicht viel lecken ist der oft bei mir leht der nicht gerade ist der bei euch ja drück auf l5 habe ich schon jetzt habe ich nur schwarzes bild jetzt habe ich werbung war kraft schadolanze bitte was egal ich sehe aus du bist so schön ist doch hübsch warte mal zu pink also ich würde von mir weglaufen ich würde dich direkt ablecken nein danke ich würde dir wieder käsekuchen geben der ist dann aber vergiftet ey der käsekuchen hat dich auch bis jetzt immer noch nicht umgebrat also so vergiftet kann er gar nicht ja noch nicht da ist so ein timer drin weißt du so ne gelbe ente wolltest du oder ja natürlich ne quietsche ente muss immer sein hallo no you so ich glaube ich esse jetzt das erste mal was wieso habe ich auch so komische nippel das sind keine nippel das sind augen ach so entschuldige weißt du nach dem arbeitstag heute fühle ich mich einfach als wäre ich 70 mir tut alles mir tut alles weh ich will mich nicht bewegen ich habe randomly angefangen zu weinen ich bin kurzzeitig ohnmächtig geworden also ey das irgendwas herzinfarkt äh bse noch irgendwas ja grausame nee ich hab by the way lisa du erinnerst dich doch an das gamer shirt oder mhm das was du geschenkt bekommen hast ja ja und eins das und zwei meine mutter hat mich gefragt was zum was das heißt ich konnte sie nicht erklären weil ich lachen musste ich hab dir gesagt tu dir selbst einen gefallen und google es nicht so das ist flätty im braunen wasser mit einer quietsche ente episch es ist mega picasso kann einpacken find ich auch so sieht ungefähr auch das was er bei mir aus change my mind hihihihihihihi also es ist halt wirklich so ist es einfach komplett schwarz gefühlt Dein Wasser hat der Wellenkrank? Ja, natürlich. Hi, so ist Giro. Ja, ich spiel noch Rainbow Six. Fletti und Toki haben sich nur gerade mit den Kanalpunkten Dingsbums gekauft. Dingsbums, ja. Ein Bild gekauft. Toki will dich, wie du Käsekuchen isst. Mit euch zusammen. Oh mein Gott, das ist viel. Das sind so viele Menschen. Ja. Ich kann auch keine Menschen mal. Das Beste einfach. Ich bin bei Lisa Mott. Ich kann mir einfach die Punkte zurückgeben und das nochmal, nochmal, nochmal. Was? Ich möchte bitte, dass du noch mehr Käsepum. Ja, klar. Warum geht das? Ich kann auch Fletti die Punkte zurückgeben. Yay. Moin, ich hätte da... Toki wird jetzt nur mehr weh. Tobi, ich hatte da so vor ein Bild gemacht. Das kannst du mir ruhig wiedergeben, die Punkte. Nein. Die sage ich auf alle akzeptiert. Das heißt, die Punkte sind für immer gone. Wahnsinn. Mir macht dieser Elite-Tachanka Angst vom Aussehen. Ja. Denkst du sehr bald? Oh. Das ist wohl nicht. Erinnert mich halt so ein Bildchen an die Zeiten im Gulag. Und die Körperform ist so ungefähr meins. Irgendwann reden wir nochmal über... Fletti, da fehlt das Fass. Da fehlt vor allem der Bauchnabel. Was hat der für einen komischen Bauchnabel? Das ist ein wunderschöner Schuh. Vor allem hat Tachanka überhaupt Nippel? Ja. Das ist so wunderschön. Tachanka ist so männlich, dass er damit Milch produziert. Ah ja. Das kannst du als Mann wirklich. Hier. Oh. Tappi, produzierst du für mich bitte Milch? Nee. Will ich mir jetzt eine runterholen, oder was? Das ist mir egal, wie du es machst. Hi, Felix. Alles fit. Wir müssen noch warten, bis sie dieser fertig gezeigt wird hat. Versucht gerade... Keine Ahnung was. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es selber nicht. Die Versucht Magie. Ja. Könnte alles sein. Ein Bärt. Mit Augen. Eine Ente. Eine Ente, ja. Wie sehe ich spätestens wieder Rainbow? Die spiele ich tatsächlich schon seit... Keine Ahnung. Acht Wochen? Drei Stunden. Weiß ich nicht. Drei Stunden, ja. Ungefähr. Immer mal wieder abends. Langeweile. Ich muss mir auch die Zeit vertreiben, bis ich hier... PS5 spielen kann. Wunderschön. Mega. Wo ist jetzt der Käse? Was ist da? Nicht verlieben. Ich wollte gerade fragen, wenn ich das sein soll, dann ist das schon ein bisschen sad. Warum blutet das aus dem Mund? Das ist der Käsekuchen. Da war ein Splitter. Klar. Oh, du, ich kann keine Benz. Ich muss nochmal was hinschreiben. Ausgenommen. Menschen. Menschen zeige ich mich nicht. Okay, dann sage ich das nächste Mal, Vampir. Alles, was ein Menschen ist. Jetzt bei dir neues Fix. Ein Centaur. Togi, du hast ein bisschen verkrüppelt im Fuß. Oder bist du... Das ist richtig. Das ist völlig in Ordnung. Das kennen wir doch von mir, nicht, Anta? Irgendwas ist immer verkrüppelt gefühlt. Du hast dir einfach gerade wieder wehgetan. Ich bin aus, dass er drübergerollt. Du bist drübergerollt und da kam der Song, der See Him Roller. Ich will dich Händchen halten mit dem. Ich will dich Händchen halten mit Hoki. Ja, haltet aber jetzt Händchen. Alter, was ist das für ein zweiter Arsch? Warst du ein zweiter Arsch? Hat meine... Hat meine Hand... Meine Hand sieht aus, als wäre es eine Spinne. Die beißen will. Die wichtigere Frage ist, wo kommt dann der Käse? Er kommt dann... Interessant. Toki, was hast du für eine Augenfarbe? Blau, grau, grün. Toki. Blau, grau, grün. Gelb, pink mit ein bisschen schwarz. Also ich habe wirklich blau, grau, grün. Je nach Lichteinfall. Same. Heißt du, wenn ich aufs Auge haue, sind die eher so bläulich? Wenn ich hinfalle, eher grünlich. Du schielst ein bisschen, I'm sorry. Er grümmelt da Fuß, Spinnenhand und er schielt. Sind deine Haare vorne noch blau? Ja. Cool. Das ist eher so ein... Aber nur vorne, die Schamhaare. So, blau, oder? So, so. Ja, wie soll ich denn das jetzt mal? Du kriegst also hier die blauen Haare. Oh Gott. Alter, das sieht aus, als würde ich ein Toupet tragen. Ich bin fertig. Oder das ist dieses Franzosenhut. Ja, ein Barrette. Le Francais. Oh Gott. Müsst es so sein. Oh, oui, oui. So, jetzt. Oui, oui. Sind deine Haare eigentlich ganz dunkelbraun, oder sind die schon schwarzen? Die sind dunkelbraun. Echt? In Germany we call it Straßenköderblond. Nee. Nein, Straßenköderblond ist das, was ich da oben bin. Also legit, meine Haare ist eigentlich Straßenköderblond. Sieht ganz großartig aus. Wunderschön. Leck dich schon wieder, die Lisa. Wieso leck die Lisa schon wieder? Weil die Zeichnung so wunderschön ist. Ja, ich glaube auch, Twitch überlegt die ganze Zeit, macht das aus? Zwischen Twitch schnell bannen, oder? Ist das schon Körperversetzung, oder doch nicht? Das ist nudity. Warum sieht das aus, als würden wir eine Laola-Welle machen? Guck mal, von meinem rechten Arm angefangen. Ich frage mich eher, wo ist der Käsekuch? Oh, verdammt. Alter. Lisa, ich dachte, du hast gerade dein Bein ineinander verwachsen lassen. Das ist deins. Kommt jetzt noch einer, oh Gott. Ja, Toki will uns alle dabei haben. Ach so. Ja, voll nett, aber in der Hinsicht ein bisschen grausam eigentlich. Lisa, warum hast du nicht einfach viel Computer gemacht? Mal, im Gesicht von jedem. Weißt du, wir haben hier Corona und Lisa mal, die man ein Händchen hält. Halt echt so. Wieso habe ich eigentlich die größten Füße? Ich habe in Abstand die kleinsten wahrscheinlich. Nee, wenn dann habe ich... Warum hat er nur zwei Finger? Vier, fünft, 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 fünft. Welche Augenfarbe? Alter, er ist Dr. Eggman. Dr. Eggman, welche Augenfarbe hörst du? Ja, ach so, ich? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Warte mal kurz, ich muss kurz mal meine Kamera anfangen. Ich glaube, es ist blau. Sieht blau aus. Sieht blau aus, okay. Sie hat gesagt, da werde ich Fragen gestellt, während ich mir nebenbei Sachen angucke. Was guckst du dir denn an? Pornos. Du hast so... So einen kleinen Tieren. Aber du hast helleren. Ich habe fast rötliche Haare, meine ich, die meisten. Ich habe letztens einen lustigen gesehen, der war so lustig, ich habe mich echt weggeschmissen. Komm. Ein bisschen rötlicher machen. Das war eine richtig geile Story. Das passt schon, mach so. Ich muss die Story erzählen, weil das war Oscar-reif. Worüber redest du jetzt? Ein Porno. Ach so, danke. Das war eine sehr spannende Story, die war kinoreif. Die hätte von Michael Bay sein können oder, keine Ahnung, von Steven Spielberg. Aber es wäre das Text explodiert. Nein, das waren Stiefschwester und Stiefbruder natürlich. Der Stiefbruder liegt auf dem Bett und macht Dinge mit sich selber. Und Stiefschwester kommt rein und erschrickt sich natürlich und sagt, warum machst du denn sowas? Und dann sagt der Stiefbruder, ja, ich bin voll süchtig. Ich kann das nicht. Und dann fragt er seine Stiefschwester, kannst du mir nicht helfen, dass ich diese Sucht loswerde? Und die sagt, ja, na, kein Problem. Dann sagt der Stiefbruder, ja, wenn du mir jetzt deinen Hintern mal zeigst und ich wieder stehen kann, dann wäre das schon mal ein erster Schritt. Und die guckt ganz skeptisch und sagt, ja, kein Problem. Mach mich hier, hast du meinen Hintern, guckse. Der guckt ganz skeptisch und macht nix. Und so, Step One quasi. Und dann sagt der Stiefbruder, ja, ich müsste aber eigentlich, müsste ich deine Brüste sehen. Wenn ich dem wieder stehen kann, dann bin ich, glaube ich, über dem Berg. Das Ding ist, der eine Arm ist hier halb am Abbrechen und der andere ist geschwollt. Der ist geschwollen. Der ist geschwollen. Man merkt, man merkt, Lisa ist Rechtshänder. Ich meine, ja, gut, bei uns ist es aber nicht so merkbar, welche Hand wir nutzen am ehesten. Oh Gott. Meine Augen sind so glasig, denn ich rauche gern Bolognese. Wo ist der Käsekuchen? Ja, wo ist der Käsekuchen? Das ist die Frage. Tima. Wir sind alle voll fröhlich, dass wir zusammen sind. Total. Wir haben alle keine Nasen, weil ich kein Bruch. Wir bluten alle aus dem Mund. Ja, aber ihr blutet noch nicht aus den Augen. Noch nicht. Das dauert nicht mehr lang. Da haben wir unser Infektionsrisiko auf 200 erhöht, also da wird das Blut aus den Augen schon noch kommen. Ach Quatsch. Ja, vielleicht, ich fühle das. Wieso hat Lisa eigentlich, wieso ist Lisa so, wieso ist die so komisch geformt? Good Job, Lisa. Lisa, ich glaube, da ist irgendwie deine Hand blau angelaufen. I'm blue, da wird die, da wird die. Mein rechter Fuß ist angeschwollen. Lisa, wo hast du die Hand reingesteckt? Mann. Warum mobbt ihr mich? Wir mobben dich nicht. So. So, wo ist der Käsekuchen, Lisa? Ja, Moment. Hier. Wo ist die Tasche, in der ich den Käsekuchen transportiert habe damals? Hier gibt's keine Tasche. Hier gibt's einen Tisch. Mit einem ganz geraden Tischbein. Warum ist das Tischbein stabiler als wir? Das wolltest du nicht fragen. Die Perspektive ist krass. Und schon wieder war die Hand woanders. Okay. Der ist unten, das ist der Knusperbogen. Der ist knuspriger da, der hat der Keksboden. Ja, ihr wisst, was ich... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Ich bin Knusperbogen. Boden wollte ich sagen. Und der ist der Käsekuchen. Kann man eigentlich für deine Geschichte gebannt werden, dass du dem Porno erzählt hast? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Du bist ja noch nicht fertig? Käsekuchen. Ich erzähle das ja alles ganz blumig. Go, Q, Q, Q. Dann mach mal die Blume weiter. Ja, nachdem die Bubis gezeigt hat, dann hat er gesagt, ja, die hat er auch nicht angefasst. Da war die ganz stolz, die Stiefschwester. Und dann sagt der Stiefbruder, aber so ein letzter Test wäre eigentlich, wenn du mir deine Mumu zeigst und ich den widerstehen kann. Ich warte. Bitte? Ja. Bist du fertig? Okay. Gleich. Q. Dann setzt er sich vor die mit seinem Stift in der Hand. In Germany wie College-Schwengel. So blumig wie möglich zu erzählen, dass wir nicht gebannt werden. Okay, du darfst das halt nicht erzählen, weil der Banngrund sonst besser wird. Also, ja. Seinen, seinen, seinen Mal. Seinen Stift. Seinen Stift hatte er in der Hand. Seinen Stift. Wir haben es verstanden. Richtig. Und dann guckt er so und sagt, nee, eigentlich nicht. Aber dann fragt er so nach dem, liebe Stiefschwester, der allerletzte, wirklich finale Test wäre, wenn ich meinen Stift in deinen Spitzer nur ein, nur die Spitze eintunken darf und wieder gehen und aus dem Zimmer rausgehe. Weißt du, wie konzentriert Lisa dabei ist, werden sie dir einfach zuhören, das mal. Das ist insane. Die kennt, die kennt ihn bestimmt. Nee. Erfahren wir jetzt gerade, dass Lisa mal Schauspielerin war? Wahr? Fragezeichen? Lisa hat den Stift gehalten. Ja, mit ihrem Spitzer hat die den gehalten, dann hat der Stiefbruder den eingetumpt und dann ist der ausgerutscht und hat den ganzen Bleistift reingesteckt und die hat sich voll erschreckt. Und dann hat die Stiefschwester gesagt, ja, jetzt kannst du auch komplett abspitzen. Oh, dachte ich mir, dass er gleich stirbt. Ich muss sagen, abspitzen war schon gut. Das ist schon eine Sieben von zehn. Jetzt ist egal. Jetzt kannst du auch loslegen. Ich habe jetzt, glaube ich, 20 Minuten gemahlen. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, währenddessen habe ich hier Sweet Home Alabama gehört von Peppi. Ich habe Leistift-Variante. Ja, wir warten alle schon seit 20 Minuten. Da wird ja nichts. Ach, nee. Wir wollen jetzt alle Zeichnungen haben. Wusste nicht, dass du so lange brauchst für vier Menschen und nicht schon wieder Pavela. Oh, guck mal, Bombe. Pamela in Sao Paolo mit dem Toki und dem Peppi. Oh Gott, ich gehe ins Bett. Und Elida trägt die Bombe. Was, die ist die Bombe? Nein, sie trägt die Bombe. Oh ja. Eins, zwei, drei. Ich bin die Frau, die schießen kann. Kann das nicht jeder? Nein. Nein, die kann auch absp... Spitzen. Alter. In Germany we call it Spitzen. In Germany we call it, warum redet ihr sowas? Go away you German boys. Ich fand die Geschichte toll. Ich fand den Spitzer gut. Manchmal... Nein, eigentlich frage ich mich nichts mehr. Das Leben ist zu schön zu fragen. Ich lade noch. Nicht mehr. They see him loading. They hate him. Ich wäre jetzt aber super enttäuscht, wenn die das in dem Video nicht so genannt haben. Abspitzler war der Wörter. Wenn ich jetzt andere Wörter gesagt habe, dann wäre ich super enttäuscht. Das war in dem Video noch viel stumpfer. Wahrscheinlich ist das einfach so eine Dokumentation für die Schule. Da haben wir einfach vom Bauernhof und Nudelhölzern geredet, die den Teig reiben. Manchmal muss man halt seine Kelle in den Topf packen. Kommt doch, er hat Spaß. Manchmal muss der Puppet die Bar gesetzt werden. Gritlöck, Zerö, Kali und Nomad. Und da ist noch Amaru beim Market und bei der Pool Alley. Alter, wie lange. Er hat Platin 3 und lädt von einer Diskette. Deswegen ja. Der hat dann immer solche Pink-Vorteile, weil die Gegner können ihn nicht sehen. He's not existent in this world. Das letzte Mal, dass ich Rank gespielt habe, habe ich 5 Runden gewonnen. Und danach 5 verloren. Ne, eine verloren. Ich habe in der einen Runde, die ich verloren habe, genauso viele Punkte verloren, wie ich 5 gewonnen habe. Unser Maid schreibt einfach Amazon.com slash SSD. Du hast so ein schönes Bild auf Twitter. Ja, ne, finde ich auch. Mega. Ich finde so ein Discord-Bild besser. Das ist dasselbe, du Idiot. Nein. Doch. Das ist kreisiger. Kreisiger, genau. Auf Twitter ist das doch auch kreisig. Nein, wenn du draufklickst, ist es nicht mehr kreisig. Oh je. Ja, genau, poste Link, damit die schön Stream snipen können. Was? Ja, Tuki hat dein Twitch-Link reingepostet. Die hat doch den alle Chat eh aus. Du kannst doch schreiben, was du willst. Kannst du bitte nicht meinen linken Rainbow-Chat posten? Zu spät. Jetzt kommen die Kerle. Jetzt gehen die alle raus. Janislav, jetzt hat Dada und Halogen und Suroasta und Axe Curso. Halogen, gegen den er mal vorhin schon gespielt. Der ist immer noch Platin 3. Jetzt ist er Platin 2. Ist der nicht vorhin schon geläftet? Ich weiß es nicht. Der ist gelieft, als er mit uns war. Weil wir verloren haben gegen ihn. Ich kann mich an ihn, keine der Namen erinnern. Jetzt haben wir den Taktik-Schrank. Der Schrank. Komm, bitte spiel einfach Montandier. Mann, wie dauert das so lang? Das Schöne ist, der, der davor die Probleme hat, hat jetzt fertig geladen. Jetzt kommen halt die Mates neu rein. Oh, wir haben den Schrank verloren. Michelo. So, die spielt jetzt zu Zero. Die Geräusche nicht mehr machen, oh no. Die Reunification kalkuliert den IQ-Elite-Skin. Hab ich auch. Geldverschwendung. Und hallo, geht es draußen. Lisa. Lisa, das war mal so. Bitte was ist denn? Es geht los! So hat man das, Lisa. Hat du gerade einen Schlaganfall? Ja, ich glaube auch. Ich war schon wieder Leute rein. Kann das nicht mal losgehen. Ach, irgendwann werden wir schon noch eine Runde spielen können. Nein, du bist auf das Match. Sind wir schon da? Nein. Nein, das dauert ein bisschen länger. Kennt ihr doch. Wie mit dem Spitzer. Zieht mit dem Master Chief ab sofort auch auf euren PC in den Kampf. Halo 4 ist ab sofort im Xbox-Main auf eurem PC erhältlich. Ach, das mit dem Spitzer ging eigentlich ganz schnell. Der ist nur ausgerutscht und hat dann gefragt, ob er anspitzen darf. Ja, PC dann dauernd. Ja! Jetzt können wir ein paar Leute abknallen und ich werde direkt sterben. Sie nehmen. Also da ist ein Gegner. Und da ist ein Gegner. Sie sind in der Fall. Da sind zwei Gegner. Und ein dritter Gegner. LOL, das ist sogar der Elite-Tachanka-Skin. Jo. Dieser hat ihn nicht mal angeguckt und dabei hat er Nippel. Der hat Nippel. Der Elite-Tachanka, du kannst ihn bei Feppy sehen. Da ist gerade schon den Hintern. Ich kann Feppy-Stream gleichzeitig mich aufmachen. Nein, du hättest ihn über die Kamera sehen können. So. Er sagt das doch. Bist du doof, Lisa? Feppy-Chat offen. Du hast den Entschärfer-Fall. Du hast den Entschärfer-Fall. Du hast den Entschärfer-Fall erzielt. Zeit, ein paar Füße zu kitzeln. Du hast den No-Cracks eingesetzt. Entschärfer wurde erneut gesichert. Oh, von rechts ist mir so klar, dass er im Fenster steht. Der Witschel war drüben bei Yellow. Yellow, was darf? Ja, der ist genau da. Jetzt läuft er nämlich. Jetzt sehe ich ihn. Ich bin vor sich. Aber er ist noch irgendwo da. Irgendwas ist hier explodiert. Das war ich. Magadäne! Natürlich kommt er jetzt. Immer so. Euer Ernst! Wenn der oben lag. Zumindest hast du eigentlich weniger. Der Witschel ist eigentlich am Boden. Und einer ist ganz upstairs. Fertschall, Kick. Kick auch klatscht. Der vergaß dich. Gut, der nicht. Links. Ach komm, das kann doch nicht sein. Ich hab den getroffen. Blöder Ficker, ey. Ja, mit VHP machst du halt nicht mehr so weh. Ich schwör aber, ich hab den Headdy verpasst. Ich hab den Headshot verpasst, bin ich mir ganz sicher. Er war halt einfach besser für dich. Nein, war er nicht. Er hat gehackt. War ein Kack-Buhn. Die haben alle bisher gehackt. Ja, haben sie. Definitiv. Ja, ich schwieße Wurm und Ivan. Nee, ich würd gern... Ich mag... Oh Gott. Oh Gott. Okay, Jogi, bist du bereit? Drei, zwei, eins. Stopp. Ich spiel nicht schon wieder Splinter Cell. Ich spiel Amaro. Ich flieg einfach in irgendeine Gruppe. Und da sitzt dann wieder wer. Du schreifst währenddessen aber JIT. Wenn du deine... Wenn du dein Ding rausholst, sagst du... Ja, JIT. Und dann bist du drin. Wie der Bleistift im Schlitzer. Ding rausholen? Okay. Und dann wird wieder angespitzt. Nein, abgespitzt. Ach, abgespitzt. Und was ist, wenn man durchspitzt? Weil bist du hinten durch. Und dann kommt das da raus. Ah. Und was ist, wenn der Stift währenddessen abbricht? Die haben Krampfspot. Klopp, save spot, oder? Also. Save spot. Wie sagen wir dann, was zu tun ist? Und was soll ich den Krankenhausmännern sagen? Tut mir leid, mein Stift ist gerade abgespitzt. Ja. Sagst du ein Eifer, ich habe zu viel gespitzt. Er brach. Wo willst du hin, Toki? Die Bombe ist woanders. Ich habe eine Mission. Man sieht es. Gegen die Wand fliegen. Und wieder unten sein. Yeah. Rück zur Bombe vor. Cool, dann geht es ja. Ach, das ist ja. Entschärfer wurde zurückgeholt. Ein bisschen schießen. Eine Seite für ein Fenster. Ein bisschen Scheiß schießen. Schöner ist die Schneider. Ich warte hier mal. Ey, dieses Mal sieht es hier keiner. Ich warte hier mal. Ja, wir warten. Was liegst du auch da, du Idiot? Riech mal nach hier, du Idiot. Riech nach hier alles an. Riech weiter. Krieg weiter. Krieg weiter. Krieg weiter. Oh, ich spitze dich mal an. Das ist die schönste Art. Die Anspitze meines Lebens. Ich weiß. Danke, der Hacker. Ja, Nummer zwei. Blente. Was, wo? B? Kannst du mich aufheben mit deiner Ability? Ich habe gerade ein bisschen Power. Alles gut, ich weiß nicht dich. Nummer, das war noch einer. Wo war der? Der ist flasht. Der kann nicht kommen. Der kann jetzt kommen. Jetzt kann er wiederkommen. Ich muss nachladen. Genau, wenn ich die Scheiß-Smoke werfe. Komm. Der ist selbst in der KD. Moin, moin. Erfolgreich. Moin, moin. Sonst hast du die beste Story verpasst. Ja. Hat er bei Lisa geschrieben? Lisa, weil nicht der Chat ist bei mir gebockt. Falls er gut schreibt. Nein, hat er nicht. Er schreibt. Nein, Fappy geschrieben. Weil er dort Mod ist. Und dann kann er sich die Punkte wieder zurückgeben, wenn Lisa ein Bild machen muss. Das ist halt einfach 5,000. Sehr cool. Ja, go, yo. Gazelle, Alipay. Clash. Ja, Ega. Toki, ich hab gehört. Whip ist vor der Upgrade, ne? Ey, ich hab allen die Punkte abgezogen. Ich weiß nicht, was du hast. You watch me, Whip. You watch me, NeNe. Oh, ich hab Red und Tachanka bekommen. Pock. Sprechen bitte türkisch aus. Welche Punkte? Alles gut. Moin. Ignorier's einfach. Denk einfach übers Abspissen. Wieso bin ich eigentlich auf dem ersten Platz mit Nix-Skills und der Arme ist mit drei Kills auf dem zweiten? Warum schreibt er jetzt, dass du live bist, Spatty? Weil ich jetzt live bin. Als du begonnen hast zu zeichnen, sagt er mir, Twitch, du bist jetzt live. Ich bin seit sechs Stunden live. Lisa, Twitch ist ja in die Badewanne. Ist halt Twitch, was willst du machen? Twitch ist immer ein bisschen später, wenn man live ist. Also eigentlich, wenn es vorbei ist, dann kriegst du die Nachricht. Er war gerade live. Zum Glück darfst du morgen ausschlafen. Alles klar. Ja, die täusche morgen frei. Der Streamer, bei dem du die Notifications angemacht hast, der war live. Jetzt hast du's gepackt. Ja. Der Streamer, zu dem du ein Stufe 3 Tier, ein Tier 3 Sub machst, war vorhin live. Du hast ihn leider verpasst. Vorlesungsfall. Aus. Es ist unverschämt. Ey, wenn jetzt hier wieder jemand meint, dass er unten alles verbarrikadiert. Nein, nein, nein. Alles wieder oben. Nichts umgehen. Alles umgehen. Bus und B-Tag. Alles klar. Die armen Busse. Dann wäre der Wangerschaftstest aber wert und positiv gewesen gewesen. Warum haben wir oben keine Wände mehr? Das würde ich auch gerne wissen. Schön steht. Was ist Reinforced? Mal kurz gucken. Ey, Togi, sieht unten schön aus, was du alles wie ein Forst hast. Ja, ich weiß noch. Du hast so eine Wand, zwei Wände, drei, vier, fünf Wände. Nee, guck mal, ich habe fünf Wände gemacht in der Zeit, wo ihr zwei gemacht habt. Mit Multitalent. Ey, bist du öfters hier? Und auf Spanisch heißt das? Ah, du bist frei, okay. Welche? Ich glaube die hier. Jo. Das ist nicht kassiert! Ich bin neverig. Ja. Achtung, die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Gut zu wissen, was da auf ist. Die Kurk von den... Wo war genau auf? Äh, einmal komplett mittig bis links. Komplett. Geh, nehm, hier. Alter. Dreiviertel leben, Iyana. Ich steh draußen auf diesem komischen Querbalken. Hab sie. Die Banner steht draußen auf dem Querbalken. Querebalken, Querebalken, Querebalken. Querebalken. Äh, von dir jetzt nord... Nordöstlich. Okay, ja gut. Wo war sie? Wo war sie? Immer noch nordöstlich auf den Querbalken. Ach so, das war die Hebran, okay. Da ist halt die Frage, wo werden sie es planten? An der Bombe. Am schlauesten für die wäre es eigentlich am A zu planten. Da oben ist er noch. Rechts um die Ecke. Sag mal gute Nacht, Querebalken. Da ist er, da ist er. Lul. Mh, meine Schu... Dankeschön, ich bin hoch. Ein Leitstandspiel gespielt. You touch my tralala. Do you have the time to vigil and to my vine? Ah, true, ich hatte ja auf... Ich hatte ja auf Dings, hatte ich alles Black Eyes. Fass. Frost, guck dir meine Skins an. Gute Nacht, Sleepy, schlaf gut. Gute Nacht, Sleepy. Fall aus dem Bett. So Lisa, jetzt höre ich auf dich. Würde ich nicht tun an deiner Stelle. Würde ich auch nicht tun. Okay, dann reinforce ich unten alles wieder. Nein, nein. Reinforce alles nach links und dann nach rechts. Alles oben. Und ich beeil mich so schnell wie es geht, um zu kommen. Ab nach unten, alles wie forsen. Hier oben, Mensch. Ich habe extra hier Blitz mit Dings. Also hier, ihr wisst schon nicht. Ist dasselbe. Ist ein Blitz da drin. Wenn einer zog, die sieht, knallt ihn ab. Er ist mal unten unterwegs. Steht neben mir. Ja. Er reinforced oben de Wand. Ist das oben de Wand? Ja, wir haben es nicht gemacht. Die Wand wurde befestigt. Oh, mir ist mal reinforced. Jetzt können wir unten alles verteidigen. Das Gerät ist vorbereitet. Geiler Scheiß. Nur noch 10 Sekunden. Keine Ahnung. Willkommen, was er eingesperrt ist. Noch 5 Sekunden. Ich behalte mich da vor. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Rhythm Spots. Setzt er willkommen zu sein. Pst. Die haben eine... Hallo. Ach, rechts die Tür, du Idiot. Wait, das geht? Wie haben die das gemacht? Die haben... Mit Ace... Mit Ace? Wie? Hä? Wie hat er das gemacht? Wie hat er das Ding aufgekriegt? Trotz Blitz? Äh, Bandit. Und der... Äh, genau. Der Ace hat... Mit seiner Charge... Das Bandit-Device weggesprengt. Während er die Wand geöffnet hat. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt ganz einfach wie früher. In Vietnam. Wer hat das gemacht? Oh, ich bin die Funktion. Ich bin sogar bereit für Vietnam. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Ich habe auch die Stimme Stern auf dem Kopf. Oh, ist da übrigens auch noch ein Account. Wo habe ich ein Account? Achso, ja. Das stimmt. Sunny. Schiff W, let's go. Würdest du da so nichts werden, weil ich kann mit der nicht treffen. Habe ich die richtige Waffe? Du hast die G36C. Nee, ich glaube, das ist die richtige. Das ist die, auf der ich Black Ice habe. Okay, ich habe auch... Hat die M4... Hat immer noch keinen... Nein, die R4C hat immer noch kein besseres, außer Holo. Ja, dann passt das. Dann wird jetzt reingerascht. Deine Mutter rascht hier rein. Ich will das gewinnen. Drei, hier. Zwei, zwei, ne? Ja, so. Kitschend. 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 Haben noch eine Valky. Nein, ich bin doch nicht in den Zählen. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Bandito. Letztes ist Rosto. Rosto. Hi. Hi, 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 hi. Okay. Im Endeffekt, wir müssten halt, glaube ich, wirklich nur Bandit und Frost ausschalten und der Rest dann einfach irgendwie treffen, weil es sieht nicht so aus, als ob der Rest was macht. Ich bitte. Noch fünf Sekunden. Wir müssen also den Criminal Pinguin bei uns einfach weiter gewinnen lassen. Bombe gefunden. Gelangt in die Opposition und entscharft sie. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer ist jetzt gesichert. Nein, ich glaube, ich bin shooting in die. Drohne ist online. Stroll-Sprengsatz aktiv. Scheiße, ich habe hier drauf aber auch nur ein Holo. Stroll-Sprengsatz eingesetzt. Tracks eingesetzt. Drohne aktiviert. Tracks stachelnd wurden eingesetzt. Zeit, ein paar Krüste zu Kitzel. Stroll-Sprengsatz eingesetzt. Stroll-Sprengsatz nutzen. Team Gadget, nicht so. Wir schon auf. Nein, den gibt es nicht. Hier ist nichts. Irgendwann muss man keinem draußen. Einer tot! Ja schön. Hat wir den Defuser? Da kümmern wir eine Pinguin. Hast du vielleicht noch eine Drohne? Kamera ist auf jeden Fall an, oben auf den Stairs ist nichts, wir können da nicht planten. Bei A kann es geplanten, bei A kann geplanten werden. Der zappelt der Typ da. Oh ist wichtig. Guck dir meinen den Diffuser oder? Ja. Ah ok. Was ist denn mit dem Diffuser hier? Na dann. Na dann kommt der jetzt. Letzte, was der ist? Die doch? Die, wo Toki hinguckt. Sie bei A. Hä? Stairs. We're looking on Stairs. Wo ist denn der Typ? Der Schärfer muss zurückgeholt werden. Ach Leute. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ja da wo unten noch das gleiche. Du musst unten drunter. Wo ist denn unten? Links. Da ist eine Stairs, pass auf da ist uns. Du hast doch alles gut gemacht. Wien. Hast du überhaupt beim letzten Mal auf ihn noch geschossen? Ah ja. Sag ja Wien, Vietnam, alle sterben und die haben es trotzdem geschafft. Der Name Equalizer. Hättest du vorher mal da sein müssen. Hättest du ein Ohr weniger. Toki hast du den Trap nicht gesehen? Unfähig. Unfähig. Toki, lebst du noch? Toki möchte nicht mehr mit... Fick, ich bin gemuted. Hahaha. Ich hab grad richtig laut gerufen. Ja, Platy, du hast die! Hahaha. Voll. Hör mal noch ne Botliebe. Ah. Ähm. Ich schreie nur so. Strim. Egal. Egal. Rein da. Wieso gibt's keinen Hass? Ich hab sie gesehen, aber ich musste Fletti das nötige Selbstvertrauen geben. Hahaha. So, eine Runde mach ich noch, dann geh ich schlafen. Was? Wir haben noch kein Flugzeug gespielt. Bevorher gehst du nicht ins Bett. Ja, weil Flugzeug nicht drin ist. Ja, dann müssen wir halt warten, bis es wieder drin ist. Starte ein Custom-Game, Lisa. Warte, bis es wieder drin ist. Wir spielen nachher eine T-Hunt mit, mit Plane, okay? Hahaha. Was? Super. Das ist auch nicht dasselbe. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Borda. 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 Ich hatte meist Angst gehabt. Du hast und jetzt. Ja. Ich schaße Wendern nicht. Das is illegal. Level 200, Level 338, Platin 3, alles klar, Level 269, yo, 340, ja, die spielen alle seit gestern. Das wird toll werden. Alles über 200 und zwei Platin dabei, ey, fick dich, Spiele. Alles bloß, weil dieser Level 200 geworden ist. Ja. Ja, genau. Nicht mal unser Random ist Level 200, er ist nicht mal Level 100. Wir müssen eine Bombe aufspielen. Ich bin auch fast mit 200, what the fuck? Das kann ja witzig werden. Ja, ich war, mein höchstes war Platin 1, dieses Season. Nice. Oh, Ben. Mein höchstes war unranked. Same. Nee. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Wie, du hast die Bombe oben gefunden? Hi. Das wird ja richtig lustig. Wenn das so ein Assi ist, schießt der Tatschank da wahrscheinlich gleich raus. Ich würde ganz sicher machen. So wie der da bereit stand. Ich bin euer Mondspiel. Ja, läufst du? Doch, das ist jetzt lustig. Weil Tobi hier fast uns alle erschossen hätte. Der hat nur auf die Kerben geschossen. Irgendjemand ist Hit. Streckstacheln im Einsatz. Der Tatschanker on, äh, on point. Mark. Du hast ihn entschärfer fallen gelassen. Entschärfer war erneuert. Der hat da aufgemacht. Oder von außen. Ist klar. Jäger. Der Tatschanker ist da. An der Bombe. Da sind zwei. Hier ist einer. Da steht einer. Entschärfer muss zurück. Ah, ich hätte früher eben sollen. Meine Schuld, Lisa, komponenten. Einfach überleben, Lisa, ich komme. Ja. Da sind zwei. Der ist hier bei mir. Drei. Drei in dem Raum. Drei in dem Raum. Sie wollten kuscheln. Irgendwie wundert mich das nicht, dass wir zu null verlieren. Das weißt du noch nicht. Doch. Ich wollte gerade sagen, was ist los mit dir? Alter, natürlich. Ein Kill haben wir schon mal. Wahnsinn. Gut. Ich habe zwei Leute injured, by the way. Nice. Guck mal. Theoretisch drei Kills hätten wir. Grün. Okay. Alter, ich weiß jetzt nicht, ob du gerade ein Kind geboren hast oder auf Toilette warst. Dann eher nachgekotzt. Mann. Mann. Ich hasse. Hatten wir schon. Dieses Matchmaking. Schon hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Lisa? Du spielst jetzt Amaru. Äh, nicht Amaru. Kali. Edward, Zeit. Wir hauen jetzt Wände ein. Ich muss bei meinen Kanalpunkten noch einfügen, dass man einfach, dass man einen Operator aussuchen kann oder so. Du spielst jetzt Rekrut. Er hat schon gesagt, dass ich Kali spielen muss. Nein. Das wird dann die ganze Zeit passieren, wenn man das mit Kanalpunkten auswählen kann. Ja, das kann passieren. Du spielst Rekrut. 24-7. Gibt aber keinen Rekrut in Ranked. Egal, du spielst. Ich spiele eh keinen Ranked. Du kannst, du kannst sogar in Ranked, kannst du sogar einen Rekrutten bekommen. Ja, wenn alle anderen Champs gepickt. Richtig. Jetzt muss ich laden, meine Hex laden. Ja, hoffentlich bringen die dann auch was. Das Einzige, was du häckselst, ist der Müll aus der Spüle. Keine Ahnung, ob der Geld schockt wird. Nein, Moin. Der war nicht mal schlecht, okay. Zum Glück habe ich Mario Mecca gerade an meine Mama ausgeliehen. Ich kann das ja auch schon, aber er spielt das ja nicht mehr. Ja, ich kann momentan nicht. Meine Mama hat sich vorgestern eine Switch gekauft. Und jetzt habe ich ihr meine Spiele ausgeliehen. Oh, die werden Cancer spielen. Ich glaube, wir müssen da oben rein, damit wir die 4 in die Kunde gucken. As always. Da oben sind ein bis zwei Leute vermutlich. Garantiere, dass wir 3-0 verlieren. Die haben die eine Wand nicht reinforced. Was passiert, wenn wir nicht 3-0 verlieren? Es gibt keinen Pass... Wahrscheinlich nicht. Das wird doch hundertprozentig passieren, wie du siehst. Wenn es nicht passiert, gibt es du Lisa und Sub. Nur noch einer vom eigenen Truppen. Bitte was? Was tut ihr? Spawnpeak, machst du nix? Assi, Drecksack. Ein Uhrensohn. Du kennst das doch. Manche brauchen dieses Spiel so. Entschärfer wurde erneut gesichert. Dann halt alle raus, holen sich einen runter mit ihrem Spitzer und dann... Versteck dich. Versteck dich. Ich kann bitte immer für dich schießen. Das ist der Sniper. Du hast noch 4 Schuss. Der Reinforcer gerade rechte. Echt? Wie die dann auch Reinforcen, ey. Eiskalt, ey. Andere Seite gucken. Drecksack, ey. Drecksäcke, ey. Ich dachte... Hä? Ich dachte, da ist hinter der Wand. Ich kenne mich da nicht aus. Nein, der arme Vulpik kommt in der 2-0-Wunde. Ja, ich hasse dieses Matchmaking, Mann. Jammer doch nicht rum, mein... Doch, ich hasse sowas. Ich meine, ganz ehrlich, 3 Kack-Boons und dann so 5 Level 300, weißt du? Ja, Mann, Güte. Wenn du nicht so viel jammern würdest, dann wär's gar nicht rum. Hätten wir schon längst verloren, das stimmt. Wo sind wir eigentlich? Ich kenne mich da hier eh nicht aus. Armory. Äh, nicht Armory. Wir sind Ventilation. Deswegen ist meine ich gerne gute Waffe. Mit der kann ich nicht. Ach, die Waffe ist schuld. Alles klar. Wir sind in einer Zeit ohne Waffen. Du brauchst keine Waffe. Ja, aber ich wollte ohne Waffe. Er hat mich erschossen. Hast du nicht gesehen? Du möchtest einen Schnitzel. Okay. Mit extra Käse. Komm, Schützel. Ich bin schneller Wurf. Platz ihre Staten an. Böses Auge eingesetzt. Die Gegner haben eine Bombay-Trip. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Die werden pushen, bei der Waffe. Ja. Würden wir machen. Oben drinne. Amaru ist im Sandwich drin. Hier ist offen. Hier ist offen. Einer des Customs. Ja, genau. Wusste der natürlich. Bestimmt. Ist der Onside? Nein, draußen. Onspot. Oder? Nö. Letzter verbleibende Operator. Der ist innen drin. Der steht schon vorderer Tür. Hier drin. Hier. Hier. Kommt hin. Kommt nach vorne. Wo stehe ich? Eigener Truck eliminiert. Mission geschehen. Also ich bin mir fast sicher, dass der gerade ein Bot hatte. Der hat sich so schnell zu mir gedreht. What the? Ja, gut. Guck mal, dann können wir ihn doch sogar für was Wertvolles reporten, wie Hacking. Das war ne Scheißrunde. Ja, okay. Mit so ner Runde können wir nicht aufhören. Irgendwie jetzt einfach Flugzeug? Ja, bitte. By the way. Der Typ hat angeblich ne 008er Quartee. Ja, ja, genau. Ja, wie gesagt, wenn er einmal ranked gespielt hat. Zum Beispiel. Aber er war komplett eingerankt auf Platin. Ja. Platin 2. Das sind mindestens einmal ranked. Das ist nicht Flugzeug. Hallo, guys. Das ist nicht der Askel. Oh mein Gott. Ich glaube, ich wurde gerade sexuell angefasst. Das ist einstor, als der Dude. Hi. Warum kann man nicht mehr kicken? Den willst du ficken? Ich wollte ihn kicken. Ach lol. Ach lol. Oh nein. Hä? Können wir rausgehen? Oh nein. Es ist mir leid, ich möchte nicht mit dem spielen. Wir können den einfach inschauen. Wir können den jetzt nochmal beobachten. Wir können... Ich würde sagen, schau mal wieder jetzt spielen. Wir beobachten den mal, wie der jetzt spielt. Bei mir war der so schnell auf dem Körper. Vor allem jetzt kann man, wenn man tot ist, kann man ihm halt zuschauen und sehen, wo man hinschaut. Man weiß auch, ob da jetzt irgendwo was gepickt wurde. Können wir uns alle gegenseitig mal umbringen? Ich will gucken, ob der gewinnt. Da suchen die Gegner ganz schnell. Das können wir auch Angst haben. Ah, wir sind nicht gut genug, um noch zu überleben. Wer lädt denn? Ich. So, okay. Oh ja, klar. In der Reich sichern. Die Bomben weiter schützen. Mit Acheldraht eingesetzt. Gott, ich dachte gerade, du bist aus dem Fenster gesprungen. Ja. Mach ich ständig. Ich kann das mal aufmachen. Ich hab nichts. Was ist der Shotgun? Türbarrikade errichtet. Zehn Sekunden. Jetzt klappen wir mit rein. Noch fünf Sekunden. Ich lade nach. Der Gegner hat eine Bombe-Such aktiviert. Macht euch angriffsbereit. Ich schätze. Da hat wir gar warten. Tür ist sicher. Genau. Naja, Spawn-Weekon ist, ob der Map nichts ungewöhnlich ist. Hat die eigentlich mal eine Überarbeitung bekommen oder? Nee. Gegenhand wahrscheinlich. Treppe hier unten, Lisa, ne? Bark hat einer. Normal-Trail, äh, Normal-Trail, äh, Normal-Trail, oder welche? Ähm, hier drüben, Bar, genau. Okay, jetzt wurde er zumindest mal getötet. Gut, das ist, kann es jemand, der ein Wort hat, kann trotzdem sterben. Muss es nicht. Interrogation. Nice. Er left it. Wegen Interrogation. Warum rennst du vor mich? Ich will töten. Er wusste es einfach, der Drecksack. Of course weiss er es. Yeah, nice. Ich will töten. Aber renn doch nicht vor mich, wenn ich da liegen. Soll ich nicht liegen, ich soll dich stehen wie ein Mann. Da soll ich nicht durch, Lisa. Der ist hier irgendwo. Ja, los, der ist ganz oben. Ich will da los. Der ist hier irgendwo. Aufpassen. Ganz oben auf den Yellow-Stars. Der hat eine Rotation in den Barthroom rein, der hat ich gesehen, wahrscheinlich. Er hat eine Drohne, die jetzt durch... Drohne ist hier. Er hat die Camp disabled. Ja, ist rechts und noch einer. Steht in der Tür. Rechte Seite Tür. Barthroom. In der Tür. Im Tisch. Yellowping. You can do it. Er stirbt nicht. Mission gescheitert. Nice try, nice try. Der soll die Fresse halten, der Typ. Beauty einfach. Wo hat der dann noch in die Camp? Da waren drei Kameras. Drei. Zwei habe ich gepostet gemacht. What the fuck? Drohnen oder was? Ja. Er hat ja vorher noch reingeschaut in die Camp. Hast du nicht gesehen? Nein. Drei Kameras. Er hat irgendwie durch die verstärkte Wand geschossen. Es war komisch, weil ich stand irgendwo hinten und der hat mich eigentlich nicht sehen können und der hat direkt in die Wand reingeaimt und hat mich erschossen. War schon sehr kurios. Er wird gerne mal sterben, bevor der stirbt. Weil ich sehen kann, wie der spielt. Er hat jetzt ganz sicher Gag umbringen. Ja, ich glaube auch. Er hat nur zwei Impacts. Ren einfach zu der und spawned Flatty. Oh, Hackybomben. Ja. Wer weiß, wer weiß. Ich habe den Tutschbruch nicht zerstört. Ich habe den Tutschbruch nicht zerstört. Ich habe den Tutschbruch nicht zerstört. Hallo? Ich starte die Schaus. Es bleiben zehn Sekunden. Platziere mein böses Auge. Ich werfe den Köder. Fünf Sekunden noch. Diese Tür ist sicher. Bombe vom Gegner entdeckt. Gerät wurde aktiviert Gerät wurde aktiviert Fullflasht 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 Achtung hinter uns, im kleinen Raum. Der ist im Raum. Der ist im Raum. Feindlicher Scan steht an. Startet die Uhr. Das Standort ist gefährdet. Achtung, die Gegner hat eine Bombe gerettet. Was soll, war das denn jetzt? Feindlich, between the cars. Der hat einen Entscherfer neben einer Bombe platziert. Zerstört ihn. Southwest Side of White Garage. Siehst du, wie schnell der sich bewegt mit der Maus? Er ist immer auf dem Kopf. Wie schnell der sich bewegt? Von links nach rechts? Alter. Nein. Nein. Du kannst mir vieles erzählen. Niemals. Der macht eine halbe Bildschirmdrehung bei mir. Innerhalb von einer Millisekunde. Du kannst mir vieles erzählen. Auch, dass er Platin ist. Aber... Also, ganz ehrlich. Nicht mal mit 50.000 DPI. Auf dem Kopf. Wie schnell der sich dreht. Ich habe so eine DPI auch mal gespielt. Wie der wackelt. Ja, aber dafür, dass er halt wirklich immer auf dem Kopf landet, ist es... Er macht permanent auf jeden Fall Kopfschüsse mit allen Waffen. Es ist komisch. Nein. Ich fand es eigentlich nur komisch, dass er sich immer... Man dreht sich ja immer so mal links, rechts ein bisschen. Aber das hat er permanent gemacht. Also, ob er immer irgendwie das Ziel gewechselt hätte. Nach dem Motto. Ich will dazu nichts sagen. Es ist ein tolles Spiel. Kann man spielen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Ich kenn das, ja. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Erdgeschoss. Mute. Mute, Mute. Und jetzt Mute auf Spanisch. Wait, geht das immer noch? Direkt Front Entry. Um, ein Mute. Oh, sie haben es gefixt. Das hast du mit Mute gemeint. Okay. Oh nein. Oh man. Oh, meine Arme kommen raus. 10 Sekunden bis Einsatz. Das war unten der Ding. Das ist doch. Das war unten der Ding. Gelang zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Mit der Headshot. Mhhh. Das macht. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Stopp! Wechsel mal der Spiele! Ah fuck, sie sind durch. Die Arten sind durch. Ich treff nix mehr. Ich guck mir jetzt erstmal zu. Tracksstache aktiviert. Einer ist im Barfen. Mhhh. Okay, den hat er jetzt nicht direkt getötet. Meine Tracksstachel brennen schlimmer als eine Feuerqualle. Tracksgalasse geht raus. Ja, der war voll falsch. Einer ist direkt bei A. Da könnte noch einer drin sein. Bin mir nicht ganz sicher. Einer ist im Barfen. Einer ist noch hier. Komm mal zu uns B. Hier war B-Platte. Also die Seiten hier lang. Direkt Haupteingang genommen. Du kannst einfach dich an die Tür bestellen. Vorne und plassen. Einer von euch sollte bloß halt in die andere Richtung erhängt. Das war der im Badezimmer, oder? Ja. Entschärfer ist online und aktiviert. Ein Gegner verbleibt. Letzter kommt Richtung Barfroom. Auf Barfroom. Sehr schön. Oh, Spottet Diesel. Das war, äh, Spray. Ja, ja. Sonst hat die Waffe gewackelt. Als würde der wirkende Person nachmachen. Ja, ja, genau. Der hat die ganze Zeit gezittert. Aber der hat nicht ruhig gehalten. Die, das, das, das Fadenkreuz. Es hat gar nicht gewackelt. Also gerade eben war es anders. Aber gerade eben hat der auch nicht die ganze Zeit Headshots gemacht. Deswegen keine Ahnung. Irgend so was kann man ja aktivieren, deaktivieren. Ja, deswegen. Ich sag mal, ich hab keine Ahnung. Ich hab's einfach. Sollen die einfach überprüfen. Ist ja kein Problem, wenn's nicht ist. Moin, Moin. Hey, Nukula. Habt ihr noch einen Platz? Theoretisch schon, aber das ist die letzte Runde. Nur wenn wir gewinnen, ne? Und Flugzeug spielen. Tschuld. Lisa wollte mit uns noch eine T-Hand machen. Sollen wir noch Flugzeug spielen? Wir spielen nachher eine Runde T-Hand. Auf Flugzeug. Kelle ist frei. Kelle ist frei. Absterz. Ben, oben. Ben, oben. Hi. Hm, oben. Hi, hi, hi to Ty. Die haben getankt. Gabgen. Und die haben Daddy-O. Und die haben den Tropper oben auf den da. Den Tropper. Hi. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Ich versuche jetzt mal schnell zu sterben. Da steht der 2-1. Ich will dem zugucken. Dann sprint mal rein. Bin dabei. Das Ding, wie kann ich sprinten? Oh, nee. Der sprint unten rein. Ich glaub nicht. Kommt unten Schüsse ab. Ah, was tut es? Okay. Hast du es geklippt? Ja, gucken wir gleich mal. Ich habe ihre Aufklärung. Ich bin leer. Erster Headshot. Zweiter Headshot. Ich geh jetzt rein und sterbe. Komme. Hallo, ich will sterben, danke. Wer da. Mann, ich wollte ihm zugucken. Na, den Kill selber bei mir. Den Kill selber ist aber noch. Mal gucken. Guck mal, wie schnell der sich dreht. Was? Was hat er jetzt gesagt? Hat der gerade einen No-Scope-Headshot gemacht? Just look, danke für den Wait. Fände ich mit der Maus gar nicht. Ich auch nicht. Definitiv nicht. Keine Ahnung. Ich guck mir das jetzt bei dem Clip an. Ich habe den Finfarmer gemeldet. Sonst sich das mal angucken. Das war ja doof. War schon suspicious. So, ich muss das kurz einstellen, dass wir nur Plane haben. Ja, bitte. Ja, bitte. Und bitte realistisch, ne? Einfach. Kann jeder. Ja, können wir machen realistisch. Aus, aus, aus. Hallo? Aus? Eine Abschiedsrunde. Das Look, was habt ihr gespielt? Regenbogen. Im Blick gibt es da keine Spin-Bots wie in CSGO. Hahaha. Naja, also realistisch, die macht mir schon komisch. Er hatte gesagt, Dirty Line Abuser deserve this. Dirty was? Dirty Line? Was für eine Linie? Realistic. Sehe ich so, als ob ich realistisch bin? Ja, jetzt schon. Geht einmal pennen, schönen Restschirm noch Nacht. Gute Nacht, wenn du da warst. Schlaf gut. Bei mir startet das nicht. Ist das irgendwie... Bist du alleine? Hast du Solo-Hand gedrückt? Ah, jetzt startet's. Alles klar. Acht Wochen später. Ich will eine Katze sein. Ich spiel Quitlock und guck mal, ob die Bots doof sind. Ich spiel Dita. Jo, für heute. Morgen auch nochmal, Lisa? Morgen bin ich noch da. Donnerstag bin ich irgendwie... Also Donnerstag wahrscheinlich. Also unter Umständen. Ich wollte mich gerade schon beschweren, warum wir keinen fünften haben, sondern nur zu viert sind. Unverschämt. Wir können ja den Typ von eben einladen. Der macht dann mit einem Schuss alle Bots kaputt. Kann ich noch was programmieren? Mach da alles. Kannst dann ein Bot programmieren. Eigentlich wollte ich nur bis Mitternach umziehen. Es ist Mitternach. Richtig. Ich hab morgen machte 30 Englisch und ich hab keinen Bock. Du packst das nicht. Aber Englisch ist doch super. Englisch ist mega. Ich bin einmal ums Auto rumgelaufen. Hot potato. Tisst du des Wahnsinns? Ah, du hast ihn getötet. Deine Mutter. Ihr. Ich redde dich. Ich glaub es. Ja, Leute. Alter, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was? So wird das nix. Wer hat Tokio erschossen? Ich. Was tut ihr? Ich hab Hot potato gerufen. Da ist einer. Rua. Krass, du verdammt. Warum habt ihr Pfeffi ne Waffe in die Hand gegeben? Mann, kannst du... Warum bist du so dick? Jetzt hab ich noch mehr von den Dingern hier. Hör mal durch. Der Tod wegen dir. Oh. Nein, jetzt bist du tot. Der andere Schotter. Wir müssen das noch mal spielen. Ja. Könnt ihr mal sterben gehen? Nein. Wir ziehen das jetzt noch durch hier. Nein. Ähm. Tönt mal den Fläten. Links einer, links einer. Alter. Der Fläten hat sich selbst. Ja, ich hab mal nur noch ein HP gehabt. Aus Gründen. War das zwei? Der hat ein Board. Zahnführer hat ein Board. Habt ihr das gesehen? Guck mal, wie schnell er sich dreht. Ja, warte. Links. Links, Idiot. Plente. 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 Los, Plente. Ach nee, ist er falsch gespielt. Oh. Unter mir. Können wir nicht alle gegenseitig töten? Ich hab das gar nicht gemacht. Ja, aber doch nicht nach vorne, wo ich nicht mehr zurückkomme, du Idiot. Ich hab gerufen. Ja, da war das Ding aber schon fast dafür explodiert. Das ruft man, wenn man loslässt, nicht wenn man das schon gelandet ist. Ich hab gerufen, wenn es loslässt. Die Hot Potato war halt vorgekocht, du Banane. Ja, genau. Ich glaube auch. Wie wäre es vielleicht, wenn du deine Mates nicht anschießt? Halt echt so? Ja, der saß halt da. Was soll ich machen? 13 HP runtergeschossen und dann hast du... Okay, ab geht's. Wir nehmen nur gute Operator, die keine Probleme verursachen. Hey, der ist am Anfang der Nahrung. Es gibt einen coolen Sch 여기서. Hey, der Put-Rex. Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm-h-m-hm-h-mh-mh-m-h-m-h-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Toki entscheide ich. Mein Spitzer tut weh. So genau, ich wollte... Gar nicht wissen. Wait, sein Spitzer tut weh? Ja. Nicht sein Stift? Nein. Bitte keine Hot Potato. Ich hab nur Smokes Links von mir hier in dem Raum waren, Leute Da, ey Haha, du bist blind Ey Fabi, lass mich kurz durch Ich bin ein bisschen blind Alter Schwede, ey Stehen die am Rad, ey Hä? Hä? Ich bin da unten schon durchgelaufen Ist da oben? Cockpit Wart ihr im Cockpit? Nö Ich hab keinen Cock Im groundwater das letzte messer ja genau auf realistisch wo sind das letzte hallo hallo jemand da tschuldigung sorry oh fuck ich hab mich verschossen ich hab aus gesehen lisa angeschossen jetzt hat bin ich gestärbt deswegen na toll doch guck unten lauf unten lang der wird draußen sein ich hab nicht mit dir geredet sondern mit den gegnern das war gut jetzt hast du dein plane gespielt und ich hab san für getötet arschloch und dich selbst aus versehen ich hab's gesehen die wollen nicht mehr mit uns spielen in verschämtheit jetzt spielen wir kaum sechs stunden fünfzig rainbow und die geht schon weißt du die wollen alle ins bett was soll ich machen das sind alles alte männer frauen kinder was soll ich machen unverschämt nach sieben stunden geben die schon auf ich bin nur student die geben einfach schon auf was soll ich machen ich kann es nicht ändern weißt du kaum ein uhr machen die schon fertig hier soll ich machen aber nächstes mal vielleicht gerne danke für den folgen wir spielen morgen wieder heißt morgen platz morgen irgendwann abends darfst du dich gerne nochmal nehmen probably zwölf stunden stream lisa was hältst davon ich hab's versucht will Moment ich hab's versucht kannst es nicht ändern alles weicheier alles weißt du was soll ich machen ich wünsche eine gute nacht